Familienstudenten etc. ausbezahlt werden kann. Die Sitzung dürfte sehr turbulent beginnen. SPÖ und FPÖ wollen nämlich eine Verschiebung, weil Bundeskanzler Karl Nehammer nicht anwesend ist. Er ist heute auf dem, wie viele sagen, historischen EU-Gipfel, wo es um den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine geht. Die Glocke, das Zeichen, dass die Sitzung eröffnet ist. Ich darf bitten, Platz zu nehmen. Ich darf die 165. Sitzung des Nationalrates eröffnen. Ich darf Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße die Damen und Herren auf der Galerie, die Journalisten und auch die Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen. Mein Gruß gilt auch den Vizekanzlern, Bundesministern, Kocher, Brunner, Raab und Rauch und Gewässer. Die Sitzung ist eröffnet. Die amtlichen Protokolle der 160. und 161. Sitzung vom 14. Juni 2022 sowie der 162. und der 63. und 164. Sitzung vom 15. Juni 2022 sind der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet. Verhindert sind heute die Abgeordneten Haubner, Kopf, Ofenauer, Smolle, Stocker, Becher, Cornelia, Ecker, Leimer, Nussbaum, Schroll, Droch, Vorderwinkler, Ames, Bauer, Belakowitsch, Bösch, Fuchs, Kaniak, Kasek, Reifenberger, Schrangl, Stefan und Wurm, Ernst Tschedic, Bernhard, Brandstetter, Reisinger, Schetti und Werner. Für den heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt über die Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung, welches in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, folgende Mitteilung gemacht. Der Bundeskanzler wird durch die Staatssekretärin und der Bundesminister für Landwirtschaft durch den Bundesminister für Finanzen vertreten. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsführung auf dem Sitzungssaal verteilten Mitteilung. Zur Geschäftsordnung war eine Wortmeldung. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, danke, Herr Präsident, für das Wort. Nur damit Sie jetzt nicht beunruhigt sind, ich werde es Ihnen erklären, wie ich es mache. Ich werde jetzt zuerst einen Antrag einbringen und werde mir dann erlauben, meinen Antrag auch entsprechend kurz zu begründen. Ich stelle den Antrag gemäß § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Nationalrats auf Verbeischaffung des Bundeskanzlers und damit einhergehend auf die Unterbrechung dieser Sitzung, auf die Unterbrechung dieser Sitzung und zwar so lange, bis der Bundeskanzler seine Arbeit als Brüsseler Edelkomparse beendet hat und hier dem Parlament Rede und Antwort steht. Ich finde ja, dass die Bevölkerung ein Recht darauf hat. Ich finde auch, dass das Parlament ein Recht darauf hat und ehrlich gesagt sollten das auch die Vertreter der Regierungsparteien unterstützen. Ich darf Sie ja daran erinnern, mit welchem Herzblut und mit welchem Engagement Sie sich dafür eingesetzt haben, dass der ukrainische Präsident hier herinnen reden darf und dass der ukrainische Parlamentspräsident im österreichischen Parlament reden darf. Dann wird doch wohl das Gleiche noch für den österreichischen Bundeskanzler gelten. Und jetzt zu meiner Begründung, Herr Präsident. Wir erleben jetzt zum wiederholten Male eine Flucht des Bundeskanzlers vor dem österreichischen Parlament. Karl Nehammer ist der teuerste Flüchtling dieser Republik. Bisher, meine sehr geehrten Damen und Herren, bisher war es so, bisher war es so, dass er nur vor freiheitlichen Initiativen geflohen ist und das weiter gesucht hat. Letzte Woche im Zuge einer dringlichen Anfrage, wo ganz Österreich eigentlich von ihm erfahren wollte, inwieweit er in diese ganzen Fake-Berichte, in diese Fake-Rechnungsabschlüsse der österreichischen Volkspartei im Zusammenhang mit dem Wahlkampf 2019 verwickelt war. Er hat es vorgezogen, ins Fernsehstudio zu gehen mit der Begründung, dass er dort sein Geld-zurück-Paket verkaufen muss. So, und jetzt haben wir heute eine Sondersitzung einberufen von den Regierungsfraktionen und der Inhalt dieser Sondersitzung ist genau ein Teil dieses Geld-zurück-Pakets. Dafür hat die Regierung diese Sondersitzung ja gemacht, wenn ich es recht verstanden habe. Und jetzt hätte er ja die Gelegenheit, genau dieses hier zu tun, was er das letzte Mal im Parlament nicht machen konnte, weil er nämlich im Fernsehstudio etwas zu tun hatte. Also, meine Damen und Herren, ich verstehe das nicht. Jetzt lässt er sich wieder vertreten und in der Zwischenzeit flieht er schon vor den eigenen Veranstaltungen. Herr Präsident, ich glaube, das sind auch Sie gefordert, weil ich mir denke, dass der Bundeskanzler mit dieser Vorgangsweise die Würde des Hohen Hauses, die ja Sie in so unvergleichbarer Art und Weise repräsentieren, mit Füßen tritt. Ich weiß, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist mir sehr wohl bewusst, dass der Bundeskanzler natürlich zurzeit bei den Staats- und Regierungschefs in Brüssel weilt. Aber tun Sie nicht so, als ob Sie bei der Einberufung dieser Sondersitzung nicht gewusst hätten, dass dieser Termin in Brüssel stattfindet. Das haben Sie ja längst gewusst. Und das Allerwichtigste, und das ist dann auch schon der Abschluss meiner Begründung, dort bei diesem Gipfel in Brüssel, da werden ja wieder politische Weichenstellungen getroffen, da werden ja wieder politische Signale gesetzt, die nichts anderes tun, als die Teuerung anzuheizen, über deren Bekämpfung Sie heute hier herinnen diskutieren und auch abstimmen lassen wollen. Und deshalb wäre es wichtig und deshalb wäre es richtig, ja, hier diesen neuen Erkenntnisstand mit in die Debatte einzubringen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, die Sitzung so lange zu unterbrechen, bis der Bundeskanzler zurückgekehrt ist. Alles, was heute beschlossen wird, das kann man genauso gut morgen oder übermorgen beschließen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und wir hätten sozusagen das große Privileg, aus erster Hand zu erfahren, warum der Bundeskanzler der Republik gegen die Interessen Österreichs auch noch sein Ja und Amen zum EU-Beitrittsgesuch der Ukraine gibt und warum er weiter an der Sanktionsspirale dreht. Zuerst erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf für die persönliche Herabwürdung der Persönlichkeit des Bundeskanzlers Edel Kompass, das sind da ersten Flüchtlinge und zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Wöginger. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Ersten, Herr Klubobmann Kickl, weise ich die Dreistigkeit der Wortwahl gegenüber dem Regierungschef und Bundeskanzler Nehammer auf das Entschiedenste zurück. Zum Zweiten, wenn Sie schon einfordern, den Parlamentarismus ernst zu nehmen, dann berufen Sie eine Klubsitzung ein und erklären Sie das den zehn Abgeordneten, die heute bei der FPÖ entschuldigt sind. Zehn Entschuldigungen bei der FPÖ und gut, Hälfte sind da. Also berufen Sie eine Klubsitzung ein, sagen Sie ihnen, bitte kommen, es wird ein großes Entlastungspaket im Parlament beschlossen. Also richten Sie diese Kritik an Ihren eigenen Klub, Herr Klubobmann Kickl. Die kommen nämlich nicht mehr. Zum Dritten, ich würde Ihnen auch anraten, vielleicht wieder einmal eine Präsidialkonferenz, auch wenn es eine Sonderpräsidiale ist, vielleicht wieder einmal selber zu besuchen. Aber da trifft man Sie ja nicht an, weil der Herr Präsident ist dem Ersuchen nachgekommen. Gestern hat es um 16 Uhr eine Sonderpräsidiale gegeben, wo genau dieses Thema ausführlich erörtert wurde. Es ist am 21. Juni das amtliche Schreiben des Bundeskanzlers hier im Parlament eingetreten, dass er sich beim Europäischen Rat befindet, der heute und morgen tagt. Und das ist ja kein Geheimtreffen, bitte. Das weiß man ja Wochen vorher, wenn dieser Termin stattfindet. Und diese Sondersitzung, diese Sondersitzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wurde nicht von den Regierungsfraktionen einberufen. Nein, wir sind auf alle Fraktionen zugegangen. Und es ist am Fronleichnamstag dann der Rundlauf unterschrieben worden, das war letzten Donnerstag, von allen fünf Fraktionen. Also hören Sie auf mit Ihrer Skandalisierung. Der Bundeskanzler vertritt Republik Österreich beim Europäischen Rat. Das ist nicht sein Wunsch, das ist seine Pflicht. Da muss er dort sein und muss dort Österreich vertreten. Daher sehe ich überhaupt keinen Grund, die Sitzung zu unterbrechen. Beschließen Sie lieber dieses Paket mit. Das haben Sie nämlich in den Ausschüssen bis jetzt nicht gemacht. Die gesamte Opposition nicht. Ein Paket, wo wir die Bevölkerung auf rasche Weise entlasten. Beschließen Sie es mit. Wir rufen Sie eine Klubsitzung ein. Holen Sie Ihre Mandatare her und lassen Sie den Bundeskanzler in Ruhe, weil der macht die Arbeit für die Menschen in Österreich. Vielen Dank, Herr Präsident, um da vielleicht etwas Emotionen herauszunehmen. Um da etwas Emotionen herauszunehmen, möchte ich nur anmerken, dass die Sozialdemokratie es war, die vor zwei Tagen schon angemerkt hat, dass es gut wäre, wenn der Herr Bundeskanzler, der ja für das Gesamtprojekt die Verantwortung trägt, das heute diskutiert wird. Und ich möchte mich jetzt nicht auf das, was der Kollege Wöginger gesagt hat, einlassen. Es ist kein gutes Paket. Es ist ein Show-Paket, das am Ende niemand hilft. Aber das werden wir später diskutieren. Aber es wäre gut gewesen, wenn der Herr Bundeskanzler hier wäre und auch rechtfertigt, warum die ÖVP und die Grünen für dieses Paket sind. Ich habe das Gefühl, es haben schon alle das Zutrauen zu diesem Paket verloren. Und deshalb ist der Herr Bundeskanzler nicht gewillt, nach meiner Parlamentssitzung über dieses Thema zu sprechen. Ich hielt es aber für gut, wenn es so wäre und ein Bundeskanzler, der ständig vor dem Parlament flüchtet, ist halt auch nicht die optimale Lösung. Dankeschön. Gibt es noch eine Wortmeldung? Bitte, Herr Prof. Schäher. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielleicht schaffe ich es wirklich, Emotionen hier herauszunehmen. Ich bin grundsätzlich zutiefst davon überzeugt, dass wir uns als Parlament ernst nehmen sollten und dass auch Regierungsmitglieder dieses Parlament ernst nehmen sollten. Es heißt aber, wie gesagt, umgekehrt auch, dass wir uns als Clubs im Parlament ernst nehmen sollten. Und wenn wir wissen, wie diese Sitzung einberufen wurde, gab es, und da hat Herr Kruppmann-Würginger vollkommen recht, eine Diskussion unter allen Parlamentsfraktionen, wo man sich einvernehmlich auf diesen Termin geeinigt hat. Diesen Rundlauf haben alle unterschrieben. Das ist die normale Vorgehensweise. Und gleichzeitig gibt es den Termin beim Europäischen Rat, bei dem der Herr Bundeskanzler teilnimmt, was nicht nur seine Pflicht ist, sondern auch selbstverständlich ist. Und ich sehr froh darüber bin, dass er das natürlich macht. Insofern glaube ich, dass insbesondere weil alle zuständigen Ministerinnen und Minister, wo es um die Materien geht, die wir heute beschließen werden, anwesend sind, ich es richtig finde, dass wir diese Sitzung ganz normal abhalten. Und ich wirklich betone und appelliere an alle, dass wenn man will, dass die Regierung sich gegenüber dem Parlament ernst zu nehmen verhält, dass wir uns selbst auch ernst nehmen und nicht Dinge, die wir gemeinsam beschließen, nachher hier wieder in Frage stellen. Wünscht noch jemand zur Geschäftsordnung? Das Wort ist nicht der Fall. Dann komme ich, der Herr Abgeordneter Kickl hat den Antrag zur Geschäftsbehandlung gestellt. Der Nationalrat wolle im Sinne des Paragraphs 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung die Anwesenheit des Bundeskanzlers verlangen. Eine Debatte über diesen Antrag wurde nicht verlangt. Wir kommen zugleich zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Min... Das... Das ist... Ich bitte wirklich... Es dient nicht unserer Debattenkultur. Ich bitte Sie... Können wir... Ich würde bitte den Kollegen bitten, keine Emotionen hochzukommen lassen. Das ist die Minderheit, da ist der Antrag abgelehnt. Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass gemäß Paragraph 52 der Geschäftsordnung, 92 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vorliegt. Eine kurze Debatte über die Beantwortung 99, 89 AB, der Anfrage 10, 380 J, der Abgeordnete Schnedl, der Bundeskollegin und Kolleginnen und Kollegen betrefft externe Verträge im Bundesministerium für soziales, gesundes Pflege- und Konsumentenschutz im ersten Partei 2022 durch den Bundesminister für soziales Pflege- und Konsumentenschutz abzuhalten. Diese Debatte findet gemäß Paragraph 57 Absatz 4 der Geschäftsordnung nach Erländigung der Tagesordnung spätestens um 15 Uhr statt. Ich darf weiters mitteilen, dass die Abgeordneten Rauch, Kolleginnen und Kollegen, beantragt hat im Umweltausschuss zur Berichterstattung den Antrag 25, 80 durch A, eine Frist bis zum 24. Juni zu sehen. Der gegenständliche Antrag wird gemäß der Geschäftsordnung nach den Verhandlungen zur Abstimmung gebracht. Ich darf bekannt geben, dass die Sitzung vom ORF bis 13 Uhr übertragen wird, vom ORF 3 bis 17 Uhr. Um den Tagesordnungspunkt 2 Verhandlungen nehmen zu können, ist es gemäß Paragraph 44 Absatz 2 der Geschäftsordnung erforderlich, von einer 24-stündigen Auflagefrist des Ausschussberichts abzusehen. Dabei handelt es sich um den Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 26, 63 A, der Abgeordneten Wöginger, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Klimabonus 15,73 der Beilagen. Wer dafür ist, den bitte ich um eine dementsprechende Zustimmung, dass wir die Auflagefrist verkürzen. Das ist schlussendlich jetzt einstimmig angenommen. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über Punkt 1 und 2 der Tagesordnung zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Es wurde in der Präsidalkonferenz der Konsens über die Dauardebatte erzielt. Also der einmalige 250 Euro hohe Klimabonus für alle, der ist so eben beschlossen worden. Weil das wird heute noch beschlossen. Eine zusätzliche Einmalzahlung für Mindestpensionisten, Arbeitslose und Bezieher von Studienbeihilfe in der Höhe von 300 Euro. Es wird einen einmaligen Zuschlag zur Familienbeihilfe im August geben in der Höhe von 180 Euro. Die CO2-Bepreisung wird von Juli auf Oktober verschoben werden. Und das große Kernstück des Antiteuerungspakets, die Abschaffung der kalten Progression, wird erst später beschlossen werden. Da müssen noch einige Valorisierungen etc. durchgeführt werden. Zum Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 2663a der Abgeordneten Wöginger-Schwarz, Kolleginnen und Kollegen betreffend GIMA-Bonus-Gesetz 1573, der Beilagung. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Zur Weltwort gemeldet hat sich die Frau Abgeordnete Kuppe, Frau Pamela Rende-Wagner. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt hätte ich beinahe den Bundeskanzler begrüßt, der ja leider nicht da ist, wie wir spätestens seit zwei Minuten definitiv wissen. Großes Leider. Weil die Regierungsfraktionen dieses Hauses es offenbar in den letzten Tagen nicht am Mürwert gefunden haben, ihre eigene Sondersitzung zu ihrem eigenen Vorschlag, nämlich einem angeblichen Antiteuerungspaket, an einem Termin vorzuschlagen, wo der Bundeskanzler eben Zeit hat, sich der Diskussion in diesem Hohen Haus zu stellen. Und es ist nicht eine Frage, ob wir uns hier ernst nehmen oder nicht, es ist eine Frage des Respekts. Es ist eine Frage des Respekts gegenüber den Menschen in Österreich. Und dass der Kanzler heute fehlt bei dieser wichtigen Debatte im Parlament zu einem der wichtigsten innerpolitischen Themen schlechthin, zeigt ja nur eines, dass in dieses Thema selbst und persönlich nicht interessiert. Es zeigt, dass er die Sorgen der Bevölkerung mit diesen Rekordpreisen, die Sorgen, das Leben sich nicht mehr leisten zu kümmern, nämlich einfach nicht kümmern. Und wenn der Bundeskanzler heute da wäre, dann würde ich ihm nämlich folgende Zitate von der Bevölkerung vorlesen. Erstes Zitat. Von dieser Regierung erwarte ich mir prinzipiell überhaupt nichts. Das ist meine Meinung dazu. Ein weiteres Zitat. Für mich persönlich wird es nichts bringen. Oder die Inflation macht arm. Punkt. Das sind Aussagen nicht der Opposition, nicht von politischen Parteien. Das sind Aussagen von Bürgerinnen und Bürgern zum Regierungspaket. Von einer aktuellen Straßenbefragung eines großen österreichischen Mediums. Das sind Menschen, die echte Sorgen haben. Jeden Tag. Und diese Sorgen werden jeden Tag ein Stück größer. Sorgen, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Und das Schlimme daran ist, dass sich diese Menschen von dieser Bundesregierung nichts mehr erwarten. Millionen von Pensionistinnen und Pensionisten. Immer mehr arbeitende Menschen, Frauen, Alleinerzieherinnen fühlen sich alleingelassen. Sie fühlen sich alleingelassen von der Politik. Und wenn der Kanzler heute da wäre, dann würde ich ihm auch sagen, dass diese Menschen zu Recht von dieser Bundesregierung nichts mehr erwarten. Die Bevölkerung glaubt der Regierung nämlich nichts mehr, weil sie von ihr enttäuscht ist. Weil in Zeiten der vielen Krisen diese Bundesregierung selbst zum Krisenfall geworden ist. Und daran, sehr geehrte Bundesregierung, ändert auch ihr Paket nichts, das Sie hier vor einer Woche vorgestellt haben. Worüber Sie sich alleine offenbar in Österreich sehr groß freuen. Denn was passiert denn hier? Mit diesem Paket, wie es von Ihnen großspurig als Milliardenpaket angekündigt wird, wiederholen Sie mehr oder weniger die Fehler der letzten zweieinhalb Jahre aus dem Corona-Management. Nämlich dem monatelangen Wegducken. Sie ducken sich weg, führen monatelang Scheindiskussionen, warum irgendetwas nicht geht, was an Vorschlägen bereits auf dem Tisch liegt. Vorschläge, die die Europäische Kommission macht, den Mitgliedstaaten und andere, nämlich elf EU-Länder, zum Beispiel Steuersenkungen auf Energie und Lebensmittel, die andere Länder bereits machen. Nein, in Österreich duckt man sich weg. Und in dieser Zeit hat die Bevölkerung durch die höheren Preise nicht nur viel gezahlt, sondern auch Milliarden an zusätzlicher Mehrwertsteuer an Sie, Herr Finanzminister, gezahlt. Und nach monatelangem Wegducken präsentieren Sie ein Paket heute mit Einmalzahlungen, die in vielen drei Monaten vielleicht ausbezahlt werden. Ja, Sie präsentieren ein Paket und Sie nennen es Antiteuerungspaket, obwohl keine einzige Maßnahme in diesem Paket ist, das auf diese teuren Preise dämpfend wirkt. Denn kein einziger Preis wird mit Ihrem Paket sinken. Nicht einmal um einen Cent. Nicht die Strompreise, nicht die Gaspreise und auch nicht die Lebensmittelpreise. Alles bleibt teuer, alles wird teurer. Die Inflation wird nicht sinken durch Ihr Paket. Und bis die Einmalzahlungen irgendwann ankommen im Herbst, verpuffen Sie schon wieder, weil die Menschen in den letzten Monaten bereits so viel an Mehrkosten, Nachzahlungen, Vorauszahlungen hatten, dass diese Einmalzahlungen einfach keinen Effekt haben. Und wissen Sie, was es noch ist? Es ist ein Hinterherhinken. Es ist ein Hinterherlaufen. Das, was Sie betreiben, nicht nur im Corona-Management, sondern auch bei der Teuerung. Die Regierung hinkt hinterher. Warum? Ihre Einmalzahlungen sind nicht mehr und nicht weniger als eine halbherzige Symptombekämpfung. Aber Sie lösen das Problem nicht. Und das Problem sind hohe Preise. Das Problem sind hohe Energiekosten. Was Ihr Paket ist, ist mehr Placebo als echte Wirkung. Und Sie verhindern mit Ihrem Paket auch nicht, dass viele Menschen viele und immer mehr aus der Mittelschicht in die Armut abrutschen und weiter abrutschen werden. Ja, das große Schiff leckt gewaltig an allen Enden und Ecken. Und wissen Sie, wie Sie versuchen, diese Lecks zu stopfen? Mit kleinen Handtüchern. Da wird ein Handtuch nicht reichen, aber es werden auch nicht 28 Milliarden Handtücher reichen, um diese Schiffslecks zu stopfen. Nein, da brauchen Sie schon mehr. Dieses Leck muss repariert werden. Und ein Streichen der Mehrwertsteuer auf Strom, Gas, Sprit und Lebensmittel oder Preisdeckel sind eine dringend erforderliche Notbremse, die Österreich so dringend jetzt bräuchte. Und viele fragen sich, warum ziehen Sie diese Notbremse nicht? Und wenn der Bundeskanzler heute da wäre, würde ich ihn auch fragen, warum eigentlich nicht? Und ich würde ihm ein Beispiel zeigen, wo klar wird, dass Ihr Paket, nämlich das Paket der Regierung, nicht ausreicht. Mir hat eine Pensionistin aus Niederösterreich geschrieben, die in einem kleinen, völlig normalen Einfamilienhaus mit einer normalen Pension, ASVG-Pension lebt. Sie hat eine Gasnachzahlung aktuell von 2.300 Euro. Der Preis hat sich verdreifacht. Sie hat eine Vorschreibung demnach fürs nächste Jahr, die um 4.000 Euro gestiegen ist. 4.000 Euro. Und wir reden hier nur von Gas. Wir reden auch nicht von Strom- oder Lebensmittelsteigerungen. Und bis Mitte 2023 zahlt diese Pensionistin für das Gas 800 Euro mehr Umsatzsteuer an Sie, Herr Finanzminister. 800 Euro für diese Preissteigerungen. Und Sie geben ihr Einmalzahlungen im Herbst zurück. Das reicht bei weitem nicht aus. Und dieses Beispiel zeigt, dieses Beispiel alleine zeigt, dass Ihre Einmalzahlungen ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Und wenn der Kanzler heute da wäre, dann würde ich ihm auch sagen, dass die Spitzenverdiener und Spitzenverdienerinnen dieses Landes durch ihr Regierungspaket Tausende Euro zurückbekommen. Ist das sozial treffsicher? Ist das fair? Ist das gerecht? Nein, es ist nicht sozial treffsicher. Es ist nicht gerecht, wenn ein Bundeskanzler oder Abgeordnete dieses Hauses in den nächsten Jahren bis zu 6.000 Euro aus ihrem Paket bekommen. Und eine Pensionistin mit 1.200 Euro Pension pro Monat nur weniger als ein Drittel. Das ist nicht gerecht. Und das ist nicht treffsicher. Und ich denke, Sie sollten auch erkennen, dass sich das irgendwann nicht mehr ausgeht. Das geht sich nicht mehr aus. Und es ist Gift für unsere Gesellschaft. Es ist nicht nur Gift für die Einzelnen, die existenzielle Probleme haben. Weil es ist wichtig, dass wir in der Gesellschaft einen Ausgleich schaffen. Aber es ist auch Gift für unsere Wirtschaft, weil die Kaufkraft fehlt. Sie bricht weg. Und ich frage mich, warum Sie das nicht sehen, wie fatal das für Österreichs Zukunft ist. Weil ich will ein Österreich, das zusammenhält, wo jeder Verantwortung übernimmt, gerade in so schwierigen Zeiten. Und ein Österreich, wo diese Schieflagen beseitigt werden und wo es einen fairen Ausgleich gibt. Und ich will, dass die Übergewinne, diese ungerechtfertigten Übergewinne der Energiekonzerne endlich abgeschöpft werden, Herr Finanzminister. Damit wirksame Antiteuerungsmaßnahmen nachhaltig finanziert werden können. Und damit wir auch das halbe Geld davon in erneuerbare Energie investieren können. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt heute zwei Pakete. Heute liegen zwei Pakete in diesem Hohen Haus zur Abstimmung vor. Das erste Paket der Bundesregierung, eines, das aus Einmalzahlungen besteht, die verpuffen und die nicht ausreichen. Und ein zweites Paket, das der Sozialdemokratie das Mut hat, das vorausschaut, das ins System eingreift, die Preise senkt und damit diese Inflation abdämpft. Und die Österreicherinnen und Österreicher, die wissen, was das Richtige jetzt wäre. Weil in der bereits erwähnten Straßenbefragung gibt es eine Dame, die gesagt hat, ich wäre für echte Preissenkungen seines Lebensmittels, egal was es ist, wirklich echte Preissenkungen. Vielen Dank. Danke, Herr Präsident, Herr Vizekanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Rendi-Wagner, wissen Sie, was wirklich skandalös ist? Dass Sie anscheinend keiner dieser Maßnahmen mittragen. Und Sie sagen, eine halbherzige Symptombekämpfung. Also 5 Milliarden Euro für die Menschen in diesem Lande, die jetzt auch diese Unterstützung notwendig brauchen. Und deshalb haben wir heute diese Sondersitzung. Deshalb haben wir diese Sondersitzung, dass mit Mitte des Jahres die ersten Maßnahmen in Kraft treten können. Dann stellen Sie sich hierher und sagen, das ist eine halbherzige Symptombekämpfung. Wissen Sie was? Entschuldigen Sie sich bei der Bevölkerung, Frau Kollegin Rendi-Wagner. Entschuldigen Sie sich dafür. Und das Zweite, was Sie vorschlagen, ist Steuersenkungen auf Lebensmittel. Können Sie der Pensionistin, den Sie vorgelesen haben, erklären, wieso Sie als Parteivorsitzende der SPÖ und Klubupfrau die Semmel, das Brot, die Milch billiger einkaufen sollen können? Können Sie das einem Mindestpensionisten erklären, gerade die SPÖ und Not dazu, die Garantie nicht hat dazu, dass das auch weitergegeben wird auf die Kundinnen und Kunden in den Geschäften? Das können Sie nämlich nicht. Und ich lebe an der bayerischen Grenze und die Deutschen haben Senkungen gemacht bei der Mineralölsteuer. Wissen Sie, was das gewesen ist? Ein schlechter Scherz, weil es nicht angekommen ist bei den Menschen, wie man jetzt sieht. Also hören Sie auf mit diesen Voodoo-Vorschlägen, diesen ökonomischen. Wir beschließen Geld, das direkt zu den Menschen kommt, weil wir es ihnen überweisen. Und zwar als erste Maßnahme eine zusätzliche Familienbeihilfe. 180 Euro pro Kind wird im August mit der Familienbeihilfe zusätzlich überwiesen. Wenn man zwei Kinder hat, sind das 360 Euro. Und da stimmen Sie nicht mit und da gehen Sie nicht mit. Familien mit Kindern, die besonders unter Druck stehen und natürlich auch die Teuerung zu spüren kommen, da geht die Sozialdemokratie nicht mit. Na, da bin ich gespannt, wie Sie das im Dauerbetrieb erklären. 360 Euro bei zwei Kindern, Mitte August dazu, das ist Handschrift dieser Bundesregierung. Zu dem stehen wir und wir zahlen das Geld an die Menschen aus. Ein Absetzbetrag, ein Absetzbetrag besonders zwischen Einkommen zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Dort ist die Not am Größen. Das sind jene, die wenig verdienen. Da ist der Mindestlohn dabei mit 1.500 Euro. Da sind viele hunderttausende Pensionistinnen und Pensionisten dabei. Und wir garantieren im Rahmen zwischen 1.200 und 1.800 Euro 500 Euro als zusätzliche Einmalzahlung noch im Sommer für die Pensionistinnen und Pensionisten. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die kleinen Unternehmer, die EPOler, werden das bekommen. Mit der Veranlagung dann aber für das heutige Jahr wirksam. Und die Pensionistinnen und Pensionisten bekommen das Ende August ausbezahlt. Dann erklären Sie einmal einem Pensionisten mit 1.500 Euro, warum der diese 500 Euro nicht bekommen soll. Wir geben das Geld den Menschen zurück, was ihnen die Inflation und die Teuerung weggenommen haben. Und Sie brauchen das auf raschem Wege. Deshalb ist die heutige Sitzung da. Und deshalb beschließen Sie bitte diese Maßnahmen mit. Das können Sie ja selber nicht mehr erklären, wenn Sie das nicht bitte unterstützen. Und wir haben besonders betroffene Gruppen. Im Übrigen, wir haben bereits zwei Pakete verabschiedet gegen die Teuerung mit rund 4 Milliarden Euro. Und wo haben wir begonnen? Bereits im Dezember. Bereits im Dezember. Wo haben wir begonnen? Bei jenen, die ganz wenig haben. Mindestpensionistinnen, Arbeitslose, Mindestsicherungsbezieher. Die haben schon 300 Euro, jetzt bekommen sie noch einmal 300 Euro. Weil es notwendig ist, jenen auch, die besonders darunter leiden, die besonders betroffen sind von der Teuerung, ihnen das Geld zu geben. Und das Geld hat kein Marschall, meine Damen und Herren. Und ich brauche nicht Konstruktionen wählen, wo ich nicht garantieren kann, dass das Geld bei den Menschen auch ankommt. Das kommt dann, weil es wird ihnen auf das Konto überwiesen. Also nur einmal 300 Euro für jene Gruppen, die sozial sozusagen am bedürftigsten sind. Da kommen noch einmal 300 Euro hin. Und das wird auch im Sommer noch überwiesen. Applaus Und dann ist das zweite große Paket, der Klimabonus mit dem Bonus gegen der Antiteuerung, der auf 500 Euro pro Person aufgestockt wurde. Für die Kinder gibt es die Hälfte oder pro Kind gibt es 250 Euro. Also eine vierköpfige Familie bekommt 1.500 Euro überwiesen Anfang Oktober. 1.500 Euro. Das ist bei einem Mindestlohnbezieher ein zusätzlicher Gehalt. 1.000, 1.500 Euro. Was tut die SPÖ, das stimmt nicht mit. Es ist unglaublich. 1.500 Euro. Und zugleich verschieben wir die CO2-Bepreisung auf dieses Datum, weil natürlich immer auch ausgemacht war, dass das gemeinsam in Kraft tritt, sowohl die ökosoziale Steuerreform in diesem Bereich mit dem Klimabonus. Aber sei an dieser Stelle erwähnt, dass in wenigen Tagen, nämlich mit 1. Juli, auch die Steuerentlastung in Kraft tritt. Der zweite Satz wird abgesenkt von 35 auf 30 Prozent, wo man bis zu 650 Euro pro Jahr als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückbekommt. Also, wir haben zwei Pakete gegen die Teuerung im Frühjahr gemacht mit rund 4 Milliarden Euro. Wir haben eine Steuerentlastung, die jetzt beginnt am 1. Juli, wo die Steuersätze noch einmal gesenkt werden. Und der Familienbonus, den ziehen wir hier mit diesem Paket vor, von 1.500 auf 2.000 Euro. Und da bin ich gespannt, Herr Kickl, wie Sie abstimmen werden mit der FPÖ. Weil wir haben 1.500 Euro gemeinsam eingeführt in der Regierung. Also, wenn 1.500 Euro gut sind, dann können 2.000 Euro pro Kind nicht schlecht sein. Dieses Paket wird den Menschen helfen. Das ist auch notwendig und wir tun das auch. Und mit diesen Paketen insgesamt und die Steuerentlastung dazugegeben, können wir uns international wirklich sehen lassen. Wir helfen rasch, wir helfen zielgerichtet und wir helfen jenen Menschen, die es auch brauchen. Und nicht nur in einem Gießkannenprinzip, wo wir nicht sicherstellen können, ob auch diese Gelder bei den Menschen auch wirklich ankommen. Und was ist darüber hinaus in Planung? Und das möchte ich schon erwähnen. Weil die kalte Progression, das ist die schleichende Steuererhöhung durch die Gehaltsanpassungen. Die kalte Progression wird seit Jahrzehnten über alle Fraktionen hinweg diskutiert. Diese Bundesregierung schafft es jetzt, das auf den Weg zu bringen. Wir werden, ja, lieber Kollege Stöger, du warst zehn Jahre in der Regierung, zusammengebracht hast du nichts in diesem Bereich. Das ist auch einmal gesagt, aber heute ausmögen. Ja, ja, es gibt aber Ressortzuständigkeiten. Also jetzt gescheit der Herrin und zehn Jahre nichts auf den Weg bringen, das sind auch Eigenschaften, die in der Politik eigentlich nicht angebracht sind. Wir bringen die kalte Progression weg und zwar zu 100 Prozent und auch sozial gerecht, weil zwei Drittel auf die Stufen kommen und ein Drittel ist dafür soziale und familiäre Bedürfnisse, so wie wir es bei den Steuerentlastungen auch immer wieder umgesetzt haben. Aber es muss zurückgegeben werden. Es muss zurückgegeben werden. Und da bin ich stolz darauf, dass wir es schaffen, die kalte Progression abzuschaffen. Das geht jetzt in Begutachtung und wird im Herbst der Beschlusserfassung zugeführt. Das ist eine weitreichende Strukturreform im Bereich für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist Geld, das unmittelbar bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch ankommt. Wir schaffen die kalte Progression zu 100 Prozent ab. Und dann haben wir noch die Valorisierung der Sozialleistungen. Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld ist seit zwei Jahrzehnten nicht valorisiert worden. Das wird jetzt jährlich an den Index angepasst. Auch Studienbeihilfen, weil es eine Vielzahl an wichtigen Sozial- und Familienleistungen, die valorisiert werden. Und für die Wirtschaft haben wir ein eigenes Paket geschnürt, nämlich Senkung der Lohnnebenkosten. Der erste Teil ist da schon beinhaltet im Bereich der Unfallversicherung. Im Bereich vom Familienlastenausgleichsfonds wird es noch folgen. Insgesamt werden es 0,3 Prozent sein. Die Strompreiskompensation ist auf den Weg gebracht. Und für energieintensive Betriebe, insbesondere für Klein- und Mittelständische, wird es ein Paket von rund einer halben Milliarde geben, das wir auch hier zurückgeben können. Die Wirtschaft floriert. Das Problem ist, dass wir zu wenig Arbeitskräfte und Fachkräfte haben. Aber wir müssen jenen, die energieintensiv sehen, auch die Energiekosten zum Teil wieder zurückgeben. Das ist in diesem Paket beinhaltet. Und zu guter Letzt haben wir die Landwirtschaft mit einem eigenen Paket von 110 Millionen Euro. Die Landwirtschaft leidet unter hohen Preisen, sowohl beim Sprit als auch bei den Futtermitteln. Und natürlich ist uns die Landwirtschaft ein spezielles Anliegen, gerade auch in der Volkspartei. Die Bäuerinnen und Bauern decken uns täglich den Tisch mit hochqualitativen Lebensmitteln. Daher wird es ein Paket geben, wo rund 1.000 Euro pro Betrieb zur Auszahlung kommen werden, um diese Kosten auch abfedern zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Paket, das sich sehen lassen kann. Das sind Maßnahmen, die rasch wirken und helfen werden. Beginnend mit der zusätzlichen Familienbeilfe von 180 Euro im August. Dann kommen jene Gruppen, dann vor allem die Pensionistinnen und Pensionisten mit niedrigem Einkommen. Dann kommt der Klimabonus und dann die Tauerungsbonus in der Höhe von 500 Euro, beziehungsweise für Kinder 250. Und zu guter Letzt noch ein Beispiel. Wenn man eine Familie hernimmt mit drei Kindern, dann reden wir hier von kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen von 2.730 Euro. Wenn das Bruttoeinkommen der Eltern 3.000 beziehungsweise 1.800 Euro brutto beträgt. 2.730 Euro, wenn man den Klimabonus, den Absatzbetrag, die Familienbeihilfe und den erhöhten Familienbonus hernimmt. Meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, Frau Kollegin Randy Wagner, 2.730 Euro für diese fünfköpfige Familie, da stimmen Sie nicht mit, dann sei das Ihre Verantwortung. Aber wenn Sie von einem Leck in einem Schiff sprechen, dann müssen Sie, glaube ich, aufpassen, dass es Ihnen nicht einmal nass hereinrinnt, wenn man so die Zeitungen liest, dass Ihr Vorgänger gerade an einer Runde bastelt, um eventuell bei den nächsten Wahlen im Herbst 2024 anzutreten. Also schütten Sie nicht das Wasser in ein Boot, das auf hoher Seegut unterwegs ist und für die Menschen unterwegs ist, um auch das Geld dort hinzubringen, wo es hingehört. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht mit Ihrem Schienackl absaufen, wenn jemand anderer von hinten etwas hereinschüttet. Das war August Würginger von der ÖVP. Nächster ist Herbert Kickl von der FPÖ. Alice Stöger von der SPÖ hat sich auch bereit gemacht. Sie begrüßen bei uns, herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Sitzung. Und ganz herzlich auch für das Parlament, so wichtig, die Studenten der Studienrichtung Gebärdentolmetsch. Herzlich willkommen, unsere Dolmetscher-Sitzung dort oben. Zu Wort gemeldet ist zu einer tatsächlichen Berichtigung der Abgeordnete Stöger. Bitte sehr. Ehemaliger Sozialminister der SPÖ, Alois Stöger. Danke, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren der Bundesregierung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schüler, liebe Studentinnen und Studenten. Im Parlament muss man auch manchmal etwas richtigstellen. Der Herr Abgeordnete Klubobmann Wöginger hat in seiner Rede behauptet, dass es nicht möglich ist, Steuersenkungen im Verkaufspreis weiterzugeben. Herr Abgeordneter Wöginger, das ist unrichtig. Der richtige Sachverhalt ist, dieses Haus ist Gesetzgeber und der Gesetzgeber kann eine Regelung beschließen, wenn man Steuersenkungen macht, dass man diesen Preis weitergibt. Ich lade den Herrn Abgeordneten Wöginger ein, den Paragrafen 16 des Preisgesetzes des Jahres 1996 zu lesen. Da wäre eine solche Regelung drinnen und wenn die Sozialdemokratie an der Macht wäre, dann würde dieser Paragraf wieder eingeführt werden, damit man Preissenkungen auch durchsetzen kann. Weiteres hat der Herr Abgeordnete Wöginger berichtet, dass Sie die Sozialleistungen senken wollen, wollen kann man viel. Tatsache ist, dass heute im Parlament ein diesbezüglicher Antrag nicht vorliegt. So, jetzt kommt Herbert Kickl noch einmal dran. Ein politisches Statement. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kickl. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank Hohes Haus. Österreich hat ein riesengroßes Problem und das riesengroße Problem besteht darin, dass weder die regierenden Parteien noch die Scheinopposition aus Rot und Rosarot die eigentliche Problemlage erkennt. Und jetzt darf ich Sie an etwas erinnern, jetzt darf ich Sie an etwas erinnern. Ich habe am 24. Februar dieses Jahres, also am Beginn des Kriegs in der Ukraine, hier bei einer Rede einen Satz des chinesischen Generals und Philosophen oder Strategen Sun Xi zitiert, der da lautet, wenn du nicht stark bist, dann sei klug. Und ich habe mit diesem Satz einen Appell an Sie gerichtet. Ich habe einen Appell an Sie gerichtet in die Richtung, gehen Sie doch nicht her und fahren Sie Hals über Kopf in ein Abenteuer hinein, bewahren Sie kühlen Kopf, bewahren Sie den Überblick und denken Sie die Dinge zu Ende, bevor Sie politische Entscheidungen treffen, die uns in absehbarer Zeit alle auf den Kopf fallen werden. Und mein Hauptargument war, dass doch Ihr vornehmstes Ziel nicht die Hereinholung der Ukraine in die Europäische Union oder sonst was sein kann, sondern der Schutz der österreichischen Bevölkerung sicherheitspolitisch, neutralitätspolitisch, vor allem aber auch, wenn es darum geht, den Wohlstand in der eigenen Bevölkerung zu erhalten. Sie haben nichts davon begriffen. Klug wäre es gewesen, vor den Sanktionen, Kollege Wöginger, vor den Sanktionen darüber nachzudenken, ob denn Österreich und die Europäische Union, ob die wirklich so stark sind oder ob sie nicht vielleicht viel mehr schwach und verletzlich sind bei all dem, was Sie da angeleiert haben. Die Frage hätte man vorher stellen müssen, bevor man hineintritt in eine Eskalationsspirale und sie jeden Tag weiter befeuert. Und seit damals erleben wir eine österreichische Bundesregierung, die im Einklang mit der Europäischen Union nicht nur nicht stark, sondern auch nicht klug ist. Und das ist das Brandgefährliche an dieser Kombination. Meine Damen und Herren von Seiten der Regierung und der Scheinopposition, Sie agieren wie ein trotziges Kind. Sie wollen mit dem Kopf durch die Wand und glauben, Ihr Kopf ist härter als der Beton, gegen den Sie rennen. Sie verhängen Sanktionen um Sanktionen. Immer mit dem gleichen Ergebnis, dass sich selbst mindestens genauso, wenn nicht noch mehr schaden als denjenigen, die Sie treffen wollen. Sie wissen doch ganz genau, dass die russische Währung so stark ist wie nie, während bei uns die Inflation galoppiert. Sie wissen ganz genau, dass die Russen mehr verdienen mit Öl und Gas als je zuvor, während bei uns die Speicher leer sind und jetzt Panikkäufe zu überteuerten Preisen stattfinden, um irgendwie ein grünes Licht in Richtung Winter zu bekommen. Und Sie wissen genau, dass das Ganze nicht in ein paar Wochen oder Monaten ausgestanden sein wird. Schauen Sie auf die Terminmärkte. Das ist derjenige Teil der Börse, wo heute schon die Energie verkauft und gekauft wird, die wir dann 2023 und 2024 bei uns in der Wirtschaft und in den Haushalten haben. Und es sind Horrorpreise, die dort zu bezahlen sind. Und das nächste Problem, das folgt auf den Fuß. Die Grundnahrungsmittel, die Getreidepreise sind hoch wie nie. Und während die Russen damit am Weltmarkt ihr Geld verdienen, zahlen wieder einmal die Europäer und allem voran die Österreicher. Sehen Sie, das ist die Klugheit der österreichischen Bundesregierung und all derer, die diesen fatalen Kurs mit unterstützen. Meine Damen und Herren, die Österreicher sind Opfer ihrer Scheinmoral. Ich sage deswegen ganz bewusst Scheinmoral, weil sie nirgendwo auf dieser Welt von einem Land Öl oder Gas bekommen, das nicht irgendwo aktuell einen Krieg führt, in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt ist oder in jüngerer Vergangenheit solche Kriege geführt hat. Also was soll das ganze Theater? Es ist eine Scheinmoral und die Rechnung zollen nicht Sie, Kollege Wöginger, sondern Abertausende Menschen da draußen, die sich das Leben nicht mehr leisten können. Und die heutige Abwesenheit des Bundeskanzlers, das ist ja geradezu eine unmissverständliche Botschaft an die ganzen Teuerungsopfer, an die Millionen Menschen im eigenen Land. Er richtet Ihnen damit klipp und klar aus, wenn er heute wieder fehlt. Liebe Österreicher, vollkommen klar, mir Karl Nehammer, mir bitte schön sind die Rockzipfel der Frau von der Leyen und der Frau EZB-Chefin Lagarde tausendmal näher als die Not der eigenen Landsleute. Das ist die Botschaft, die er heute mit seiner Abwesenheit ausrichtet. Und er richtet euch aus, liebe Österreicher, ich fühle mich in diesem erlauchten Kreis der selbsternannten europäischen Elite viel, viel wohler als im österreichischen Parlament, wo ich auch noch einen Gegenwind ins Gesicht bekomme. Es ist doch eine klare Botschaft. Das ist die Prioritätensetzung. Das ist die Prioritätensetzung des österreichischen Bundeskanzlers. Dieser Herr ist kein Kämpfer für die österreichischen Interessen. Das ist ein Schaf mehr in einer Herde von irrlichtenden europäischen Gestalten. Das gleiche mit dem Herdentrieb, wie wir es bei Corona erlebt haben, wo Sie jetzt versuchen, zurückzurudern. Meine Damen und Herren, der Schaden, der durch dieses Mitläufertum erzeugt wird, diese Wohlstandsvernichtung, die da produziert wird, durch diese falschen politischen Weichenstellungen, wo es auch in der Sozialdemokratie immer ganz leise ist, weil Sie überall mit dabei sind, den können Sie gar nicht abfedern mit irgendwelchen Paketen und Maßnahmen und Einmalzahlungen. Dieser Schaden wird immer viel, viel größer sein als das, was Sie hier zu reparieren versuchen. Und das geht in Ihr Hirnkastl einfach nicht hinein. Und das ist ein riesiges Problem, vor dem wir in Österreich stehen. Ja, Ihnen tut es nicht weh, der lacht da in der ersten Reihe. Ja, mit Ihrem Gehalt tut Ihnen das nicht weh. Aber draußen vor den Türen des Parlaments, da leben Menschen in diesem Land, in einem der reichsten Länder der Welt, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Und bitteschön, die pfeifen auch auf die Tipps der Frau Energieministerin, im Winter da die Heizung um zwei Grad hinunter zu drehen. Wissen Sie eigentlich, wie viele Leute im letzten Winter sich das Heizen schon gar nicht mehr leisten haben können? Das ist doch eine einzige Verhöhnung derer, die der Opfer ihrer Teuerungspolitik sind. Der Bundeskanzler, der hätte einen einzigen Auftrag in Brüssel, einen einzigen Auftrag, ohne Wenn und Aber, Stopp zu sagen zu diesen selbstzerstörerischen Sanktionen, zu dieser Politik, die alles an Wohlstand gefährdet und zerstört, was Generationen vor uns aufgebaut haben. Und er hätte dafür Verbündete zu suchen, weil nämlich hunderte Millionen Menschen in ganz Europa unter diesen negativen Folgen leiden. Hunderte Millionen Menschen fragen sich in der Zwischenzeit, Wofür müssen wir diese Not und dieses Elend ertragen? Für eine EU-Mitgliedschaft der Europäischen Union, weil wir einer kriegsführenden Nation keine Energie abnehmen können, wo doch alle anderen, wo wir jetzt den Ersatz besorgen, auch Kriege führen? Meine Damen und Herren, merken Sie, auf welchem Holzweg Sie hier unterwegs sind. Und der Bundeskanzler hätte ein Veto einzulegen gegen diesen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union, weil diese Europäische Union sich mit ihrem Erweiterungswahnsinn und vor allem auch mit der Währungsunion selbst permanent übernimmt und selbst permanent zweckentfremdet. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, mit dem Konstrukt, dem wir seinerzeit beigetreten sind. Das hat in der Zwischenzeit eine ganz andere grausame Dynamik, die uns alle nach unten reißt, eingenommen. Das wäre zu tun, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und es ist wichtig, auch einmal auf die Ursachen dieses ganzen Schlamassels einzugehen, den Sie da angeblich beheben wollen. Weil über diese Ursachen, das weiß ich schon, da reden Sie nicht gerne, weil Sie sie eben alle mitbefeuern. Und da drehen Sie dann, verdrehen Sie die Dinge, stellen falsche Kausalitäten her und so weiter und so weiter. Und jetzt zu Ihren Maßnahmen. Ich sage Ihnen, auch in diesem Bereich haben wir eine Mischung aus Unfähigkeit und einer gewissen Bösartigkeit. Was haben Sie denn bisher getan? Zuerst, Kollege Wöginger, gar nichts, gar nichts. Als wir schon lange gewarnt haben, dass da aufgrund der Lockdowns etwas auf uns zukommt, da sagt er, das stimmt nicht, da haben Sie eine Beobachtungskommission eingesetzt zur Preisbeobachtung. Wenn Sie einmal selber in einen Supermarkt gegangen wären und nicht die Kobra schicken würden, dann hätten Sie längst gewusst, wie die Preisentwicklung am Supermarkt und bei der Tankstelle ist. Und während Sie beobachtet haben, hat der Finanzminister kassiert. Das war die erste Phase. Reine Zeitverschwendung. Zweite Phase. Was haben Sie dann gemacht? So gut wie gar nichts. Dann sind die Mindisenkungen gekommen. Dann haben Sie im Energiebereich an ganz, ganz kleinen Schrauben herumgedreht. Die waren so klein, dass kein Mensch gewusst hat, dass es die überhaupt gibt. Folglich hat auch niemand etwas davon gespürt. Das war nicht einmal der Rede wert, diese Mikrooperationen, die Sie dann als große Entlastung ausgegeben haben. Und in diese zweite Phase fällt auch der bislang größte Geistesblitz. Das ist dieser Geniestreich dieses 150-Euro-Energiegutscheins, der so kompliziert ist, dass keiner weiß, wie man ihn einlösen soll. Und der irgendwann einmal daherkommt, Kollege Wöginger, nächstes Jahr, wenn was passiert ist? Wenn die Inflation schon wieder einen großen Teil von diesen 150 Euro weggefressen hat und mit dem Energiebonus, wenn die Leute jetzt die Rechnungen hunderte Euro oder tausende Euro begleichen, die Ihnen jetzt zugestellt werden, merken Sie, dass da etwas nicht zusammenpasst. Und jetzt kommen Sie mit einem großteils unausgegorenen Stückwerk zur Beschlussfassung. Ich rede jetzt nicht von der kalten Progression, ich weiß, das ist Ihr Lieblingsthema, aber die ist geplant für ersten, ersten kommenden Jahres. Na, Entschuldigung bitte, das ist noch mehr als ein halbes Jahr. Und dann schauen wir mal, ob das tatsächlich auch in Kraft tritt, ob Sie das Versprechen einhalten. Das hat überhaupt nichts mit einer Bekämpfung der Teuerung im Hier und Jetzt zu tun. Da vergeht ein halberes Jahr dazwischen. In diesem halben Jahr 0 Euro, 0 Cent aus der kalten Progression. Ich sage das nur einmal dazu. Sie machen was ganz was anderes. Sie kommen jetzt mit kurzfristigen Maßnahmen daher. Und dann schauen wir mal an, was kurzfristig bei Ihnen bedeutet. Jetzt glaubt man, heute oder morgen oder übermorgen. Nein, nein, in zwei Monaten, ein bisschen mehr als zwei Monaten, da wird das erste Geld ausbezahlt. Das ist die zusätzliche Familienbeihilfe in der Höhe von 180 Euro. Die soll man dann im August am Konto haben. Mehr als zwei Monate. Und für die ganz, ganz vielen Bürger, die gerade keine Kinder groß sind, dauert es sogar noch länger. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, Kollege Wöginger, zur Treffsicherheit. Weißt du, wer die Bezieher dieser Familienbeihilfe sind? Nein, ich sage es nur, zu 25 Prozent sind das gar keine Österreicher. Nur damit man das auch einmal in aller Klarheit sagt. Naja, das ist auch ein spezielles Förderungsprogramm. Ich sage es nur dazu. Also, das war der August. Dann heißt es weiter, ab September, ab September, man beachtet das ab, ab. Ja, in diesem Wort ab, da liegt eine gewisse Unschärfe drin. Ab September, sagt uns die Regierung, kommen dann 300 Euro für vulnerable Gruppen. Und da machen Sie den nächsten gedanklichen Fehler, Kollege Wöginger. Da machen Sie den nächsten Gedankenfehler. Wissen Sie, dass die Teuerung keinen Unterschied macht, ob jemand jetzt ein geringes Einkommen hat, weil er arbeitet und wenig verdient, oder ob jemand wenig Geld hat, weil er von der Arbeitslosen- oder von der Mindestsicherung leben wird? Du wirst mir doch recht geben, oder? Die Teuerung macht keinen Unterschied. Das Problem bei deiner Bekämpfungspolitik ist, dass nur diejenigen, die die Arbeitslose kassieren oder diejenigen, die die Mindestsicherung kassieren, diese 300 Euro bekommen, aber nicht diejenigen, die arbeiten gehen für ihr weniges Geld. Das ist ein gedanklicher Fehler, den ihr hier macht. Und jetzt sage ich dir noch etwas dazu. Es geht um die Mindestsicherung. Ich weiß, es hat auch Zeiten gegeben, da hast du es gerne gehört. Na ja, 60 Prozent derer, die die Mindestsicherung in Österreich beziehen, die haben einen Migrationshintergrund. Also das ist ein Ergebnis ihrer Zuwanderungspolitik über viele Jahre und Jahrzehnte. Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Das war der September. Dann kommt im August der Klimabonus. Großartig. Das ist nämlich dieselbe Zeit, wo die CO2-Steuer daherkommt. Und dann kommen 250 Euro Antiteuerungsbonus. Und jetzt, Kollege Wöginger, das ist interessant. Also wenn du dem Reichen die Semmel nicht vergönst, weil es ungerecht ist, warum gibst du ihm dann die 250 Euro für den Teuerungsbonus? Warum gibst du dem Reichen dann die 250 Euro für den Klimabonus? Das passt ja wieder hinten und vorne nicht zusammen. Und der gesamte Rest dieser sogenannten kurzfristigen Entlastung, das kommt dann alles im nächsten Jahr. So viel zum Thema Kurzfristigkeit und wer schnell hilft, hilft doppelt. Und jetzt kassieren Sie im vollen Umfang. Jeden Tag, jede Stunde, während wir da sitzen, kassieren Sie im Hier und Jetzt. Die Entlastung ist bruchstückhaft und kommt zitzerlweis, immer zeitlich verschoben. Und was vollkommen fehlt, das ist der entscheidende Punkt, Sie tun nichts, aber auch rein gar nichts, um auch nur einen einzigen Preis zu senken. Überhaupt nichts. Keine Preissenkung, keinen Preisdeckel bei den Grundnahrungsmitteln. Da schauen Sie nicht einmal hin. Das Problem interessiert sich nicht, dass die Leute jeden Tag beim Einkaufen haben. Ich verstehe das nicht, weil andere Länder vorgemacht haben, dass das geht. Man muss nur wollen, Kollege Wöginger, wollen. Das ist das entscheidende Wort. Kein Preisdeckel bei den Gebühren rund ums Wohnen, das ist alles in öffentlicher Hand, Kanal, Müll, Wasser. Das ist ein ordentlicher Preistreiber, unter dem die Leute leiden. Überhaupt nichts passiert in diesem Bereich. Kein Deckel bei den Energiepreisen fürs Heizen und für die Wirtschaft. Dabei brauchen die Menschen doch eine Planungssicherheit. Die müssen doch bitte wissen, was sie die Energie im nächsten Winter kosten wird. Die sind doch vollkommen diesen Spekulationen und diesen Wetten auf den internationalen Märkten ausgeliefert, von Ihnen im Stich gelassen. Warum machen Sie hier nichts? Und natürlich auch kein Preisdeckel bei Benzin und Diesel. Und ehrlich gesagt, ja, es ist wichtig, etwas für die Pendler zu tun, aber es sind halt viel mehr Leute, die auf das Auto angewiesen sind. Du sollst das eigentlich wissen, du kommst vom Land, lieber August. Das sind viel, viel mehr und die werden alle im Regen stehen gelassen. Und ich glaube, ihr vergesst es auch, dass sämtliche Waren und Dienstleistungen irgendwie transportiert werden müssen und dieser Transport dann eben mit Dieselfahrzeugen oder mit benzinbetriebenen Fahrzeugen funktioniert. Das schlägt sich auf den Endpreis. Das ist auch ein Beitrag zur Teuerung und ihr tut es gar nichts. Also Preise runter. Das wäre die Soforthilfe, die es wirklich braucht, die diesen Namen verdient. Und das spüren die Menschen jedes Mal an der Kasse. Und wir haben das zum wiederholten Male mit Anträgen, wiederholte Male hier herinnen auch eingefordert. Ihr wollt von all dem nichts wissen und das ist auch der Grund, warum die Menschen von euch nichts mehr wissen wollen. Das ist doch eine logische Konsequenz aus dem Ganzen. Und jetzt mein abschließender Satz, weil die Regierung das Zeug dazu nicht hat, mit ihrer stolzen Leistungsbilanz vor die Wähler hinzutreten und zu sagen, bitte beurteilt uns doch für all das, was wir aufgeführt haben in den letzten zwei Jahren. Wir haben ein gutes Gewissen. Wir haben hervorragend gearbeitet mit unseren Corona-Wahnsinnigkeiten und jetzt dann mit dieser halberen Schlafkur und mit dieser Zitzerl-Entlastungspolitik. Ja, da müssten Sie doch lieber heute als morgen wählen. Aber da fehlt Ihnen der Mum dazu und Sie wissen ganz genau, warum das so ist. Und deswegen setze ich jetzt meine Hoffnung auf einen Bundespräsidenten, auf einen gescheiten Bundespräsidenten, der als ersten Schritt eines macht, diese Regierung zu entlassen. Für den Ausdruck Ihrer lichtende Gestalten und den Vergleich mit dem Schaf erteile ich Ihnen einen Ordnungshof. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Maura, Klubobfrau Wara. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Vertreterinnen und Vertreter der Regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen, zu Hause und hier auf der Galerie. Wir erleben eine Zeitenwende, in der wir es mit mehreren Krisen gleichzeitig zu tun haben. Ein Krieg mitten in Europa, der nicht nur eine humanitäre Katastrophe darstellt, sondern uns auch die schmerzhaften Folgen unserer großen Abhängigkeit von russischem Gas vor Augen führt. Auf die beheerenden Auswirkungen, die diese verfehlte Energiepolitik die letzten Jahrzehnte auf unser Klima hat, haben wir Grüne schon lange hingewiesen. Und auch wenn der Ernst der Lage aus ökologischer Sicht noch nicht von allen hier anwesenden Abgeordneten wahrgenommen wird, In einem sind wir uns wohl spätestens jetzt einig. Die direkte Auswirkung der Energiekrise auf die massive Teuerung, die ist nicht zu leugnen. Und diese Situation erfordert entschiedenes Handeln, sie erfordert rasches Handeln und sie erfordert weitblickendes Handeln. Und all das macht die Bundesregierung hier mit diesem riesigen Entlastungspaket, das wir heute in ersten Teilen beschließen. Wir stellen in den nächsten Jahren nicht weniger als 28 Milliarden zur Verfügung, damit den Menschen in diesem Land mehr zum Leben bleibt. Und wir müssen auch in diesen großen Maßstäben denken und planen und handeln, denn wir werden die Folgen der Teuerung noch länger spüren in ganz Europa. Worum geht es? Es geht darum, Menschen in Österreich davor zu bewahren, in die Armut abzurutschen und den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Es geht darum, uns geht es darum, dass die Menschen schnell Geld auf ihren Konten haben und dass sie schnell entlastet werden. Das große Ziel dieses Entlastungspakets ist, dass wir schnell helfen, dass das Geld schnell auf den Konten ist, dass es spürbar Beträge sind für die Familien, die belastet sind von dieser Situation und dass wir sinnvolle Maßnahmen machen und nicht Maßnahmen, die letztlich verbuffen und keinen Effekt haben, wie beispielsweise die erwähnte Möstsenkung in Deutschland. Aber nicht zuletzt geht es auch darum, eine der Hauptursachen der Teuerung in den Griff zu bekommen und an der Wurzel zu packen. Und das ist selbstverständlich die massive Abhängigkeit von russischem Gas in Österreich. Und warum sind wir denn in dieser Situation? Wir sind in dieser Situation, weil die Regierungen der Vergangenheit von Sozialdemokratie unter sozialdemokratischen Kanzlern, unter der ÖVP und auch unter heftiger Beteiligung der Freiheitlichen die Abhängigkeit von Putin weiter verschärft haben. Und Herr Kickl, wenn Sie sich hier hinstellen, jemand, der bei Putin auf dem Schoß sitzt, braucht sicher nicht über andere Lästern, die angeblich an irgendwelchen Rockzipfeln hängen. Sie waren die Selfiejäger, die vor dem Kreml gestanden sind. Sie sind diejenigen, die auch jetzt sich weigern, ein klares Wort auszusprechen, was diesen Krieg eines gruppellosen Aggressors Putin betrifft. Sie betreiben Verharmlosung und würden am liebsten diese Politik immer noch weiter führen und die österreichische Bevölkerung noch weiter in die Abhängigkeit zu treiben, statt daran zu arbeiten, was die Lösung ist. Und was ist denn die Lösung? Wir haben in diesem Paket, wir haben, es geht hier, heute geht es um ein Entlastungspaket, aber selbstverständlich müssen wir auch an dieser Wurzel arbeiten. Und wir müssen raus aus russischem Öl und Gas. Und dementsprechend ist auch ein Teil dieses Pakets, das Erneuerbaren-Wärme-Gesetz, wo es darum geht, dass wir nicht so wie ursprünglich geplant, 2025, sondern schon 2023 keine neuen Gasheizungen in den Neubau einbauen. Weil es ist schlichtweg verantwortungslos, heute einer Familie einzureden. Es wäre eine gute Idee, noch einmal eine Gasheizung in ein neues Haus einzubauen. Damit treibt man die Familien in die weitere Abhängigkeit von Putin und natürlich auch in die weitere Situation mit entsprechend hoher Teuerung und Unsicherheit und einer hohen Belastung. Was machen wir jetzt in diesem Paket? Es sind die Punkte schon genannt worden, aber ich möchte schon ein bisschen darauf eingehen, was hier so an Anwürfen kommt. Also wir erinnern uns an eine Sozialministerin der Freiheitlichen, die geglaubt hat, man könnte von 150 Euro leben. Und es ist ein bisschen lächerlich, dass Sie sich jetzt hierherstellen und so tun, als wären die 28 Milliarden, die wir in die Hand nehmen und davon 5 Milliarden jetzt Geld, das ab August auf den Konten der Familien ankommt. Als wäre das nichts. Das ist mehr Geld. Die 180 Euro zusätzliche Familien bei Ilpe ist mehr Geld als das, was die FPÖ-Sozialministerin geglaubt hat mit ihren 150 Euro, wovon jemand leben kann. Wenn die Parteivorsitzende der SPÖ kritisiert, das würde nichts für die Alleinerzieherinnen getan. Ich habe hier ein Rechenbeispiel. Eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, Einkommen 2.000 Euro brutto. Was bekommt die? Die bekommt im Oktober 1.000 Euro Klimabonus. Sie bekommt im August 360 Euro Familienbeihilfe. Sie bekommt 375 Euro Teuerungsabsetzbetrag und 400 Euro Kindermehrbetrag. Das dient 2.135 Euro Entlastung. 2.135 Euro. Und sich da als SPÖ herzustellen und sich darüber lustig zu machen und zu sagen, das ist nichts, da muss ich fragen, na was hat denn die ehemalige Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner denn gemacht in ihrer Zeit als Frauenministerin für die Alleinerziehenden? Es sind wir Grüne, die wir die durchgesetzt haben, gemeinsam in dieser Bundesregierung, dass wir das Frauenbudget deutlich erhöht haben. Und auch die 300 Euro, die wir jetzt an die besonders Bedürftigen ausschütten im September, das ist Geld, das selbstverständlich auch wieder primär bei denen ankommt, die es am allerdringendsten brauchen. Die Frau Rendi-Wagner hat außerdem gemeint, wir sollten einen Mietpreisdeckel machen. Und dann muss man ja sagen, okay, wie ist es denn in Wien, wo die Stadt Wien 200.000 Wohnungen im direkten Besitz hat, in der direkten Verwaltung der Stadt? Die SPÖ regiert in Wien, da leben 500.000 Menschen. Die Pamela Rendi-Wagner fordert hier einen Preisdeckel. Na, was hat denn die Stadt Wien getan? Kein Preisdeckel. Also dort, wo Sie verantwortlich sind, dort erfüllen Sie das nicht, was Sie von uns fordern. Und genauso gelten natürlich die restlichen Maßnahmen. Also ich verstehe ja, dass dieses Paket in seiner Dimension groß ist. Ich verstehe auch, dass es der Job ist, der Opposition zu kritisieren. Aber dass Sie nicht einmal bei den Maßnahmen mitstimmen wollen, die Sie selber seit Jahren fordern, das ist ein bisschen absurd. Und es deutet wohl darauf hin, dass es hier nicht darum geht, ernsthaft den Menschen zu helfen, sondern politisches Kleingeld zu schlagen. Wenn Sie von einer Mehrwertsteuersenkung sprechen und gleichzeitig die Auszahlung des Klimabonus, der direkt auf den Konten landet, als Gießkanne verurteilen, dann verstehe ich nicht, wie das gehen soll. Es ist ja in der Mehrwertsteuersenkung auf die Preise ganz sicher nicht so, dass Sie bei der Kassa fragen, wie viel Einkommen die Person hat, die da jetzt gerade zahlen will und dann einen unterschiedlichen Preis bezahlt. Eine Mehrwertsteuersenkung, das wäre Gießkanne, liebe SPÖ. Wir haben als eines der ersten europäischen Länder bereits im Dezember ein erstes Antiteuerungspaket geschnürt, ein zweites beschlossen mit entsprechenden Senkungen der Ökostrompauschale, der Gasabgaben, der Elektrizitätsabgaben etc. Und jetzt haben wir ein weiteres riesiges Paket, das insbesondere auch langfristige, nachhaltige Maßnahmen beinhaltet, auch jahrelang gefordert und einem SPÖ-Kanzler nie herbekommen, die Valorisierung der Sozialleistungen. Ja, da können Sie schon schreien, Kollegin Holzleitner, es ist die Wahrheit. Sie haben rote Kanzler gestellt und haben es nicht herbekommen, dass Sozialleistungen valorisiert werden, beispielsweise die Familienbeihilfe. Ich möchte jetzt, also ich muss langsam zum Schluss kommen, weil meine Redezeit ist leider schon lang aus. Meine Kolleginnen werden Ihnen sicher weiter noch erläutern, was dieses Paket betrifft. Ich glaube, wir sind uns bei allen Differenzen einig. Wir müssen aktiv sein, was tun gegen die Teuerung. Und wir können nicht nur einen kleinen Schrauben drehen und dementsprechend legen wir so ein riesiges Paket vor. Wir müssen aber auch an den strukturellen Rahmenbedingungen arbeiten, raus aus Gas. Dementsprechend investieren wir so viel wie noch nie in den Ausbau der erneuerbaren Energien und kümmern uns darum, dass wir die Abhängigkeit von Putin, von einem skrupellosen Kriegstreiber endlich durchbrechen. Und ich lade alle anderen Fraktionen ein, nochmal bei dem Durchlesen der Beschlüsse, die heute hier anstehen, sich zu fragen, handele ich jetzt hier tatsächlich im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher oder vielleicht aus ein bisschen kleinlichem parteipolitischem Kalkül. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Widerstand überwinden und die Maßnahmen, die Sie jahrelang selber gefordert haben, jetzt endlich mit uns beschließen. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns mitten in einer Sondersitzung des Nationalrates zum Entlastungspaket der Bundesregierung. Weite Teile sollen ja davon heute beschlossen werden. Am Wort ist nun Nikolaus Scherag, Clubobfrau-Stellvertreter der NEOS. Ich finde, dass wir uns heute hier zu einer Sondersitzung zusammentreffen und über die dringend notwendige Entlastung für Menschen in diesem Land zu diskutieren. Weil wir alle wissen und Woche für Woche wird es augenscheinlicher, dass es so dringend ist, ein ernstzunehmendes, ein nachhaltiges Entlastungspaket zu schüren und insbesondere von Woche zu Woche diese Krise immer tiefer mitten in der Gesellschaft auch ankommt. Und wir haben unsere Ideen diesbezüglich für nachhaltige Entlastungen, sowohl was die kurzfristigen als auch die langfristigen Herausforderungen betrifft, schon länger vorgestellt. Für uns ist klar, es muss zuerst einmal die kalte Progression abgeschafft werden, damit alle Erwerbstätigen in diesem Land erstens ordentlich und zweitens auch nachhaltig entlastet werden. Und es ist seit Jahrzehnten ein vollkommen unwürdiges Schauspiel. Die Inflation steigt, die Löhne steigen glücklicherweise mit. Und der Herr Finanzminister, jetzt nicht nur der Finanzminister, sondern auch alle seine Vorgänger nehmen sich über diese heimliche Inflationssteuer noch ein zusätzliches Körbergeld von den Menschen weg und die Menschen haben real nachher weniger zur Verfügung, als sie vorher hatten. Damit muss endlich Schluss sein. Was es auch braucht, ist eine ordentliche Senkung der Lohnnebenkosten. Insbesondere die mittelständischen Betriebe sind jetzt in den Lohnverhandlungen natürlich vor einer immensen Herausforderung, weil es darum geht, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich mehr zahlen müssen bei der absurden Inflation. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich verdienen grundsätzlich zu wenig und kosten zu viel. Und jetzt durch die Inflation ist natürlich der Lohnabstoß noch einmal herausfordernder. Deswegen haben wir gefordert, dass der Staat zumindest jetzt einen Teil der Lohnnebenkosten übernimmt und damit einen nötigen Spielraum schafft. Und drittens, und das ist auch selbstverständlich, braucht es eine rasche und eine direkte Unterstützung für diejenigen, die es sich wirklich nicht mehr leisten können, für die ärmsten Haushalte, am besten aus unserer Sicht mit einer Negativsteuer und natürlich dort, wo es notwendig ist, auch mit Einmalzahlungen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was die Bundesregierung hier heute vorlegt. Zugegebenermaßen, da sind positive Dinge dabei. Es ist richtig, dass es Teuerungsabsatzbeträge geben wird für Geringverdiener. Es ist richtig, dass es Einmalzahlungen geben wird. Es ist richtig, dass es Teuerungsausgleiche geben wird. Und wir werden auch in dem Zusammenhang hier getrennte Abstimmungen verlangen, weil wir überzeugt sind, dass man diese Dinge umsetzen muss. Das Problem ist, und das ist das, was in der Mehrzahl hier vorliegt, ist es leider ein Paket aus Gutscheinen, aus Boni. Und es ist natürlich ein Paket, wo mit der Gießkanne an alle Geld verteilt wird. Und das ist schlichtweg falsch. Es ist nichts anderes als Helikoptergeld, das Sie hier ausschütten. Es ist Helikoptergeld insbesondere dort, wo es um den Klimabonus geht und den zusätzlichen Teuerungsbonus. Und Herr Kollege Wöginger und Frau Kollegin Maurer, weil Sie zu Recht der SPÖ vorwerfen, dass das populistisch ist und mit der Gießkanne wäre, wenn man die Mehrwertsteuersenkungen auch entsprechend durchfüllt. Genau das Gleiche machen Sie mit Ihrem Klimabonus und mit Ihrem Antiteuerungsbonus auch. Es ist nichts anderes, als mit der Gießkanne Geld zu verteilen. Das kriegen alle, das kriegen Sie, das kriegt der Herr Kollege Wöginger und das kriegen alle Abgeordneten in diesem Haus auch. Das ist falsch und undifferenziert. Und darüber hinaus, das, was Sie gar nicht bedenken, ist, dass Sie mit diesem Boni natürlich die Inflation auch noch zusätzlich befeuern. Jetzt kommen wir zu dem, was heute gar nicht vorliegt. Das ist die Abschaffung der kalten Progression. Und jetzt nehme ich einfach mal zur Kenntnis, dass Sie dazu bis Herbst brauchen, weil Sie es ordentlich machen wollen und nicht verpfuschen. Und dann es vielleicht auch wirklich passiert. Wenn man es einfach machen wird, könnte man es heute auch abschaffen. Es wäre nämlich die komplette Abschaffung der kalten Progression. Aber das wollen Sie nicht, Herr Finanzminister. Sie bleiben dabei, dass Sie es nicht rückwirkend wollen. Und Sie bleiben dabei, dass Sie es nicht komplett abschaffen wollen. Jetzt werden Sie dann nach mir wieder mit dem Einwand kommen. Das stimmt ja nicht. Sie wollen es eh komplett abschaffen. Und ich liege da falsch. Das Problem ist, Ihr Einwand stimmt halt nicht. Weil was Sie tun, ist, dass Sie die kalte Progression nur zu zwei Drittel automatisch zurückgeben und das letzte Drittel weiterhin nach Gutdünken verteilen wollen. Es wird weiterhin so sein, dass Sie den Menschen auch entsprechend mit der Inflationssteuer Geld wegnehmen und Ihnen nicht alles zurückgeben. Und Herr Finanzminister, um es Ihnen klar vorzuführen, wenn ich jetzt zu Ihnen hingehe, Ihnen heimlich 100 Euro aus der Tasche ziehe und nachher zu Ihnen zurückkomme und sage, hier haben Sie 67 und das restliche Geld verteile ich auf alle anderen hier auf der Regierungsbank, dann fänden Sie das auch nicht gerecht, weil Sie zu Recht die 100 Euro, die ich Ihnen weggenommen habe, auch gerne wieder hätten. Was Sie tun, ist nicht gerecht und es ist keine komplette Abschaffung der kalten Progression. Im Übrigen, und das ist das Nächste, es ist bis jetzt eine Ankündigung, dass Sie die kalte Progression abschaffen werden und nichts mehr. Ich bin sehr froh, dass es die Ankündigung gibt. Ich empfinde das als ein Tappensieg von uns NEOS. Wir haben das seit zehn Jahren jetzt fast gefordert. Aber Fakt ist, es liegt noch kein Gesetzesentwurf vor und ich werde nachher noch einen Antrag einbringen, damit es nicht bei diesen Ankündigungen bleibt, sondern die kalte Progression auch im Herbst wirklich abgeschafft wird. Und der Klubmann-Wöginger hat vorher so in Richtung SPÖ gerufen, irgendwas von Ressortzuständigkeit und dass das seit vielen Jahren diskutiert wird. Das ist richtig. Ich kann die ÖVP an die Ressortzuständigkeit erinnern. Und seit 2003 sitzen ÖVP-Finanzminister auf der Regierungsbank, immer Mitglieder der ÖVP. Und dann, jetzt nach 20 Jahren knapp, plötzlich wiederum anzukündigen, so wie alle Vorgänger vom Herrn Finanzminister Brunner, dass die kalte Progression jetzt abgeschafft wird, da müssen Sie sich doch nicht wundern, dass das nicht sonderlich glaubwürdig ist. Insbesondere, insbesondere nicht sonderlich glaubwürdig, weil es dieser Finanzminister, der Herr Finanzminister Brunner war, der vor ein paar Monaten noch gesagt hat, na ja, wenn man die kalte Progression abschafft, dann bevorzugt man Besserverdiener. Deswegen will er es lieber nicht machen. Also erstens glaube ich, dass es kompletter Unsinn ist, dass man hier Besserverdiener bevorzugt. Und zweitens lässt es halt nicht sonderlich die Glaubwürdigkeit zurück. Und jetzt, Herr Finanzminister, jetzt kommen Sie noch mit der Forderung der Verfassungsmehrheit um die Ecke. Und da merkt man schon einigermaßen, dass Sie kalte Füße bekommen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es nirgendwo sonst gerechtfertigter ist, etwas in den Verfassungsrang zu heben, weil die schleichende Inflationssteuer, das heimliche Geldwegnehmen von Menschen, natürlich endlich beendet werden muss, dass nicht ein Nachfolger von Ihnen dann vielleicht wieder draufkommt, dass es vielleicht doch gern hätte. Aber ich bin auch schon lang genug in diesem hohen Haus, um zu wissen, wie die ÖVP sich Hintertüren aufmacht. Und wenn man sich hinstellt und sagt, man hätte gerne eine Verfassungsmehrheit für die Abschaffung der kalten Progression, dann ist das natürlich die beste Hintertür, um dann im Herbst zu kommen und zu sagen, na ja, die Freiheitlichen und die SPÖ, die wollten doch nicht mitgehen. Wir können die kalte Progression vielleicht doch nicht abschaffen. Also, Herr Finanzminister, was mich interessieren würde, was ist denn, wenn SPÖ und FPÖ sagen, es gibt keine Verfassungsmehrheit? Dann machen Sie es einfach gesetzlich. Der Herr Finanzminister hat gerade versprochen, so verstehe ich das, dass es einfach gesetzlich gemacht wird. Ich gehe einmal davon aus, dass die kalte Progression auch dann abgeschafft wird. Das freut mich, dass wir das in der Debatte hier klären konnten. Herr Finanzminister, dass Sie das versprechen, aber nachhaltig dann auch nicht vergessen, bringe ich noch folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wollte beschließen. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage vorzulegen, für die die kalte Progression rückwirkend mit 01.01.2022 abschafft, indem die Steuertarifstufen des § 33 Absatz 1 EStG 1988 jährlich an die Inflation angepasst werden. Der Herr Finanzminister hat mir zugeraunt, das macht er nicht. Ja, er bleibt dabei. Die kalte Progression wird nicht rückwirkend abgeschafft. Das ist ein riesiger Fehler, weil damit könnten Sie alle Menschen ernsthaft in diesem Land entlasten. Erinnern Sie sich im Herbst, was ich gesagt habe, und schaffen Sie die kalte Progression endlich ab. Wie schon die Kollegen der Opposition finden auch die Neos das Paket der Regierung nicht ausreichend. Die Abschaffung der kalten Progression und die Senkung der Lohnnebenkosten sind das dringendste Anliegen, so Scherag. Die für Herbst geplante Abschaffung der kalten Progression sei keine absolute Abschaffung, man wolle eine rückwirkende. Und die Neos wollen über die Entlastungspunkte einzeln abstimmen. Am Wort ist nun Vizekanzler Kogler. Sie werden es insofern am parlamentarischen Erfolg erreichen, als Sie auf einige dieser schriftlich dargestellten Argumente, weiß ich nicht, ob man sagen kann, aber zumindest nicht begründete Forderungen immerhin. Es ist eine halbe Minute, haben wir vereinbart, es sind noch zehn Sekunden. Wir können es kaum erwarten. Danke. Sie dürfen es wieder abnehmen, bitte. Ja, bitte. Herr Vizekanzler. Ja, tatsächlich, wir leben in Zeiten großer Veränderungen und großer Krisen, und zwar gleichzeitig großer Krisen. Und zwar in einer Art und Weise, wie Sie schon lange, jedenfalls in der Nachkriegsgeschichte, wahrscheinlich kaum, jedenfalls lange nicht da gewesen sind. Und erlauben Sie mir das Ringen und die Abwägungsfragen, die wir hier in der Bundesregierung gemacht haben, nachdem es sechs Ministerinnen und Minister mit mir sind hier da, die werden auch alle Stellung nehmen können in den Einzelbereichen, aber ich will mir mal ein Gesamtbild geben, weil die Sache ein bisschen differenzierter ist, als Sie manchmal aus dem Privileg von Oppositionsreden hier, ich kann das ja sehr schätzen, am Rednerpult des Nationalrats, zum Ausdruck kommen. Es mag ja immer im Einzelnen was richtig sein, aber es geht um eine Gesamtbetrachtung und um eine Gesamtabwägung, und die wollte ich Ihnen nicht ganz verheimlichen. Aber zunächst, wo kommt vieles her? Es ist in erster Linie, wenn wir jetzt von Teuerungs, ja, und ich sage auch in Wahrheit sprachlich korrekt, müsste man sagen, Teuerungsausgleichspaket, Antiteuerungspaket, geht ein bisschen an der Sache vorbei tatsächlich, weil man die Teuerung als solche, das ist ja unsere These, nicht ohne weiteres erschlagen kann. Das sollten aber auch Sie zur Kenntnis nehmen. Man kann was tun, und welche Maßnahmen die zielgerichtesten sind, darüber tauschen wir uns ja gerade aus. Aber ein Entlastungspaket, ein Teuerungsausgleichspaket, manche haben gemeint, das müsste Ihnen eigentlich gut passen, von der Sozialdemokratie, ein Geld-zurück-Paket, nachdem die Inflation jetzt erst mal Geld kostet und tatsächlich mehr in die Staatskassen spült. So weit, so richtig. Aber kommen wir auf die Ursachen, auf diese Fossilinflation und auf die Abhängigmachung dieses Landes von einem Aggressor, wo man schon seit 2007, 2008, 2009 gesehen hat, dass dieser Aggressor, nämlich Putin, niemals davor zurückschrecken wird, Energielieferungen als Waffe einzusetzen, jedenfalls gegenüber Europa, weil die Zerstörung der Europäischen Union mit ihren Werten das Ziel Putins ist. Das sollten Sie einmal begreifen, auch von der Sozialdemokratie. Und diese Anbiederung und alles dieses, was da passiert ist, das mag man verstehen, aus der Tradition, und man muss immer mit allen reden, auch jetzt, alles richtig, aber dass man das nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte, weil wir haben uns alles rausgesucht, was seit diesen Jahren passiert ist, auch seit dem berühmten Jahr 2014, wo die Krim schon annektiert wurde, wo eigentlich schon völkerrechtswidrig in der Ostukraine, wo jetzt die Massaker, die Tötungen, die Vergewaltigungen stattfinden, wo es damals schon losgegangen ist. Und wo waren Sie und Sie, Sie waren mit dabei, bei diesem roten Teppich ausrollen. Ja, ich habe Ihnen das vorgehalten. Das ist ja das, warum wir jetzt glaubwürdig sind. Und viele Regierungen haben uns da reingeritten und diese Regierung versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Nehmen Sie das einmal zur Kenntnis. Fahren Sie, Herr Kickl, ja, fahren Sie in den Donbass und machen Sie dort Ihre Selfies, dort, wo gemordet und vergewaltigt wird. Und dann soll in dieser Situation die Europäische Union so tun, als ob nichts gewesen wäre. Das ist Ihr Ratschlag. Ja, und diese Haltung kostet was. Sollen wir uns die Haltung deshalb ersparen? Nein, das tun wir nicht. Das ist doch die Auseinandersetzung. Viele Verantwortungspolitikerinnen und Politiker in Europa haben gesagt, es waren ja nicht nur die Grünen. Es haben doch viele gesagt, über viele Parteigrenzen hinweg, dieses wird uns was kosten. Dieses wird Gesellschaften in Europa zumindest vorübergehend, man kann sie ausdifferenzieren, ärmer machen. Insgesamt. Deshalb ist es doch die Aufgabe, jetzt, hier und heute, und das führt dann auch zum Instrumentenkoffer dieser Bundesregierung, zielgerichtet, möglichst ganz genau, geht es eh nicht zu helfen und nicht über alle, alles drüber. Wie es Mehrwertsteuersenkungen wohl wären, sollten Sie ankommen. Aber ich habe Ihnen ja versprochen, ich gehe auf Ihre Tafelargumente ein, ehrlicherweise nämlich. Aber zunächst einmal zum Ausgangspunkt vom Alm. Und deshalb gehört ja in der mittleren und längeren Frist, kurzfristig ist das nicht möglich bei Gas, wir wissen das. Und deshalb sind wir da auch ein bisschen emotional, wenn uns genau jene ausrichten, wie es geht, die uns da jetzt überhaupt wieder besseres Wissen und wieder besseren Rats hineingeritten haben. Sorry, Abgeordnete. Das muss sein. Und das bezieht sich bei Weitem nicht nur auf Parteien, die mit Selfie-Jäger vor dem Kreml basiert haben. Sie sollten nur einmal offenlegen, wo Sie Ihre Parteifinanzierungen herhaben, aber das ist ein Thema, das Sie ja hier im Haus behandeln. Auch da, auch da kriegen Sie den Verdacht nicht weg, dass Sie hier als Agenten von Putin im österreichischen Nationalrat sitzen und das passt ja nur dazu, dass Sie die Rede des ukrainischen Parlamentspräsidenten hier vor kurzer Zeit boykottiert haben. Also gehen Sie mal in sich und halten Sie uns jetzt mit Ihren Zwischenrufen nicht auf. Ja, aber die Sache selber ist nicht so einfach. Ja, das ist so. Da muss man ehrlich sein. Es ist tatsächlich so, dass diese Teuerung noch länger anhalten wird. Es ist, ja, da würde ich dem Kollegen und Abgeordneten Kickl, die Kollegen war da nicht, recht geben. Da wird sich noch aufgrund dieser Preisentwicklungen, gerade im Energiebereich, das noch bis zu weiteren Gütern, auch bis hin zu den Lebensmitteln noch einmal, weiter fortsetzen. Wir haben das aber schon Ende Februar gesagt, dass da noch einiges auf uns zukommen wird. Es bleibt ja trotzdem, es ist ja schon mal gut, wenn wir uns schon über die Analyse nicht einig sind, sondern vielleicht über ein paar Konsequenzen dieses Vorgangs. Dann können wir vielleicht darüber reden, was die geeigneten Maßnahmen sind. Weil das steht ja hier im Fokus dieser Novellen und Gesetzespakete, die bei Ihnen hier jetzt vorliegen. Also ich sagte Ausgleichspaket, Entlastungspaket. Jetzt kann man natürlich darüber reden, wenn wir das Phänomen beobachten. Wie versuchen wir dem beizukommen? Und ich bin mir nicht sicher, ob das ursachenbekämpfend ist, was so verlockend ausschaut. Mir ist es ja auch so gegangen. Mehrwertsteuersenkungen, Preisdeckeln. Ich behaupte ja nicht, dass man das nicht denken soll oder in Erwägung ziehen soll. Machen wir ja alles. Da oder dort könnte es vielleicht was auch helfen. Aber ich sage Ihnen was. Die Gefahr und wie viel eine Mehrwertsteuersenkung in einem großen Stil, die dann wirklich aber den Haushalten und Menschen mit geringerem Einkommen was bewegen würde, trifft einmal alle anderen auch. Die viel mehr, die konsumieren ja auch viel mehr. Sie konsumieren ja auch die teureren Produkte. Da fängt es schon mal an. Und die Gefahr, wir haben ja diese Marktanalysen gemacht, die Gefahr, dass nur ein geringer Teil oder gar nichts davon weitergegeben wird, ist eine sehr große. Hundertprozentig kann es ja eh keiner sagen. Wieder beglückwünschen wir alle, die in dieser Situation genau wissen, wo es richtig ist und wie es geht. Ich zähle mich nicht dazu. Es geht hier um Abwägungen, um Einschätzungen und genau das machen wir. Aber immerhin, wir haben uns mit ganz vielen Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforschern auseinandergesetzt und die haben uns ja auch beraten. Und jetzt würde ich mir schon einmal erwarten, dass sich auch die Abgeordneten damit auseinandersetzen. Das ist ja keine Geheimwissenschaft. Teilweise kann man das ja auch öffentlich nachvollziehen, was von dort für Ratschläge kommen. Ich denke, auch im Haus stehen diverse Dienste zur Verfügung. Aber bitte bedenken Sie, bedenken Sie das einmal, wo hier die Gefahren liegen. Und wenn die große Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler und der Wirtschaftswissenschaftler sagt, dass Mehrwertsteuersenkungen genau diese Gefahren aufwerfen, die wohl schlagend werden, aber nicht diese Senkungen bringen, nämlich der Preise, ich würde Ihnen ja recht geben, wenn wir mal die Preise runterbringen täten, dann wäre das in engeren Sinn Ursachen bekämpfender, als zu versuchen, Ausgleichspakete zu machen. Die haben aber immerhin den Vorteil, dass man nicht alle gleich behandelt, sondern dass man sich als Spur auch nicht hundertprozentig treffsicherer machen kann, wie dieser Ausdruck schon länger in der Sozialsteuer- und Wirtschaftspolitik heißt. Bei den Preisdeckeln haben wir ein ähnliches Problem und schauen wir auf die Empirie. Auch das würde ich nicht ausschließen oder für die Ewigkeit verramschen, überhaupt nicht. Aber die Erfahrungen, die Erfahrungen in Ungarn, in Slowenien, die sind so toll nun auch nicht. Auch das wirft innerhalb von wenigen Monaten an anderer Stelle, aber mit dem gleichen Problem, mehr Probleme auf, als dass man in der ersten Runde die ersten paar Wochen löst. Und wir sehen es ja bei unseren Kolleginnen und Kollegen, das darf ich jetzt genauso sagen, das ist ein bisschen anders als beim Herrn Kickl, in der deutschen Bundesregierung, die haben auch, immerhin mit grüner Beteiligung, man sieht ja, wie differenziert das alles läuft bei uns am Kontinent. Ich kritisiere die Johanna, die haben eine Mehrwertsteuersenkung, oder sagen wir so, eine Energiesteuersenkung für die Spritpreise versucht, gemacht, aber nur versucht im Ergebnis, haben wir ja auch überlegt. Allerdings, es ist genau das eingetreten, wovor gewarnt wurde. Zuerst einmal, bevor die Maßnahme in Kraft getreten ist, sind die Preise schon mal anständig gestiegen, damit die Konzerne nachher so tun können, als ob etwas runtergegangen wäre. Ist es auch. Nach drei, vier Tagen ist es wieder aufgegangen, am Schluss ist gleich hoch wie vorher. Ja, wo sind denn jetzt die Milliarden? In den Konzernzentralen, die Sie vorgeben zu bekämpfen. Das müssen Sie ja einmal durchdenken auch, dass zumindest diese Gefahr besteht. Ja, und der besonders geschätzte Kollege Habeck kann sich jetzt damit rumraufen, wie er das Geld wieder zurückkriegt, das die eingesackt haben, obwohl das beste Absicht gemacht wurde. Und ich spreche Ihnen auch die gute Absicht nicht ab. Und ich spreche Ihnen gar nichts ab. Ich lade Sie nur ein, anzuerkennen, dass das alles nicht so einfach ist, wie da manche tun. Obwohl es das Privileg von Club-Up-Menschen und Abgeordneten bleibt, an diesem Rednerpult so zu tun, als ob es das alles nicht gäbe. Wollen wir das respektieren? Ja, ja. Ja, ja. Also, im Ergebnis, auch das ist was, was mit Ehrlichkeit und Seriosität zu tun hat. Nicht alles gleichzeitig machen. Man könnte ja sagen, okay, machen wir alles. Deshalb haben wir ja da schon ein paar mehr emotionalere Debatten gehabt. Mehrwertsteuerseingungen, Preisdeck gelungen, aber auch die Direktzahlungen, die ja jetzt das Instrument der Wahl sind an die Menschen. Sei es über Transferbeträge verschiedener Ort, sei es darüber, dass wir Absetzbeträge, letztlich funktioniert das ähnlich, bei den Steuern reinbringen. Mittel- und Langfristig geht es im Übrigen um die Valorisierung, Indexierung der Sozialleistungen und natürlich auch die Abschaffung der kalten Progression. Das ist schon historisch, das sagen ja nicht einmal wir, ich werde gar nicht auf das kommen, aber es sind viele Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher, die das sagen. Die beobachten das ja schon, dass das schon zehn Bundesregierungen in ihr Programm reingeschrieben haben, aber keiner hat es gemacht. Jetzt wird es gemacht, auch glaubwürdig sind da nur die Neos aus meiner Sicht, was das betrifft. Und Sie machen jetzt Turnübungen, warum das auch alles schlecht ist. Also ganz ist das nicht nachvollziehbar. Ich lade Sie zumindest ein, sich auf die Argumente einzulassen, die damit verbunden sind. Und jetzt zur Alternative der Direktzahlungen versus der Mehrwertsteuersengen. Würden wir das alles machen, wenn ich das bei der ZU her, wäre das ein einziges Inflationsanheizungsprogramm, weil wir würden ja alles gleichzeitig machen. Das kostet ja auch was alles. Umsonst ist ja da nichts. Irgendwer würde das im Übrigen auch mal zahlen müssen. Die Zinsen werden schon langsam steigen, aber noch schreckt uns das nicht so, weil jetzt was anderes vordringlich ist. Es ist eben, und ich danke auch dem Koalitionspartner, dass hier auch Prioritäten verschoben werden. Das muss nicht selbstverständlich sein. Aber wenn wir so dramatische, einmalige Einschläge haben, die das Leben von immer mehr Menschen dramatisch einschränken, mit den Beispielen, die die Frau Klubobfrau ja völlig zurecht gebracht hat, Rendi Wagen in dem Fall, dann muss es ja auch die Aufgabe sein, außergewöhnliche Instrumente zu nehmen, um diese Ausgleichsziele zu verfolgen. Und ich sage Ausgleichsziele. Und meiner Meinung nach ist das nicht nichts. Das ist nämlich ganz viel. Wenn wir jetzt diejenigen einmal nehmen, die eh schon zu wenig haben. Es ist ja auch wieder das Vorrecht einer Fraktion gewesen, sich hier aufzuregen, dass das gemacht wird, weil, weiß ich nicht, Arbeitslose und so weiter. Also, ich halte das schon für wichtig. Wenn MindestpensionistInnen, wenn Studienbeihilfenbezieher, wenn eben Arbeitslose hier ein zweites Mal 300 Euro kriegen, das sind 600 Euro. Und jetzt sagen, dann schauen Sie sich an, was die verkonsumieren können überhaupt im Jahr. Weil sie ja schon so wenig haben. Dann sind 600 Euro aber ganz schön viel. Ich halte das für eine Überheblichkeit, so zu tun, als ob 600 Euro für diese Gruppe nicht etwas Bedeutendes wäre. Ja, wo leben wir denn schon? Aber ja, siehe da, ich finde ja immer mehr an den Analysen, also mit den Tafel-Argumenten hätte ich mich da jetzt doch beschäftigt, glaube ich. Aber selbst bei den Argumenten des Kloppmanns Kickl, fällt mir auf, da kann man schon auch was aufgreifen im Prinzip. Der Punkt ist ja, dass wir nach wie vor bei dieser Treffsicherheit bleiben müssen. Und da gibt es welche, die arbeiten und ein kleines Einkommen haben, das sind auch viele, mehr als uns recht sein kann, und die noch nicht so viel, tatsächlich, ja, die noch nicht so viel im Zuge dieser Direktzahlungen erhalten haben. Aber was machen wir deshalb? Da greifen jetzt genau die Zahlungen und Prämien und Boni, die Sie hier ein bisschen veräppelt haben. Ja, es bleibt Ihnen ja vorbehalten. Aber es wird dort ankommen. Und wenn man so tut, als ob das schon heute oder gestern oder morgen sein könnte, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, soll der Finanzminister mit einem Geldkoffer von Haustür zu Haustür gehen, damit alles gleich passiert? Das wird sich ja nicht ausgehen. Wir haben hier bestimmte Mechanismen in dem Land. Die Leute haben Konten. Es gibt Steuernummern. Das ist alles nicht so einfach, als man da tut. Und deshalb mag rasch vielleicht für manche der komische Begriff sein. Aber was wir ehrlicherweise sagen können, möglichst rasch. Und so gut geht treffsicher. Und wenn ich da ein paar von diesen Beträgen rausgreifen darf, dann stimmt es einfach nicht, dass die immer alle kriegen. Ja, kommen wir zum Teuerungsabsetzbetrag. Der schaut genauso aus, dass wir bis zu 1800 Monatsbrutto den vollen Betrag haben und bei 2600 ist er dann null. Ja, ist jetzt der einer mit 2000, wir könnten ja vielleicht noch weiter rausschleifen, das hätte ich verstanden, das Argument. Aber ist jemand, der 2600 Euro im Monat verdient, jetzt schon einer, der ein Privilegierter ist, dem die Gießkanne doch jetzt was Gutes tut, so wie sie argumentieren? Ich meine, nein. Und auch die anderen Beträge sind mit Steuer, sie werden, ja, sie werden einmal ganz ausgezahlt, aber sie werden dann versteuert, damit diejenigen, die mehr verdienen, zumindest den Steueranteil davon ziehen. Naja, sicher, Sie machen so, Herr Kiekel, aber Sie haben keine Idee, wie sonst das schnell gehen könnte. So, genau so nämlich und deshalb können Sie diese Maßnahmen alle in die Richtung durchdeklinieren, auch die langfristigen, das wurde ja erwähnt, muss ich nicht mehr, dass es tatsächlich das erste Mal zu einer Valorisierung der Sozialleistungen kommt und die Abschaffung der kalten Progression auf eine Art und Weise erfolgt, dass man auch noch als Steuergesetzgeber also Sie hier sozial gestalten kann, genau mit dem Drittel, was zur Gestaltung überbleibt, aber im Sinne der Lohn- und Einkommensteuerrückgabe, sodass wirklich 100% zurückgegeben werden. Das ist auch noch einmal eine soziale Lenksteuerungsmaßnahme und insofern sollte man sich einmal mit den Gesamten beschäftigen, dann kann man sich über das Detail immer noch aufregen. Aber ein Gesamtbild habe ich von jenen, die dieses hier kritisieren, auch nicht ehrlicherweise nachzeichnen können. Und es bleibt schwierig, es ist schwierig, es ist abzuwägen, aber es ist jedenfalls ein Paket, das genau diesen Prinzipien folgt. Möglichst rasch, wie es halt geht, adressierende Zielgruppen und keine negativen Effekte langfristig, indem wir dann noch falsche Anreize setzen, indem wir wieder alle fossilen Energieträger billiger machen, am Schluss gelingt es nicht einmal, weil es die Konzernen in der Tasche haben. Also, so gesehen, ein weiter Wurf, ein großer Wurf und dann sollen alle einmal erzählen, wie sie es besser machen und es nicht mehr kosten würde. Ein weiter Wurf, sagt Vizekanzler Kogler, der am Anfang eine emotionale Rede gehalten hat. Diese Regierung mache viele Verfehlungen der vergangenen wieder gut, sagte er, der dabei auch eine FPÖ-Nähe zu Russland festmacht und kritisiert. Zu den von FPÖ und SPÖ geforderten Preisdeckeln und Mehrwertsteuersenkungen meint Kogler, davon würden erst recht wieder alle profitieren. Ausgleichspakete hätten hingegen den Vorteil, dass man sie treffsicher machen könne. Am Wort ist nun der Finanzminister Magnus Brunner. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren im Saal und zu Hause. Ja, es wurde angesprochen, große Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und diese großen Herausforderungen verlangen auch von einer Bundesregierung, dass man an großen Rädern dreht, an großen Schrauben, wie man auch immer das nennt. Und diese Bundesregierung dreht an diesen großen Schrauben, nämlich an diesen Rädern, die 50 Jahre lang nicht angegriffen worden sind. Und ich glaube, das ist das Besondere auch an diesen großen Paketen, die wir Ihnen jetzt, aber dann auch im September noch einmal vorlegen werden. Weil nicht nur in Österreich, sondern weltweit sorgt diese hohe Inflation für diese großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die steigenden Kosten des Alltags, ja, die bereiten vielen Menschen Sorgen und Sorgen, die wir als gesamte Bundesregierung selbstverständlich ernst nehmen und die wir den Menschen auch so gut wie möglich nehmen wollen. Und getrieben, wenn man an der Analyse, der Herr Abgeordnete Klubobmann Kickl hat das erwähnt, wir müssen ja uns schon mit den Ursachen beschäftigen und aus meiner Sicht vielleicht ein paar Sätze zu den Ursachen und zu den Faktoren, womit und wodurch die Inflation getrieben ist. Das sind im Großen drei Dinge. Das ist die Überhitzung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie, wo die Wirtschaft sehr stark und sehr intensiv, Gott sei Dank, gewachsen ist. Das sind natürlich auch pandemiebedingt die Lieferketten, die unterbrochen worden sind auf der ganzen Welt. Wer hätte sich gedacht, dass ein querstehendes Schiff in einem Kanal oder ein gesperrter Hafen wie in Shanghai solche Auswirkungen hätte. Das hat am Weltmarkt zu Angebotsverknappungen geführt und damit auch zu höheren Preisen geführt. Und das Dritte ist natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine, der diese Teuerung vor allem im Energiebereich noch einmal ganz extrem anheizt. Das sind die drei großen Faktoren, die drei großen Ursachen, die diese Inflation angetrieben haben. Und das sind allesamt Faktoren, sehr geehrte Damen und Herren, die wir in Österreich als relativ kleine Volkswirtschaft nicht alleine lösen können. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Die Bekämpfung der Inflation, Herr Kollege, ist bei weitem, und das hat der Herr Vizekanzler schon erwähnt, bei weitem nicht so trivial, wie sich das manche vielleicht vorstellen. Und kein Staat der Welt, Herr Kollege, ist im Stande, diese negativen Entwicklungen auf der Welt zur Gänze zu kompensieren. Also was kann man machen? Was kann man als Staat machen? Was kann die Politik tun? Es ist die Aufgabe der Politik, die negativen Auswirkungen der hohen Inflation auf die Menschen, auch auf den Wirtschaftsstandort Österreich insgesamt, bestmöglich abzufedern. Das ist der Job. Und dabei reicht es nicht aus, den Geldhahn einfach nur aufzudrehen. Viele Ideen, die im Raum stehen, wurden angesprochen vorher, haben auch weitreichende volkswirtschaftliche Konsequenzen, die wir in einer Analyse, wenn es um die richtigen Maßnahmen geht, natürlich auch entsprechend berücksichtigen müssen. Weil falsch gesetzte Maßnahmen natürlich auch dazu führen können, dass die erhoffte Entlastung auf der einen Seite gar nicht bei den Menschen ankommt oder, was besonders schlimm wäre, dass die Inflation und damit die Teuerung sogar noch weiter angeheizt werden würde. Das kann ja nicht der Sinn von diversen Maßnahmen sein und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das auf jeden Fall vermieden werden muss und wir gut, wir tun daher gut daran, auf die Expertise der Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher zu hören, hierzulande, aber auch international darauf zu hören. Ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Und im Kampf gegen die Teuerung braucht es aus meiner Sicht jedenfalls ein ausgewogenes Maßnahmenbündel aus kurzfristigen, aus gezielten Hilfen, aus gezielten Maßnahmen, die treffsicher sind, auf der einen Seite, aber natürlich auch aus langfristigen strukturellen Änderungen im System auf der anderen Seite. Und wie vorhin erwähnt, haben wir als Staat die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und dadurch die negativen Folgen der Teuerung auch entsprechend abzumildern. Das haben wir gemacht bereits mit zwei Paketen. Im Jänner das erste Energiepaket beschlossen, dann im März das zweite Paket, insgesamt vier Milliarden Euro. Und eines muss ich dazu auch schon sagen, ich treffe mich ja jeden Monat einmal mit den Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Union. Und wir vergleichen da natürlich auch die Hilfsmaßnahmen, die in den unterschiedlichsten Ländern angewendet werden. Erstens einmal, um Fehler auch zu vermeiden, aber auch sich abzustimmen. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind als Republik Österreich, was das Volumen betrifft, aber vor allem auch, was die Geschwindigkeit betrifft, mit Abstand vorne dabei. Wir haben, die meisten anderen europäischen Länder haben angekündigt, ja, und sind dann im Sommer oder im Herbst in den Parlamenten. Wir haben die ersten vier Milliarden bereits beschlossen und heute haben Sie die Möglichkeit, das nächste Paket, noch einmal fünf Milliarden auf den Weg zu bringen. Also wir sind da volumensmäßig und geschwindigkeitsmäßig ganz vorne in Europa mit dabei. Und was man in der Diskussion ja auch nicht vergessen darf, das kommt oft zu kurz, es ist ja noch nicht so lange her, dass in diesem Haus auch die ökosoziale Steuerreform beschlossen worden ist. Und diese ökosoziale Steuerreform zeigt ja jetzt gerade ihre Wirkung. Die Senkung der zweiten Tarifstufe beispielsweise ab dem Sommer Niedrigverdiener und Pensionisten und Pensionistinnen mit kleinen Pensionen profitieren von den höheren Absetzbeträgen. Die ökosoziale Steuerreform mit ihrem Gesamtvolumen von 18 Milliarden Euro wirkt also zusätzlich zu diesen beiden ersten Entlastungspaketen, die hier beschlossen worden sind und entlasten die Menschen und auch die Betriebe in diesem Land spürbar und auch nachhaltig. Aber die Situation hat sich ja noch einmal verschärft. Das ist, glaube ich, auch allen bewusst und allen klar. Die Bundesregierung hat daher dieses dritte Paket, dieses dritte Antiteuerungspaket, Ausgleichspaket, der Herr Vizekanzler hat erwähnt, wie man immer das auch nennt, geschnürt, noch einmal 28 Milliarden Euro an finanzieller Entlastung. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Dinge eingehen, die wurden bereits erwähnt, für besonders betroffene Gruppen, für kleine mittlere Einkommen. Entlastung auch, wenn es in Richtung Mittelstand geht, ganz wichtig, die vielleicht von den bisherigen Paketen noch nicht ganz so getroffen waren, zwischen 1050 und 2000 Euro, ganz eine wichtige Gruppe auch. Entlastung für Familien, ganz wichtig. Und alleine diese Aufzählung zeigt ja schon, dass es nicht die Gießkanne ist, sondern dass wir ganz gezielt auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen und Einkommensgruppen Rücksicht genommen haben. Wichtig auch, Entlastung für die Wirtschaft. Neben Strompreiskompensation und anderen Dingen ist ganz entscheidend auch als Signal für die Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst. Ganz wichtig. Das war auch eine wichtige Forderung der Sozialpartner, dass wir Signale senden. Und das tun wir, indem wir Prämien, Steuer und Abgaben freistellen, die Möglichkeit zu haben, einen Teil, ein Drittel im Kollektivvertrag verpflichten, zwei Drittel offen. Das finde ich gut. Das war ein Vorschlag der Sozialpartner, den wir sehr, sehr gerne natürlich auch aufgegriffen haben. Und umgesetzt werden diese Maßnahmen in einem dreistufigen Prozess. Zuerst so schnell wie möglich für die, die besonders betroffen sind. Jetzt im Sommer für die Mindestsicherungsbezieher, für die Mindestpensionisten 300 Euro Teuerungsausgleich, für die Familien, die auch besonders betroffen worden sind. Im Herbst dann als zweiter Schritt die Entlastung für eine breitere Gruppe, wo wir in den Mittelstand auch intensiv hineingehen. Und dann als dritte Stufe mit Beginn 1.1.2023 die strukturellen Entlastungen, damit die Kaufkraft der Menschen auch dauerhaft gestärkt wird. Und damit diese Maßnahmen möglichst rasch in Kraft treten, nicht die strukturellen, sondern die jetzt schnell zu erfolgenden, findet diese Sondersitzung heute statt, worüber wir natürlich sehr froh sind. Und wir werden daher heute auch die notwendigen Beschlüsse für die Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen hoffentlich fassen, weil das ist so ein wichtiges Signal aus meiner Sicht an die breite Bevölkerung, dass es hier eine breite Mehrheit auch im Hohen Haus geben soll. Sie haben, sehr geehrte Damen und Herren, besonders auch von der Opposition in den vergangenen Wochen regelmäßig spürbare Maßnahmen gegen die Teuerung gefordert, zu Recht gefordert, überhaupt keine Frage. Aber heute legen wir Ihnen diese Maßnahmen vor. Und ich hoffe daher natürlich auch, dass Sie diesem Paket mit einer breiten Mehrheit zustimmen. Weil man kann natürlich immer auch gegen einzelne Maßnahmen sein, überhaupt keine Frage. Da lässt sich treffend diskutieren. Der Herr Vizekanzler hat das gesagt, auch über die Treffsicherheit, wie genau welche Maßnahme funktioniert. Wir haben uns das wirklich ganz genau angesehen. Aber ob man deswegen geschlossen gegen ein Paket zur Entlastung stimmen muss, das auch von Experten tendenziell sogar als über, als zu viel gewertet wird, das muss man, glaube ich, dann später den Menschen in diesem Land auch erklären können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die höheren Inflationsraten werden uns leider noch über einen längeren Zeitraum begleiten. Nicht in dieser Höhe wie jetzt, aber doch höher wie noch vor einigen Monaten prognostiziert. Auch höher, wie sie vielleicht vor der ersten Krise, vor der Pandemie waren. Und deswegen brauchen wir strukturelle Maßnahmen. Und lieber Herr Kollege Scherack, jetzt bin ich bei Lieblingsthema, auch mein Lieblingsthema mittlerweile geworden, muss ich ehrlicherweise sagen, die Abschaffung der kalten Progression. Viele Jahre, Jahrzehnte wurde es diskutiert. Ja, es ist in Diskussion. Der Begriff ist sperrig. Wir wissen das aus den Diskussionen heraus. In Wahrheit bedeutet er, Sie haben das ja auch gesagt, dass der Staat enorm durch die Teuerung auch profitiert. Insgesamt, das ist eine schleichende Steuererhöhung. Und das ist ungerecht, überhaupt keine Frage. Und es ist an der Zeit, ja, es ist an der Zeit, das zu ändern. Und wir haben den Vorschlag gemacht, beziehungsweise die Einladung ausgesprochen, dass wir das mit Verfassungsmehrheit tun können. Das war eine Einladung an die Damen und Herren Abgeordneten. Aber natürlich, wenn es keine Verfassungsmehrheit gibt, werden wir es einfach gesetzlich umsetzen. Das ist eine klare Ansage. Das haben wir in der Koalition auch entsprechend so vereinbart. Und es ist Zeit, das zu ändern. Ja, auf jeden Fall. Es wurde viel diskutiert, 50 Jahre anscheinend. So lange waren wir noch nicht in der Politik, wir beide. Aber zumindest seit wir in der Politik sind, hat man auch darüber diskutiert. Viele politische Beobachter, auch Medienvertreter, haben es uns nicht zugetraut vor einigen Wochen. Sie auch nicht. Aber ich weiß, Sie sagen jetzt immer, es ist ja noch nicht zur Beschlussfassung da. Wir werden dann im September soweit sein. Weil wir schon glauben, dass man das seriös sich anschauen muss. Das ist nicht ganz so trivial, dass man heute das einfach hier und jetzt so auf die Schnelle beschließen könnte. Wir haben uns die verschiedenen Modelle auch angeschaut. Und das ist schon interessant. Also die Schweiz zum Beispiel, ganz eine andere Voraussetzung. Die haben nur die Bundessteuern, bei der Bundessteuer die kalte Progression abgeschafft. Viel mehr Steuern sind ja auf kantonaler Ebene. Dort ist es zum Teil nicht abgeschafft worden. Okay, anderes System. Deutschland hat es abgeschafft, hat aber drei Drittel, also 100 Prozent, zur freien Verfügung dagelassen, was wir nicht tun. Und deswegen ist unser Modell herausgekommen, wo wir glauben, eine gute Mischung und soziale Treffsicherheit zu haben. Auf der einen Seite der Automatismus, zwei Drittel. Und das eine Drittel, das wir umverteilen können, ja, für Notwendigkeiten, die es gibt. Aber die ist verpflichtend. Das ist verpflichtend. Und deswegen schaffen wir die kalte Progression auch zu 100 Prozent ab. Und natürlich, na, mit 1. Jänner 2023. Ja, und das ist auch ein guter Danke für den Einwand, Herr Klubemann-Kickel. Dankeschön. Danke für den kostenlosen Einwand, noch besser. Entscheidend ist ja auch, was sonst noch für Maßnahmen geht. Wir senken jetzt die Tarifstufen, die jetzt wirksam werden. Deswegen glauben wir, dass diese strukturelle Maßnahme gescheiter ist, anstatt das Aufzurollen alles rückwirkend, dass wir das eben ab 1. Januar 2023 machen. War übrigens auch ein dringender Wunsch der ganzen Steuerberatungsgruppen, der ganzen Menschen, die täglich mit dem zu tun haben. Dringender Wunsch, das nicht rückwirkend zu machen. Jetzt wirken die Tarifstufensenkungen und dann ab dem 1. Jänner 2023 die Abschaffung der kalten Progression. Und es wäre ja relativ leicht gewesen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich auch durchgetaucht wäre, wenn wir als Bundesregierung durchgetaucht wären. Natürlich nimmt es uns Spielraum, selbstverständlich. Aber es ist ein Akt der Fairness, den wir jetzt angehen. Und es ist keine Zeit für Bequemlichkeit in der Politik, gerade unter Herausforderungen, wo wir jetzt stehen. Keine Zeit für Bequemlichkeit, sondern Zeit zu handeln. Und das tun wir mit einer Forderung, die seit 50 Jahren diskutiert wird. Also insgesamt, ich habe mich jetzt auf das Thema kalte Progression konzentriert, weil, wie gesagt, das ist mir mittlerweile auch ein extremes Anliegen geworden. Insgesamt ist es uns gelungen, ein sehr gutes, ein sehr ausgewogenes, faires und auch treffsicheres Paket zu schnüren. Mit den Maßnahmen gelingt es uns auf der einen Seite jenen zu helfen, rasch zu helfen, die es dringend brauchen, die besonders an der derzeitigen Situation auch leiden. Und andererseits schaffen wir eben auch den Systemwechsel. Und daher ersuche ich Sie wirklich alle heute hier mitzugehen. Es ist viel Geld. Es sind 28 Milliarden Euro bis ins Jahr 2026, das hier auf den Weg gebracht wird. Das ist sehr, sehr viel Geld, das wir den Österreicherinnen und Österreichern auch wieder zurückgeben möchten, dass ihnen die Inflation und auch die Teuerung natürlich nimmt. Also zeigen wir den Menschen in Österreich, dass die Politik ihre Sorgen ernst nimmt und dass wir alle gemeinsam Maßnahmen gegen die aktuelle Teuerung beschließen. Vielen Dank. Magnus Brunner. Man wollte die Abschaffung der kalten Progression mit Verfassungsmehrheit beschließen. Das kommt nicht zustande. Also wird es eine einfach gesetzliche Regelung geben. 50 Jahre, sagt er, wurden viele wichtige Maßnahmen nicht gesetzt. Österreich kann die bestehenden Probleme, die zu dieser Inflation geführt haben, nicht alleine bewältigen. Und es genügt nicht einfach nur, den Geldhahn aufzudrehen. So der Finanzminister, der sich nach allen Klubchefs und dem Vizekanzler zu Wort gemeldet hat. Und jetzt ist Georg Strasser am Wort. Er ist Präsident des österreichischen Bauernbundes, Abgeordnete der ÖVP. Beschäftigt uns Politikerinnen und Politiker. Und das ist der Grund dafür, dass diese Bundesregierung bereits zwei Entlastungspakete geschnürt hat in der Höhe von 4 Milliarden Euro. Und das ist der Grund dafür, dass wir heute ein weiteres Entlastungspaket diskutieren in der Höhe von 28 Milliarden Euro. Und damit schaffen wir es, Kaufkraft in die Haushalte zu bringen. Und das ist unsere Antwort auf die Teuerung. Damit schaffen wir es, Familien zu unterstützen. Und das machen wir sozial treffsicher. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Maßnahmen uns gut durch die anhaltende Krise bringen werden. Konkret einige Beispiele. Wir werden die kalte Progression abschaffen, um damit Kaufkraft im Land zu halten und letztendlich das Leben auch in Zukunft leistbar zu machen. Wir werden die Sozialleistungen valorisieren, zum Beispiel die Familienbeihilfe, um das Aufwachsen der Kinder einfach gut zu fördern. Und wir senken die Lohnnebenkosten und stärken damit den Wirtschaftsstandort Österreich. Und damit sollen unsere Systeme schneller wieder ins Gleichgewicht kommen. Aber auch in der Landwirtschaft durchleben wir intensive Zeiten. Und ich bin dankbar für dieses Entlastungspaket in der Höhe von 110 Millionen Euro. Und ich sage Danke nicht nur im Namen der Bayern und Bauern, sondern auch im Namen der Konsumentinnen und Konsumenten. Weil dieses Entlastungspaket ist ein Garant dafür, dass es auch in Zukunft in Österreich Lebensmittel und auch Rohstoffe aus der landwirtschaftlichen und der forstwirtschaftlichen Produktion gibt. Ein besonderes Dankeschön an den Bundesminister Norbert Tocznik für sein Engagement. Alle diese Pakete helfen den Menschen. Die eine Maßnahme hilft schnell, die andere Maßnahme hilft mittelfristig. Aber auf jeden Fall sind unsere Maßnahmen effizient und sie sind treffsicher. Und wir werden mit diesen Maßnahmen gut durch die Krise kommen. Aus dem Grund verstehe ich die Haltung der Sozialdemokratie nicht wirklich, Herr Kollege Leichtfried, Frau Kollegin Rendi-Wagner. Weil, wenn die Sozialdemokratie unsere Vorschläge, die eine Summe ausmachen von 28 Milliarden Euro, ablehnen, dann müssen sie das draußen ganz gut erklären. Wir geben Geld zurück in die Haushalte. Und das sozial treffsicher. Die Sozialdemokratie ist dagegen. Wir stärken Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und damit die Unternehmen in Österreich. Die Sozialdemokratie ist dagegen. Wir stärken Produktion und Lieferketten und damit den Wirtschaftsstandort in Österreich. Und die Sozialdemokratie ist dagegen. Und das verstehe ich nicht. Und das werden sich die Menschen in diesem Land merken. Dank an die Bundesregierung, an die österreichische Bundesregierung. Gute Nacht, Sozialdemokratie. Georg Strasser von der ÖVP. Georg Strasser von der ÖVP. Was wird heute konkret beschlossen? Also etwa wird ab Oktober der Klimabonus in Höhe von 500 Euro ausbezahlt. Für Kinder gibt's die Hälfte. Für Kinder gibt's die Hälfte. Arbeitslose und Mindestpensionistinnen und Pensionisten bekommen 300 Euro zusätzlich. Am Wort ist nun Georg Leichtfried. ...angemerkt, dass stattdessen selbstverständlich alle ressortzuständigen Minister ständig anwesend sein werden. Einer der wesentlichsten Minister für diese Fragen ist meines Erachtens der Sozialminister. Und der Herr Sozialminister hat sich jetzt scheinbar schon längerfristig verabschiedet. Ich meine schon, dass der Sozialminister dieser Sitzung folgen sollte und werde daher einen Antrag stellen, nämlich auf der Beischaffung des Herrn Sozialministers. Dankeschön. Jörg Leichtfried von der SPÖ war das. Er will, dass der Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch kommt. Der gibt jetzt übrigens gerade um 14 Uhr, also in wenigen Minuten, eine Pressekonferenz zur Impfpflicht. Gemeinsam mit dem ÖVP-Klubobmann. Wir haben heute, wie in der Präsidiale besprochen, alle zuständigen Ministerinnen und Minister hier und zusätzlich den Vizekanzler. Alle haben sich zu Wort gemeldet. Jetzt war gerade der Finanzminister am Wort. Wir sind weiter in der Debatte. Als nächstes meldet sich nach meinen Informationen die Ministerin Gewessler zu Wort und dann der Sozialminister. Und das entspricht den Gepflogenheiten und auch der Vereinbarung, dass wir das nicht alle auf einmal reden. Und dementsprechend entspricht das auch der Vorgangsweise, wie es in der Präsidiale besprochen wurde. Genau. Applaus Wünscht noch jemand das Wort zur Geschäftsordnung? Dann darf ich über den Antrag abstimmen lassen, der zur Geschäftsordnung zur Herbeischaffung gestellt wurde. Wer für die Herbeischaffung des Sozialminister ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Zwei, vier, fünf, sieben, sieben, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 23, 24, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 sind dort, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 30, 42, 44, 46, 48. Das ist bei weitem auch zu den hereingekommenen, die weitende Mehrheit der Antrag ist abgelehnt. Der Antrag auf Herbeischaffung des Gesundheits- und Sozialministers Johannes Rauch wurde abgelehnt. Am Wort ist nun Kai-Jan Greiner, SPÖ. Er ist Budgetsprecher seiner Partei. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir können zur Kenntnis nehmen, dass die grüne Klubobfrau Maurer der Meinung ist, dass die Minister nicht zuhören müssen der Debatte hier. Es reicht vollkommen, wenn sie irgendwann reinkommen bei der Tür, eine Wortmeldung abgeben und dann wieder verschwinden. Das ist der Respekt, den die Grünen gegenüber dem Nationalrat haben, sobald sie in der Regierung sind. Der Vizekanzler Kogl hat gesagt, wir sollen doch argumentieren, wieso wir dieses Paket für schlecht halten. Das Erste ist, alles bleibt teuer. Dieses Paket senkt keinen einzigen Preis, sondern alles bleibt teurer und wird nach wie vor teurer werden. Das heißt, gegen die Teuerung unternimmt dieses Paket gar nichts. Das ist der erste Kritikpunkt. Es gibt eine Reihe von Ländern, die haben gezeigt, wie man zum Beispiel in Frankreich mit Energiepreisdecke effektiv, nämlich auch nachhaltig die Inflation kleiner halten kann als bei uns. Sie haben, wir haben im September letzten Jahres darauf hingewiesen, da kommt auf uns eine Lawine zu. Und Sie haben was getan? Gar nichts haben Sie getan. Sie haben zugeschaut, wie diese Lawine immer größer wurde, während Frankreich gehandelt hat. Und jetzt ist unsere Inflation doppelt so groß wie die in Frankreich. Gratuliere. Das Zweite ist, dieses Paket ist zu klein. Sie tun so, als ob ausschließlich die Ärmsten der Armen von der Teuerung betroffen werden und alle anderen eh kein Problem damit haben. Die Wahrheit ist nur, dass jeder dritte Haushalt, 35 Prozent der Haushalte in unserem Land, müssen Erspartes angreifen und nicht Erspartes angreifen, um sich ein neues Handy zu kaufen oder auf Urlaub zu fahren, sondern um zu tanken, um die Lebensmittel einzukaufen und um die Gas- und Stromrechnung zu bezahlen. Ein Drittel der Haushalte. Und die erreichen Sie mit diesem Paket weder schnell noch ausreichend. Das ist das Problem. Und das werden wir hier wohl noch kritisieren dürfen, Herr Vizekanzler. Sie bringen selber die Beispiele von Personen, die 1.800 Euro verdienen und sagen, da gibt es ja jetzt den Teuerungsabsetzbetrag, der kommt. Aber der kommt in einem Jahr. In einem Jahr bekommen die das. Das heißt, die müssen noch zwölf Monate warten. Zwölf Monate die erhöhte Stromrechnung, zwölf Monate wesentlich teureres Tanken und zwölf Monate 30 Prozent mehr für Lebensmittel ausgeben. Weil dann bekommen sie in einem Jahr den Absetzbetrag. Das soll schnell sein? Nein, das ist eine Verhöhnung und das löst die Probleme nicht. Und der dritte Punkt ist, wer bezahlt denn das Ganze? Sie sagen, 6 Milliarden Paket, super Sache, 6 Milliarden Euro. Ja, eh, stimmt. Ich will auch gar nicht sagen, dass da alles schlecht ist. Und natürlich sind 300 Euro für die Mindestpensionisten besser als gar nichts. Da sind wir uns ja alle einig. Aber, aber, wer bezahlt denn diese 6 Milliarden Euro? Zu 85 Prozent zahlen das die Arbeitnehmer und die Pensionisten. Das heißt, die zahlen sich selber zu 85 Prozent. Und die Übergewinne, die Übergewinne, die Stromkonzerne haben. Und ich habe weder was gegen den Verbund noch gegen die OMV, Superfirmen, alles in Ordnung. Die Mitarbeiter dort, tolle Leistungen, alles okay. Aber, die machen heuer, die machen heuer 6 Milliarden Euro mehr Gewinn als im Jahr davor. Nur durch die Teuerung, nur durch die Energiepreise. Wir könnten die 6 Milliarden Euro nehmen, dann zahlen nicht die Arbeitnehmerinnen und die Pensionisten sie zu 85 Prozent dieses Pakets selbst. Sondern dann lassen wir es uns doch zahlen, bitte, vom Verbund und von der OMV und von den anderen Stromkonzernen, die auf Kosten der Teuerung jetzt Übergewinne machen. Und wenn Sie jetzt sagen, wir müssen erklären, wieso wir da jetzt nicht mitstimmen. Nein, 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 bitte. Sie müssen erklären, wieso Sie die Vorschläge der Sozialdemokratie ablehnen. Wir haben gesagt, um nachhaltig zum Beispiel bei den Pensionisten was zu machen, machen wir doch mit 1. Juli eine Pensionserhöhung. Nämlich eine zusätzliche, eine unterjährige. Dann haben Sie nämlich jedes Monat die Teuerung quasi abgegolten. Jedes Monat, nicht einmal. Jedes Monat. Erklären Sie, wieso Sie diesen Vorschlag ablehnen. Sie müssen erklären, wieso Verbund und OMV 6 Milliarden Euro mehr Gewinn machen und wir sagen, ach, wir wollen davon nichts haben, weil wir wollen nicht in den Markt eingreifen. Das müssen Sie erklären, nicht wir. Sie müssen erklären, wieso es hier Gewinner gibt, Krisengewinner, die Milliarden Gewinne machen und Sie sagen, wir wollen das Geld nicht. Die sollen sich das behalten. Das müssen Sie erklären, nicht wir. Und das Dritte, was Sie erklären müssen, ist, wieso Sie keine effektiven Preisdeckel einführen. Wieso so nicht wirklich was gegen die Teuerung machen, indem die Preise sinken, wie das andere Länder vorgezeigt haben, wie das sehr wohl möglich ist und funktioniert. Sie haben Erklärungsbedarf, wir sicher nicht. Vielen Dank. Kajan Greiner, der Budgetsprecher. Die Menschen wissen nicht, wie sie die tatsächlich dringend notwendigen Ausgaben bewältigen sollen. Der Absatzbetrag komme auch viel zu spät, so der Abgeordnete. Er kritisiert auch die fehlende Finanzierung des Pakets. Zu 85 Prozent zahlen sich die Menschen die Entlastung nämlich selbst, so der Budgetsprecher. Hingegen würden die Energiekonzerne 6 Milliarden Euro mehr an Gewinn einstreifen. Am Wort ist nun Jakob Schwarz von den Grünen. Sie sind abhängig von auslosen Geld von Studienbeihilfen. Und die SPÖ stellt sich hin und sagt, da stimmen wir nicht zu, das brauchen wir nicht. Wir beschließen 500 Euro Absatzbetrag für Leute mit geringen Erwerbseinkommen. Die SPÖ stimmt dagegen. Sie werden dann die Gelegenheit haben, die NEOS bringen, haben ein Verlangen auf getrennte Abstimmung eingebracht. Sie können sich überlegen, ob Sie da noch zustimmen. Ich fände es ziemlich enttäuschend von der Sozialdemokratie, wenn Sie diese Unterstützung für Menschen, die es wirklich dringend brauchen, in diesem Fall dagegen stimmen. Und Sie können gern was anderes auch noch fordern und wir können das diskutieren und ich werde gleich auf das eingehen. Aber diese Maßnahmen, die wir treffen, sind richtig und entsprechend sollten Sie sich auch unterstützen und da nicht irgendwie polemisch dagegen reden. Zweitens, an den Abgeordneten Greiner, die Inflation in Frankreich ist wesentlich niedriger als in Österreich, weil die halt nicht direkt an der Gasleitung nach Russland hängen. Ein Faktum, an dem Sie halt auch beteiligt waren über die Jahre der Regierungsbeteiligung. Sie haben Atomkraftwerke, mit denen Sie unabhängig sind von diesen Preissteigerungen. Die Strompreise gestiegen werden, weil die Strompreise steigen, weil ja die Gaskraftwerke einen Teil dieses Stroms liefern. Aber in Frankreich nicht. Aber in Frankreich nicht. Komisch. Ja, aber es ist eben nicht nur der Strom, sondern es ist auch das Gas und das Gas wird eben wesentlich teurer. Wir reden vom Strom. So, weiter. Jetzt ist das eine blöde Geschichte. Nein, das ist keine blöde Geschichte. Auch der Verbund, auf das heute noch eingehen, hat von sich aus Maßnahmen getroffen, um die erhöhten Stromkosten bei ihren Kundinnen und Kunden abzufedern. Das ist etwas, was in der Kompetenz des Bundes liegt. Im Bereich der Wienenergie, wo die SPÖ in der Stadt etwas machen könnte, sind die Preise gestiegen. Da wurde überhaupt nichts gemacht. Und das müssen Sie halt auch einmal erklären. Insofern, glaube ich, ist das auch nicht verhältnismäßig. Und es ist ja vom Vizekanzler schon angesprochen worden, auf das möchte ich auch noch einmal eingehen. Klar ist, ich hätte gern, dass die Zwischenrufe vielleicht ein bisschen weniger werden. Klar ist auch, dass die... Das ist eine Parlamentsdebatte. Ja, aber es ist schon ein bisschen extrem, wenn jeder zweite Satz kommentiert wird in dieser Lautstärke. Machen Sie den Gewinn? Ja, Sie können sich ja dann noch einmal zu Wort melden. Ah, der kann sich nicht mehr zu Wort. Also, ich möchte noch einmal vielleicht grundsätzlich auf die drei Grundaspekte dieses Steuerungspakets eingehen. Das Erste ist, warum haben wir nicht direkt in die Preise eingegriffen? Das ist eben wieder aufgekommen und ich möchte das vielleicht noch einmal angehen. Das wird von der SPÖ, von der FPÖ gefordert, von allen Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern abgelehnt. Ich gebe zwei Beispiele dafür, wo es nicht funktioniert hat. Eines hat der Vizekanzler schon erwähnt, das ist das Beispiel Deutschland, wo letztlich die Mineralölsteuersenkung dazu geführt hat, dass der Steuerzahler, die Steuerzahlerin Mineralölkonzernen drei Milliarden Euro hinterhergeworfen hat, ohne dass sich irgendwas an den Preisen an der Tankstelle geändert hat. Zweitens, das Beispiel Ungarn. Dort hat es einen Preisdeckel gegeben, das haben Sie auch schon gefordert heute. Der hat dazu geführt, dass es Tanktourismus gegeben hat, aus allen Ländern rundherum sind Sie nach Ungarn tanken gefahren, am Ende ist der Sprit knapp geworden. Sind das die Maßnahmen, die Sie gerne hätten? Wie soll uns das helfen in Österreich? Stattdessen, und darum wird es auch von Expertinnen abgelehnt, warum Sie es trotzdem fordern, weiß ich nicht. Aber was noch schlimmer ist, Sie lehnen auch die Maßnahmen, die wirklich wirken würden, ab. Und das sind eben Maßnahmen, die wir getroffen haben, nämlich zur Stärkung der Einkommen, damit Leute die Kaufkraft erhalten bleibt, um sich trotzdem die Dinge leisten zu können, auch wenn die Preise steigen. Zweiter Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass wir natürlich darauf geschaut haben, auch das wäre mit einer Mehrwertsteuersenkung nicht möglich gewesen, dass wir gestaffelt die Einkommen unterstützen, nämlich jene, die quasi geringe Einkommen haben, kriegen mehr, und jene, die höhere Einkommen haben, kriegen weniger. Und das ist zum einen durch diesen Klimabonus, wo nach oben hin ab 90.000 Euro besteuert wird, gewährleistet. Übrigens, Helikoptergeld wurde gefordert vom ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian. Zweitens, durch natürlich gezielte Maßnahmen wie dem Teuerungsausgleich bei den Menschen in den unteren Einkommensbereichen und dem Absetzbetrag im Bereich zwischen, der hat sein Maximum zwischen 1.100 und 1.800 Euro im Monatseinkommen. Das sind Maßnahmen, die im unteren Bereich am stärksten helfen. Ich habe mir das jetzt auch noch angeschaut als Beispiel, weil wir einige Familienmaßnahmen haben. Eine dreiköpfige Familie, die brutto 4.800 Euro im Monat zur Verfügung hat, wird mit diesem Paket mit 2.700 Euro entlastet. Das ist ja eine massive Unterstützung. Auch diese spezifischen Unterstützungen für Geringverdienende, für Familien, wäre nicht möglich gewesen mit einer Mehrwertsteuersenkung. Und letztlich, letzter Punkt, es wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Inflation, wenn sie wieder zurückgeht, hohe Preise zurücklassen wird, die Menschen davon betroffen sein werden. Und wir machen ja beides. Wir machen jetzt Einmalzahlungen, die den Leuten in diesem restlichen Jahr helfen und dann fangen ja an, die strukturellen Maßnahmen zu wirken. Und parallel dazu wirkt auch schon die ökosoziale Steuerreform, die Senkung der Tarife und so weiter. Das heißt, es ergibt ja im Ergebnis das Gleiche wie das, was Sie fordern, nur halt mit Maßnahmen, die auch wirksam sind, nämlich jetzt schon Entlastung und trotzdem auch permanent und strukturelle Entlastung. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Abänderungsantrag einbringen der Abgeordneten Wöginger-Schwarz. Kolleginnen und Kollegen, zum Tagesordnungspunkt 2, zum Gesetzesentwurf im Bereich des Umweltausschusses 1573 der Beilagen über den Antrag der Abgeordneten August Wöginger, Mag. Dr. Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den regionalen Klimabonus geändert wird. Klimabonusgesetz der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Erstens, die bisherigen Ziffern 9 bis 14 erhalten die Bezeichnung 11 bis 16. Zweitens, vor Ziffer 11 werden folgende Ziffer 9 und 10 eingefügt. Neuntens, der bisherige Text des Paragraph 6 erhält die Absatzbezeichnung 1. Zehntens, in Paragraph 6 wird folgender Absatz 2 hinzugefügt. Zweitens, Zuwendungen nach diesem Bundesgesetz dürfen weder gepfändet noch verpfändet werden. Ich hoffe, dass Sie auch diesem Abänderungsantrag zustimmen und den Paketen oder zumindest Teilen davon, die auf jeden Fall sozusagen im Sinne der sozialen Gerechtigkeit wichtig sind und die Haushalte unterstützen, bei denen es jetzt knapp wird. Und ja, und ich hoffe, es kommt bald dazu. Vielen Dank. Jakob Schwarz von den Grünen. Zuerst gibt es die Einmalzahlungen und dann werden die strukturellen Maßnahmen gesetzt, mit dem von der Regierung vorgelegten Antiteuerungspaket. Und der Abgeordnete bringt auch einen Abänderungsantrag zum Klimabonus ein. Am Wort ist jetzt noch einmal Kai-Jan Kainer. Die Stadt Wien nichts tun würde gegen die Teuerung im Strom- und Gasbereich. Ich berichtige tatsächlich, die Stadt Wien hat bereits letzte Woche ein zweites Paket hier vorgelegt, um die Auswirkungen der Teuerung auf die Wiener Haushalte abzumanimieren. Und sie werden in Österreich, sie werden in Wien niemanden finden, der was dagegen hat, dass die Übergewinne der Stromkonzerne abgeschöpft werden. Das war eine tatsächliche Berichtigung von Kai-Jan Kainer. Zu Wort gemeldet ist nun Erwin Angerer, Wirtschaftssprecher von der FPÖ. Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Vizekanzler, geschätzte Damen und Herren Ministerinnen und Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Ja, was ist der Unterschied oder was wäre der Unterschied zwischen einer verantwortungsvollen Bundesregierung und dieser Regierung aus den politisch besten Welten, hat man sie am Anfang genannt, den beiden besten Welten? Eine verantwortungsvolle Bundesregierung würde regieren und nicht nur reagieren. Und Sie reagieren nur. Sie sind diejenigen, die eigentlich nur reagieren, wenn es nicht mehr anders geht. Und sie werden täglich von der Realität eingeholt, von den Fehlern, die sie in ihrer politischen Verantwortung machen. Und die Intervalle werden leider immer kürzer. Und das ist ein Ausfluss eines politischen Versagens auf allen Ebenen. Egal, ob es im Finanzbereich ist, ob es im Wirtschaftsbereich ist, ob es bei der Coronapolitik war, bei der Sanktionspolitik gegenüber Russland oder auch bei einer völlig beleglos gelösten und kompromisslosen Klimapolitik, die uns in diese Situation bringt. Und ein besserer Beleg für dieses Scheitern und für dieses Einholen der Realität kann ja nicht anders sein, als dass eine grüne Umweltministerin hergehen muss und ein Kohlekraftwerk wieder in Betrieb nehmen muss. Das ist ein Beleg für das Scheitern dieser beiden Welten von Grün und ÖVP. Und jetzt, nachdem viele schon nicht mehr wissen, wie sie mit dem Geld auskommen, das sie einnehmen, das sie zum täglichen Leben haben, kommt diese Bundesregierung daher und macht halt ein Hilfspaket. Und jetzt wollen wir noch alle Maßnahmen kritisieren. Es sind Einmalzahlungen natürlich auch wichtig für die, die es ganz schwer haben in der Situation und wenn alles teurer wird. Und das sind in Österreich nicht weniger als 1,2 Millionen Menschen, die mit 1.300 Euro im Monat auskommen wollen oder müssen. Und denen ist ein Teuerungsausgleich, das ist übrigens auch eine politische Erfindung der Freiheitlichen Namensjörg Heider war, eines Freiheitlichen Namensjörg Heider, denen ist damit natürlich geholfen. Und das ist auch notwendig. Aber von der kalten Progression und von denen, dass man denen hilft, die heute auch noch die Leistungsträger sind und dafür sorgen, dass dieser Wohlstaat überhaupt noch erhalten werden kann, denen wird noch nicht geholfen. Weil da gibt es nur die Ankündigung, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Abgeschafft ist sie noch lange nicht. Schauen wir einmal, ob sie kommen. Und jetzt muss man natürlich gleichzeitig die Frage stellen, warum erst jetzt? Warum reagieren sie erst jetzt? Sind die Maßnahmen ausreichend und sind sie nachhaltig? Nachhaltig sind sie definitiv nicht, weil es heute schon auch mehrfach erwähnt wurde, weil sie nichts tun gegen die Beteuerung, weil sie nichts tun gegen die Inflation. Und jetzt wollen wir vielleicht einmal mit den Märchen der Inflation, warum haben wir diese Inflation in unserem Land aufräumen? Weil der Herr Vizekanzler der Meinung war, das ist der böse Putin, das ist der Krieg in der Ukraine und der Putin ist schuld. Es ist ja immer schön, einen Schuldigen zu finden. Das ist leider nicht so. Das ist nicht so. Faktum ist, und das hat auch der Schweizer Notenbankchef Jordan vor einigen Tagen in NTV in einem Interview zum Besten gegeben, eine völlig falsche Geldpolitik der Europäischen Union. Eine richtige Geldschwemme über die letzten Jahre. 4,1 Billionen Euro sind in den letzten zweieinhalb Jahren in Umlauf gebracht worden von der Europäischen Union, von der Frau Lagarde. Das sind pro Tag, zweieinhalb Jahre lang pro Tag, Herr Finanzminister, 4,5 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie Ihr Hilfspaket, Ihr Sofortpaket jetzt ausmacht. Das haben die jeden Tag in den Umlauf gebracht, und das ist der Grund für die Inflation und nicht ein Krieg in der Ukraine oder der böse Putin. Das war verantwortungslose Schuldenpolitik, und die haben alle mitgetragen hier herinnen, ausgenommen, die Freiheitlichen, die immer davor gewarnt haben, dass wir eine Schuldenunion werden und dass wir diese Geldpolitik auf politischer Ebene machen. Es war im Grunde eine Unterstützung der Staaten, die das notwendig haben, damit sie ihre Budgets noch finanzieren können, wie die Franzosen, wie die Südeuropäer, damit sie ihre Schulden noch bedienen können. Wir haben heute eine Staatsverschuldung in der Europäischen Union im Schnitt von 95 Prozent, und die Schweizer stehen da mit 27 Prozent. Wir haben in der EU eine Inflation von 7 bis 8 Prozent, in der Schweiz von 2,9 Prozent. Und jetzt müssen wir sagen, was in der Schweiz anders ist. Es ist dort kein Konflikt in der Ukraine oder mit Russland und der Ukraine. Warum ist dort die Inflation so nicht geregt? Es ist genau diese falsche Geldpolitik, die hier gemacht wurde. Und eben das Thema, was Sie nicht machen mit diesem Paket, Sie greifen nicht ein in die richtigen Preistreiber, die auch noch immer mehr die Leute belasten werden. Und das ist einmal der Strom, das ist der Treibstoff, das sind die Lebensmittel, das sind die Heizkosten. Und da machen Sie gar nichts, Herr Finanzminister. Und ich kann es nicht verstehen, dass man beispielsweise beim Strom hier nicht eingreift und dieses Merit-Order-Prinzip, sprich, dass das teuerste Kraftwerk den Preis für alle anderen bestimmt, dass man da nicht eingreift. Warum muss das teuerste für alle anderen den Preis bestimmen? Jetzt unsere Wasserkraftwerke produzieren immer noch um denselben Preis, drehen wir mal die Inflation dazu, 6, 7 Cent, dann kommt ein Gaskraftwerk, das teuerste dann am Schluss dazu, wird dazugeschalten. Das hat dann 30 Cent. Und jetzt kriegen alle anderen Kraftwerke auch 30 Cent pro Kilowattstunde. Und da zahlen muss es der Endverbraucher. Und die machen Milliardengewinne. Und die Konzernchefs sitzen da drinnen, sind ja auch alle von ÖVP und diesen Regierungen besetzt, kassieren dann auch noch Millionen Bonis dafür, weil sie diese Milliardengewinne umsetzen können in ihren Unternehmen. Und die großen Gewinner sind die Aktionäre. Und wenn man das zusammenfassend auch noch auf den Punkt bringen möchte, und dort hat uns ja gestern schon zu unserem Corona-Interview ein Betroffener geschrieben, der Hubert Altendorfer, schreibt richtig, die Regierung verweist ständig auf Hilfspakete, die die Bevölkerung, für die Bevölkerung, statt die Ursachen zu bekämpfen. Das kommt mir so vor, als würde bei einem Dach Wasser eindringen. Und statt das Dach abzudichten, stellt man ständig Kübel drunter, um das Wasser aufzufangen. Und Sie sollten sich um das Dach kümmern, Herr Finanzminister, und nicht die Kübel drunter stellen. Das wäre gescheiter. Und Sie sollten sich darauf besinnen, dass Sie eine österreichische Bundesregierung sind und die Interessen der österreichischen Bevölkerung zu vertreten haben und nicht Ihre internationalen Freunde und irgendwelche geopolitischen Interessen. Ansonsten würde ich vorschlagen, machen Sie den Weg einfach frei für Neuwahlen. Dankeschön. Erwin Angerer, Wirtschaftsprecher der FPÖ, war das mit einer Kritik an seiner Meinung nach fehlgeleiteten Finanzpolitik. Kleiner Side-Step, der vorhin von der SPÖ angeforderte Gesundheitsminister hat in einer Pressekonferenz, wie erwartet, die Abschaffung der Impfpflicht verkündet. Am Wort ist nun Leonore Gewessler, Energieministerin von den Grünen. Wir sind in der Diskussion geboten, auch noch einmal hinzuschauen, wo sie wirklich unerträglich sind, nämlich in der Ukraine. In der Ukraine sind die Auswirkungen dieses Angriffskriegs unerträglich. Da müssen Menschen flüchten, da haben Menschen Angst um ihre Väter, um ihre Brüder. Die müssen sich um ihre Heimat sorgen. Und ihnen gehört natürlich auch unsere Solidarität. Deswegen sind wir militärisch neutral, aber wir ducken uns natürlich nicht weg, wenn es darum geht, Recht und Gerechtigkeit, für Recht und Gerechtigkeit unsere Stimme zu erheben. Aber ja, Putin setzt uns auch hier in Europa unter Druck. Seine Waffen in Europa sind andere als in der Ukraine. Das sind nicht die Bomben, das sind Energielieferungen und hohe Preise. Und erlauben Sie mir zu Beginn einen kleinen Exkurs auf die aktuelle Situation bei den Energielieferungen. Mir ist ein Anliegen, dass Sie es auch von mir hier in dieser Situation direkt hören. Sie wissen, es ist eine angespannte Situation. Mein Kollege Robert Habeck hat heute in Deutschland die Alarmstufe im Gasnotfallplan ausgerufen. Wir haben in der Bundesregierung nach Beratung im Krisenstab heute entschieden, dass wir die Alarmstufe vorerst nicht ausrufen. Warum? Ausschlaggebend sind dafür zwei Gründe. Die Gasflüsse nach Österreich sichern die Versorgung nach wie vor uneingeschränkt. Und es wird auch in den letzten Tagen kontinuierlich Gas eingespeichert. Und unser Speicherziel, nämlich den Füllstand 80 Prozent vor dem nächsten Winter, ist vorerst nicht in Gefahr. Wenn wir Anzeichen haben, dass sich diese Situation ändert, werden wir sofort in Österreich unmittelbar nächste Schritte setzen. Aber uns unterscheidet auch hier an dieser Stelle im Vergleich zu Deutschland ein ganz wichtiger Punkt. In Deutschland wird auch im Sommer viel Strom aus Erdgas erzeugt. Dieses Erdgas soll nun in Deutschland durch Kohle ersetzt werden in der regulären Stromproduktion, damit mehr Gas aus der Stromproduktion raus kann und eingespeichert werden kann. Und als Voraussetzung für diesen Umstieg auf die Kohle braucht es die Alarmstufe. In Österreich ist die Situation anders. Wir brauchen im Sommer sehr, sehr wenig Gas in der Stromerzeugung, weil hier die Erneuerbaren den größten Teil abdecken. Dieses Gas steht uns also im Sommer auch zur Einspeicherung zur Verfügung. Ich hoffe, Sie entschuldigen den kurzen Exkurs, aber mir ist es ein Anliegen, Sie auch direkt hier über unsere Überlegungen in diesem Zusammenhang zu informieren. Aber natürlich die Situation rund um die angespannten Gaslieferungen. Wir sehen natürlich unmittelbar, wie das wirkt auf dem Gasmarkt. Es treibt den Gaspreis. Das ist das zweite Instrument, das Putin in der Hand hat, nämlich die hohen Preise. Und dieser hohe Gaspreis schlägt sich in vielen, vielen Bereichen nieder. Und es ist Teil derselben Strategie von Wladimir Putin. Und es ist für viele Menschen in unserem Land, und da sind wir uns, glaube ich, alle in diesem Raum einig, eine große Belastung. Sie leiden unter der Teuerung dieser Wahrheit, müssen wir ins Auge sehen. In Österreich soll völlig klar sich niemand überlegen müssen, ob geheizt wird, ob eingekauft wird. Und deswegen ist es unsere Pflicht, dagegen zu halten. Weil wenn Putin versucht, uns mit diesen Preisen zu erpressen, dann werden wir dagegenhalten. Das tun wir mit diesem umfangreichen Paket. Es braucht rasche und umfassende Maßnahmen, um die Menschen zu entlasten. Und genau das liefern wir jetzt. Möglichst rasche und umfassende Maßnahmen. Die Erhöhung und die Aufstockung des Klimabonus ist ein wichtiger Baustein in diesem Teuerungsausgleich, in diesem Antiteuerungspaket der Bundesregierung. Sie wissen in seiner ursprünglichen Form, der Grundgedanke, der Klimabonus und der CO2-Preis gehören unmittelbar zusammen. Ein Teil einer umfassenden Revolution im Steuersystem, ein Teil der ökosozialen Steuerreform. Sie sorgen gemeinsam dafür, dass das Steuersystem erstmals den Klimaschutz im Blick hat, aufs Klima schaut. Was dem Klima schadet, bekommt einen Preis. Was dem Klima lützt, wird belohnt. Und an diesem System halten wir selbstverständlich fest. Aber was wir jetzt erleben durch den Krieg in der Ukraine, ist ein Preisschock. Ein Preisschock ist keine geplante Veränderung. Ein Preisschock kann gerade für Menschen mit wenig Geld existenziell sein. Darum stehen wir hier. Darum gibt es ja auch dieses große Entlastungspaket, um die Folgen dieses Preisschocks abzufangen. Und deswegen sieht auch der Klimabonus 2022 anders aus. Er wird 2022 nicht nur seine Funktion als Transferleistung für Haushalte, für Personen in Österreich im Ausgleich zur Einführung der CO2-Bepreisung erfüllen. Er wird auch zusätzlich erhöht, um den Menschen eine unkomplizierte, direkte Hilfe gegen die Teuerung zukommen zu lassen. Wir haben mit dem Klimabonus ein Vehikel an der Hand, mit dem wir in dieser akuten Situation relativ schnell und ohne großen Zusatzaufwand für alle Menschen in Österreich eine Hilfe gegen die Teuerung ausschütten können. Die Vorbereitungen für den Klimabonus sind relativ weit fortgeschritten. Wir sind gerade so weit, dass wir noch den Spielraum haben, den Betrag zu erhöhen, der ausgezahlt wird. Und diesen Spielraum nützen wir jetzt auch. Darum haben wir uns in der Bundesregierung entschieden, den Klimabonus in diesem Ausnahmejahr und vor dem Hintergrund des Preisschocks deutlich aufzustocken. Die regionale Staffelung zwischen Regionen mit viel und wenig Infrastruktur in diesem Jahr wegfallen zu lassen. Und wir nutzen den Klimabonus und schicken quasi Huckeback, einen Antiteuerungsbonus mit. Und in Summe ergibt das 500 Euro für jeden und jede, 250 Euro für Kinder. Das wird Abhilfe schaffen, das ist eine breite Entlastung, weil eben die Teuerung mittlerweile auch in allen Lebensbereichen angekommen ist und wir was dagegen tun. Der Klimabonus wird an alle ausgezahlt. Sie wissen es vom Kleinkind bis zur Großmutter, egal ob man studiert, gerade in Arbeit ist oder nicht oder Pensionist, Pensionistin. Die einzige Voraussetzung ist 183 Tage Hauptwohnsitz in Österreich. Damit steht uns ein Instrument zur Verfügung, um großflächig die Teuerung abzufedern. Und auch das ist schon erwähnt worden, um eine gewisse soziale Staffelung sicherzustellen, wird der Sonderzuschlag des Klimabonus, also die 250 Euro on top, für all jene steuerpflichtig, die über 90.000 Euro Einkommen im Jahr verdienen. Und was ich auch noch erwähnen möchte, wir haben die Gelegenheit genutzt, auch eine Ausnahmeregelung aus dem Gesetz zu streichen, nämlich für zwei Gebiete im äußersten Westen, nämlich für Jungholz und Mittelberg. Auch jene Menschen, die in diesen Gegenden leben, werden einen erhöhten Klimabonus und infolge in den nächsten Jahren auch den regionalen Klimabonus erhalten. Wir nutzen mit der für den Klimabonus aufgebauten Infrastruktur ein Instrument gegen die Teuerung. Das ist eine effiziente Nutzung dieses Instruments. Sie ermöglicht es allen Menschen in Österreich, eine Leistung zukommen zu lassen, unabhängig davon, ob sie Einkommensteuer zahlen oder nicht. Und im Gesamtblick des Antiteuerungspakets stellt die Erhöhung des Klimabonus einen wesentlichen Baustein dar, einen zentralen Baustein dar. Und neben den strukturellen Maßnahmen, und Sie sind vielfach erwähnt, wie der Abschaffung der kalten Progression, der über Jahrzehnte geforderten Indexierung der sozialen Leistungen, die Menschen auch kurzfristig und rasch zu entlasten, damit können wir Teuerung in weiten Teilen der Bevölkerung großflächig ein Stück weit abfedern, damit es im Herbst ein Stück leichter ist für die Menschen in unserem Land. Und dafür werbe ich wirklich sehr, sehr gern und aus voller Überzeugung um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Leonore Gewessler von den Grünen mit einer Ausführung zum Klimabonus. Jeder soll dadurch 500 Euro bekommen. Am Wort ist nun Susanne Raab von der ÖVP. Meine Damen und Herren Abgeordnete, werte Zuseherinnen und Zuseher, man spürt die aktuelle Teuerung beim täglichen Einkaufen, beim Heizen, bei notwendigen Investitionen und schlichtweg, wenn man sich um seine Kinder sorgt, wenn man das Notwendigste auch für seine Kinder kauft. Und daher ist die aktuelle Teuerung im Zentrum auch der Familien angekommen. Und deshalb bin ich auch als Familienministerin so froh, dass wir mit dem nunmehrigen Antiteuerungspaket die Familien, die das Herzstück und die tragende Säule unseres Landes sind, auch ins Zentrum unserer Politik rücken. Das nunmehrige Antiteuerungspaket ist wirklich ein historisches Paket für Familien, weil wir bauen auf zwei Pfeilern auf. Zum einen geht es um kurzfristige und ganz rasche Entlastungsmaßnahmen für Familien mit Geld, das unmittelbar bei den Familien ankommt, indem es ihnen aufs Konto überwiesen wird. Und zum zweiten geht es um langfristige Entlastungen in Form von Valorisierungen der Familienleistungen, die geplant sind, die eben weit über die jetzige Teuerung hinausreichen, sondern auch weit über die jetzige Legislaturperiode hinausreichen werden. Wie schaut jetzt das Paket für die Familien konkret aus? Zum einen starten wir jetzt mit dem Familienbonus Plus. Bereits heuer wird in der vollen Höhe von 2.000 Euro geltend werden. Das bedeutet eine Erhöhung von 1.500 auf 2.000 Euro. Und die Abwicklung des Familienbonus ist bekannt, entweder über die Arbeitnehmerveranlagung oder direkt über die Lohnverrechnung. Und was oft unterschlagen wird, wenn wir über den Familienbonus reden, ja, es ist eine steuerliche Entlastung. Und ja, jene, die mehr einzahlen, profitieren auch mehr vom Familienbonus Plus, weil sie eben mehr zurückbekommen von ihren Steuern. Aber wir haben selbstverständlich auch für jene Sorge getragen, die nicht voll vom Familienbonus Plus profitieren können, weil sie eben nicht aufgrund ihres Einkommens diese Steuer erreichen. Und daher haben wir auch den Kindermehrbetrag erhöht, nämlich von 250 auf 550 Euro. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, ist eine enorme Erleichterung, vor allem für alleinerziehende Mütter und Väter. Und das möchte ich schon sagen, das ist aus meiner Sicht sehr wohl sozial treffsichere Familienpolitik und sozial treffsichere Entlastungspolitik. Ich möchte das gerne an einem Beispiel sagen, eine Alleinerzieherin mit einem Kind. Sie ist Teilzeitangestellt, verdient in etwa 800 Euro brutto, erhält eine Aufstockung bis zur Mindestsicherungsgrenze. Sie wird allein durch das jetzige Entlastungspaket 1.682 Euro zusätzlich erhalten. Und das ist ein doppeltes Monatsgehalt. Und ich denke schon, dass das eine Entlastung für diese alleinerziehende Mutter und ihr Kind sein wird. Wie wird der Herbst konkret aussehen für die Familien in unserem Land? Zum einen werden wir bereits Anfang August eine einmalige Sonderfamilienbeihilfe in der Höhe von 180 Euro pro Kind ausbezahlen. Wir unterstützen damit 1,8 Millionen Kinder und deren Familien in ganz Österreich und nehmen dafür rund 340 Millionen Euro in die Hand. Darüber hinaus kommt dann im September das sogenannte Schulstartgeld. Das kennen wir schon. Das kommt dann in der Höhe von 100 Euro pro Kind. Jedes Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren wird beim Schulstart mit dem sogenannten Schulstartgeld unterstützt. Dann geht es weiter mit einer Sofortmaßnahme. 300 Euro an besonders betroffene Gruppen, besonders vulnerable Gruppen, insbesondere beispielsweise Arbeitslose und Mindestpensionisten profitieren von diesem Bonus. Im Oktober erhalten dann, wie auch die Klimaschutzministerin bereits ausgeführt hat, alle Familien einen Antiteuerungsbonus inklusive Klimabonus. Für Erwachsene sind es 500 Euro und für Kinder 250 Euro. Das heißt, sowohl im August als auch im September als auch im Oktober werden Familien direkt Geld auf ihr Konto überwiesen bekommen. Zur Entlastung der Familien in Österreich. Und ich möchte schon eines betonen. Wenn man sagt, das sind jetzt nur Einmalzahlungen und die würden verpuffen, dann ist das einfach nicht richtig. Denn der zweite Teil dieses Pakets sind langfristige Entlastungsmaßnahmen. Und die, sehr geehrte Damen und Herren, die sind wirklich historisch. Denn es geht hier um die Valorisierung der Familienbeihilfe, des Kinderabsetzbetrages, des Kinderbetreuungsgeldes und des Familienzeitbonus. Und all diese Familienleistungen, die werden künftig an die Teuerung angepasst. Und das bedeutet, wenn das Leben teurer wird, dann steigen automatisch diese Familienleistungen. Und einfach nur mal, um das in Relation zu setzen, die Familienbeihilfe für alle gibt es jetzt seit 1967. Und jetzt im Jahre 2022 gehen wir diesen Schritt und valorisieren die Familienbeihilfe. Sehr geehrte Damen und Herren, die Familien sind das Herzstück unserer Gesellschaft und liegen im Zentrum unserer Reform. Aus meiner Sicht als Familienministerin ein historisches Entlastungspaket, das zum einen kurzfristig, unmittelbar und sofort helfen wird. Und zum zweiten auch über die Jahre, so hoffe ich über die Jahrzehnte sichern wird, dass die Familien langfristig auch mehr von den Familienleistungen haben werden. Vielen Dank. Familienministerin Susanne Raab von der ÖVP. Das Paket für die Familien fußt auf zwei Pfeilern. Kurzfristige Maßnahmen mit Geld, das unmittelbar bei den Menschen ankommt. Und strukturelle Maßnahmen, die weit über diese Legislaturperiode hinausreichen. Also etwa die Erhöhung des Kinderabsetzbetrags von 250 auf 500 Euro. Und im Herbst soll dann das Schulstartgeld kommen. Am Wort ist nun Parteikollege Gabriel Obernostra. Er ist Budgetsprecher der ÖVP. Beihilfen, die schnellen und die langfristigen Einzelnen aufzählen. Gerade von mir hat das die Frau Bundesministerin gerade für die Familie gemacht und der Herr Finanzminister vorher auch. Aber ich glaube, man sollte, was mich ein bisschen wirklich zum Nachdenken bringt, das ist die politische Kultur, die momentan läuft. Und wenn ihr immer sagt, man hört draußen nicht mehr auf die Leute. Ihr könnt es mal glauben. Wir haben ein Hammer-Gosthaus und ich weiß, was die Menschen sprechen. Und was die Menschen sprechen über diese Kultur, die da auch seit einiger Zeit eingezogen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht erfreut. Wir wissen, dass wir in keiner guten Zeit sind. Das wissen wir alle. Wir haben die Corona-Zeit jetzt gehabt. Jetzt ist das da mit den Kriegern nicht weit von uns weg daherkommen. Mit allen Folgemaßnahmen, die alle treffen. Alle. Ob er jetzt finanziell nicht so gut aufgestellt ist oder besser aufgestellt ist, ist egal. Aber so, wie man mit diesem Thema umgeht, gerade von den Oppositionsparteien, das ist einfach das Schirren der Unzufriedenheit mit der Hoffnung selber, dadurch ein paar Stimmen zu lukrieren. Das ist nicht die Aufgabe eines Nationalratsabgeordneten, wo wir da gestanden sind und ich gelobe. Ich gelobe, ihr wisst, was alles dahinter steht. Und ich sage euch ein bisschen Geschichte, ich schaue mir auch ein bisschen Geschichte an. Ich schaue mir auch ein bisschen Geschichte an. Was früher war, war mal früher, aber es wiederholt sich immer wieder. Ich will euch einmal sagen, gerade liebe Sozialisten oder zumindest liebe SPÖler, wie ihr umgegangen seid mit diesen Krisen zum Teil. SPÖ-Alleinregierung. 1973, 1974 haben wir die Ölkrise gehabt. Damals waren die Araber schuld. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater hat zu Hause gebaut. 1972 Ölheizung einige getan. Heitermals Hackschnitzelheizungen und Wärmepumpen. Ich sage auch dazu, schon umgerüstet. Da hat der Liter Heizel 2,40 Schilling gekostet. Nach der Krise hat er 7 Schilling gekostet im Jahr 1974. Und es wurden damals auch Pakete geschnürt. Und ich sage euch, wie diese Pakete ausgeschaut haben. Sozialpaket habe ich von der SPÖ damals keines gesehen, weil es geschehen hat. Da habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bürgerlichen Verstand gehabt. Wir müssen uns einschränken, um das in den Griff zu kriegen. Wisst ihr, was damals beschlossen worden ist? In den öffentlichen Gebäuden durfte man nicht mehr heizen als wie 20 Grad. Auf den Autobahnen durfte man nicht mehr schneller fahren wie 100 Stundenkilometer, weil das auch Sprit einspart. Dann haben wir den autofreien Tag. Tag haben wir damals gehabt. Einmal in der Woche haben sie uns das Autofahren damals gestrichen gehabt, damit man Sachen einspart. Und damals hat es auch Oppositionsparteien gegeben. Und zwar die ÖVP und die Freiheitliche Partei. Dort hat es auch noch ein bisschen mehr Verantwortung gehabt und nicht nur Populismus. Wisst ihr, wie damals die Abstimmung abgegangen ist? Wisst ihr, wie diese Abstimmung ausgegangen ist damals? Einstimmig, weil sich auch die Oppositionsparteien, obwohl das nicht populär war, der Verpflichtung für die österreichischen Bürger verpflichtet gefühlt hat, nicht Unruhe zu stiften, sondern gemeinsam an einen Strang zu ziehen, so wie es in jeder Familie ist. Wenn es nicht gut geht, ist zusammenzuhalten, dann werden wir das schaffen. Aber so wie ihr das macht, ihr tut es nur schnüren, die Leute unzufrieden machen, weil diese Pakete, die diese Regierung aufgestellt hat, die können wir europaweit ins Schaufenster stellen, weil sie einfach schnell sein und weil sie gut sein. Und Herr Kollege Angerer, wenn wir die Zinspolitik anschauen, ich weiß, dass das nicht alles richtig ist. Aber die Amerikaner haben nicht gleich große Inflation wie die Europäer. Danke. Gabriel Obernostra, Budgetsprecher der ÖVP. Er kritisiert die politische Kultur der Oppositionsparteien und fordert mehr Zusammenhalt bei der Bewältigung von notwendigen politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise ein und erinnert an die 70er Jahre. Am Wort ist nun Gerald Loacker, Sozial- und Wirtschaftssprecher der NEOS. Zum Herrn Vizekanzler noch eine Anmerkung. Den roten Teppich mit Schleimspur haben viele ausgerollt, unter anderem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der 2018 zum Jubiläum 50 Jahre Gaslieferverträge gesagt hat, lieber abhängig vom Erdgas von Putin als von amerikanischem LNG. Die können uns auch in der eigenen Parteifamilie ein bisschen für Ordnung sorgen. Was wir heute auf der Tagesordnung haben, sind bitte nur die Einmalzahlungen. Heute werden nur die Einmalzahlungen beschlossen. Alle langfristigen Maßnahmen sind in der Phase des Versprechens, einer politischen Zusage. Sie wissen, dass politische Zusagen manchmal wert sind und manchmal nicht. Und da sind natürlich auch Dinge dabei, die richtig sind. Wenn zum Beispiel die 190.000 Pensionisten mit Ausgleichszulage jetzt eine Einmalzahlung bekommen, dann trifft es die Richtigen. Das muss man anerkennen. Es sind aber auch viele dabei, die nicht die Richtigen sind. Also zum Beispiel die Menschen, die mit ihrer Arbeit Steuern zahlen und Sozialversicherungsbeiträge um dieses System finanzieren, die gehen jetzt einmal im Wesentlichen leer aus, außer bei der Gießkanne. Diese 500 Euro für alle, die vorher die Ministerin Gewessler so hoch gelobt hat, die kriegen wirklich alle, und zwar bis ganz oben hinauf. Und da muss man sich dann wieder fragen, was soll diese Gießkanne, was soll dieses praktizierte Helikoptergeld? Es ist weder ökologisch, noch sozial, noch treffsicher, noch irgendwas. Es ist einfach eine blinde Geldverteilungsaktion. Und die Bürgerinnen und Bürger kommen ja schon gar nicht mehr mit, weil zuerst hat es geheißen, wir machen so einen Ökobonus und je nach öffentlichem Verkehr kriege ich 100 bis 200 Euro. Und dann hat es geheißen, 250 für alle. Und dann hat es geheißen, 500 für alle. Und dann ist mir draufgekommen, machen wir 500 für fast alle, weil die obersten 3 Prozent müssen jetzt 250 von den 500 versteuern. Ich weiß nicht, was noch alles passiert in den nächsten Monaten, weil sie kommen ja ständig auf neue Ideen. Das kann keiner mehr nachvollziehen. Und es wurde auch erkannt, regierungsseitig, wir sind ja bescheiden in der Opposition, wir sind ja schon froh, wenn eine Problemlage als solche erkannt wird. Es wurde also auch erkannt, die Lohnnebenkosten sind europaweit im Spitzenfeld, da könnte man was machen. Und jetzt haben sie 0,3 Prozentpunkte in Angriff genommen. 0,2 Prozentpunkte beim Familienlasten-Ausgleichsfonds, 0,1 bei der Unfallversicherung. Boah, das ist doch wahnsinnig. Und da wäre natürlich noch viel mehr drin gewesen, weil die allgemeine Unfallversicherungsanstalt ein Geldspeicher in den Händen der ÖVP ist. Da liegt über eine Milliarde Euro ungenutzt herum, die für diverse Geschenke und politische Wohltaten verwendet werden können. Da wird jetzt der Beitrag von 1,2 Prozent auf 1,1 reduziert. Und da muss man mal schauen, was kostet eigentlich die Unfallversicherung für Erwerbstätige im öffentlichen Dienst, wo ja auch die Polizei dabei ist zum Beispiel. Und was kostet es bei den Arbeitern und Angestellten? Und im öffentlichen Dienst kostet es 0,47 Prozent. Und bei den Erwerbstätigen in der Wirtschaft künftig 1,1. Also mehr als das Doppelte. Und dann frage ich mich, wo geht dieses Geld hin? Ja, aber sicher nicht zu den Versicherten, sondern es versickert in diversen politischen Kanälen. Also diese Lohnnebenkostensenkung hätten Sie locker verdoppeln können. Locker. Und ich bringe daher den Abänderungsantrag ein, der Nationalrat wohl in zweiter Lesung beschließen. Der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Artikel 4 Änderung des allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes wird wie folgt geändert. A. In Ziffer 2 wird der Ausdruck 1,1 Prozent durch 1,0 Prozent ersetzt. B. In Ziffer 3 wird der Ausdruck 1,1 Prozent durch 1,0 Prozent ersetzt. C. Ziffer 4 entfällt. Nun, übrig bleibt also heute eine Verteilung von Einmalzahlungen im Wesentlichen mit der Gießkanne. Der größte Geldbetrag geht für die Gießkanne auf, für diese 500 Euro an alle. Und weil der Gust Wöginger vorgerichtet hat, für eine vierköpfige Familie sind das 1.500 Euro. Und für die Familie Wöginger, die ja fünfköpfig ist, sind es dann 1.750. So treffsicher ist das dann. Gerald Loacker, Sozialsprecher der NEOS, er kritisiert die Einmalzahlungen des Antiteuerungspakets der Regierung. Außer etwa, es geht um die Mindestpensionistinnen und Pensionisten. Scharfe Kritik gibt es dafür den Klimabonus, wo jeder und jede 500 Euro bekommen soll. Den NEOS fehlt es also an der sozialen Treffsicherheit. Deswegen will die Partei auch eine getrennte Abstimmung über das Paket. Am Wort ist nun Markus Kotz, Sozialsprecher der Grünen. Der Kollege Greiner hat in seiner Berichtigung auf unseren Kollegen Jakob Schwarz erwidert, dass es nicht stimmen würde, dass die Gemeinde Wien nichts gegen Teuerung unternehmen würde. Und das ist doch richtig. Die Gemeinde Wien setzt etliche Maßnahmen. Das Interessante ist, es sind lauter Einmalzahlungen. Eine Einmalzahlung nach der anderen, die die Gemeinde Wien setzt. Und ich finde das auch gut. Ich finde das auch richtig, weil diese Zahlungen sehr schnell wirken können, so rasch wirken. Aber was sich nicht ausgeht, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist da zu sagen, wenn die Bundesregierung Einmalzahlungen macht, das ist pfui, 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 und in Wien Einmalzahlungen macht, ist das hui, hui, hui. Das wird sich wohl nicht ausgehen. Das will auch kein Mensch verstehen, warum man in Wien das feiert und dem zustimmt und hier auf Bundesebene da dagegen ist. Und ich weiß schon, es kommt sofort das Argument, ja, aber die Bundesregierung könnte ja strukturelle Änderungen setzen, das können die Länder ja nicht. Leider, leider, auch das ist falsch. Ich schaue nach Salzburg, da gibt es eine schwarz-grün-pinke Regierung. Und was machen die dort? Die erhöhen dort die Mindestsicherung für Kinder um monatlich 39 Euro. Strukturell, nicht Einmalzahlung, sondern dauerhaft. Das ist möglich, wenn man will, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und auch wir hier in diesem Hause setzen ja nicht nur Maßnahmen wie Einmalzahlungen, die dringend notwendig sind, weil sie rasch wirken, weil sie gezielt wirken, weil sie auch gut wirken, genau in die Gruppen, die besonders stark von Teuerung betroffen sind. Wir wissen, wo wichtig und wie notwendig das ist. Wir setzen auch strukturelle Maßnahmen, und das auch schon jetzt, indem wir den Kindermehrbetrag, der bereits erwähnt worden ist, um 200 Euro erhöhen und fortziehen. Und indem wir eben nicht nur Einmalzahlungen jetzt machen, sondern indem wir glücklicherweise diesen Kampf gegen die Teuerung verstetigen, indem wir dann ab dem 1. Jänner 2023 die wichtigsten Sozialleistungen laufend valorisieren, die bis jetzt noch nicht valorisiert sind. Das heißt, um genau die Teuerung, die jetzt eingetreten war, die uns jetzt so stark trifft, genau um diese Teuerung erhöhen. Und eben nicht nur Sozialleistungen, sondern auch Absetzbeträge, wo wir genau die Bezieherinnen von unteren Einkommen auch im Rahmen der Abschaffung der Kalten Progression ganz gezielt und ganz besonders entlasten. Und das sind sehr wichtige Maßnahmen. Wir wissen natürlich, und es ist klar, es gibt einerseits die Maßnahmen, die wir heute setzen, die wir heute beschließen, die relativ schnell gehen. Und relativ schnell heißt, es braucht immer eine Umsetzungsphase. Und es gibt die Maßnahmen, die auch länger brauchen, weil sie teilweise technisch nicht so leicht umsetzbar sind. Aber es wird in den Monaten direkt, unmittelbar und direkt ausbezahlt. Und was auch sehr wichtig ist, und das ist schon erwähnt worden, es gibt nicht nur den Teuerungsausgleich, nicht nur die Einmalzahlungen im Rahmen der Entlastung niedriger Einkommen und niedriger Pensionisten, die übrigens auch schon heuer entlastet werden, niedrige Pension, ich bringe dann demnächst einen Antrag ein. Es gibt auch den sehr oft kritisierten erhöhten Klimabonus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Teuerung hat längst auch die Mitte erfasst. Die Teuerung umfasst immer mehr Menschen. Und dieser Klimabonus, ja, ist eine breit gestreute Maßnahme, die 500 Euro. Aber sie ist trotzdem wichtig, weil er allen Nutzen auch denen was bringt, die nicht diese unmittelbaren Maßnahmen für den Teuerungsausgleich bekommen. Und auch die entlastet, die in der Mitte angesiedelt sind, die in der Mitte sind, die 2.000, 3.000 Euro im Monat auch verdienen. Und zuletzt möchte ich noch den Abänderungsantrag der Abgeordneten Wöginger, Sigrid Maurer, Grabel-Obernosterer, Jakob Schwarz und Kolleginnen und Kollegen einbringen zum Gesetzentwurf im Bericht des Budgetausschusses 1563, der Beilagen über den Antrag 2662a betreffend ein Teuerungsentlastungspaket. Worum geht es darin? Da geht es darum, dass der Teuerungsabsetzbetrag, den es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt und für Pensionistinnen bereits heuer ausbezahlt wird, bis zu 500 Euro, nämlich bis zum September. Eine deutliche Stärkung, eine deutliche Unterstützung für Pensionisten und Pensionistinnen. Und auch, dass geregelt ist, dass wenn mehrfach Pensionen bezogen werden, klar ist, dass er nicht mehrfach ausbezahlt wird. Und ich bitte um breite Zustimme für dieses wirklich wichtige, zentrale und wesentliche Paket, um die zu entlasten, die es wirklich ganz dringend jetzt brauchen. Danke. Markus Kotzer, Sozialsprecher der Grünen, die Teuerung hat auch die Mitte erfasst und deshalb ist es richtig, den Klimabonus höher auszubezahlen, meint er. Und er weist die Kritik der Opposition zurück, dass es nicht nur Einmalzahlungen gebe, sondern eben auch strukturelle Maßnahmen. So wird zum Beispiel der Kinderabsatzbetrag erhöht und vorgezogen. Der Teuerungsabsatzbetrag soll bereits heuer gelten. Am Wort ist nun Julia Herr von der SPÖ. Nur Einmalzahlungen auf den Weg gebracht worden sein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich korrigiere, bei der Wiener Energieunterstützung gibt es auch eine Säule, wo Fördermaßnahmen erhöht worden sind. Förderung, was Photovoltaikanlagen betrifft, was Stromspeicherung betrifft, was Effizienzförderungen im Neubau betrifft. Viele strukturelle Maßnahmen, nicht nur Einmalzahlungen. Und ich darf darüber hinaus ebenfalls korrigieren, der Herr Kotzer hat behauptet, die Stadt Wien solle sich doch auch bei anderen Ländern wie Salzburg anlehnen, quasi nehmen. Da wurde die Mindestsicherung für Kinder erhöht. In Wien ist die Mindestsicherung für Kinder seit der Einführung höher. Vielen Dank. Julia Herr von der SPÖ mit einer tatsächlichen Berichtigung. Sie verweist auf Maßnahmen in Wien, die gesetzt werden, die eben strukturell sind und keine Einmalmaßnahmen. Am Wort ist nun Rainer Wimmer von der SPÖ. Meine sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Damen und Herren der Bundesregierung. Es ist wirklich heute ein bisschen eigenartig, was hier abgeht, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Die Bundesregierung lädt zur Sondersitzung und der Bundeskanzler ist da. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich eine Verhöhnung des Parlaments und eine Verhöhnung der Menschen, die zu Hause zusehen. Das ist respektlos und eines Kanzlers nicht würdig, meine schätzten Damen und Herren. Ihr werdet die Rechnung eh präsentiert bekommen. Und ich frage mich, warum ich mich so aufrege, weil ihr euch selber in den Finger schneidet. Weil die Umfragen, die jetzt schon wochenlang vorherrschen, die deuten ja darauf hin, dass ihr deutlich weniger werdet. Zurzeit 30 Mandate minus, wie es zurzeit ausschaut. Aber ich habe zwar sehr viel Selbstbewusstsein, liebe Kolleginnen und Kollegen der ÖVP. Die Menschen spüren die Präpotenz dieser Regierung. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, Hochmut kommt vor, dein Fall. Wir verhandeln heute das sogenannte Tauungspaket. Ein bisschen spät, wie ich meine, ist heute schon etliche Mal angesprochen worden. Und seit Oktober droben wir als Sozialdemokraten, dass endlich was unternommen wird, dass endlich was geschieht. Und wir haben recht behalten, diesen Druck aufrechtzuhalten. Sonst würden Sie bis heute noch keinen Finger rühren, geschätzte Freundinnen und Freunde der ÖVP. Und wir haben als Gewerkschaftspunkt zur Teuerungskonferenz eingeladen. Markus Gottschauer, du bist jetzt auf einer anderen Seite, darum warst du damals nicht mehr dabei. Und mehr als 3.000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte waren da und haben dort geschildert, was in den Betrieben bei den Kolleginnen und bei den Kollegen abläuft. Die Menschen arbeiten Tag und Nacht, geschätzte Damen und Herren, und kommen mit dem Geld, das sie verdienen, nicht mehr aus. Weder beim Supermarkt, bei der Tankstelle, bei den Nachtzahlungen bei Gas und Strom und besonders auch nicht bei den Mieten, wenn jetzt mit Nachtzahlungen fällig wird. Und ich will ja den Teufel nicht an die Wampen wahlen, geschätzte Damen und Herren. Aber ich glaube, ihr müsst einfach aufpassen. Ihr müsst aufpassen, es genügt oft nur ein kleiner Funkel. Wenn der überspringt, dann haben Sie wirklich ein Problem. Die Menschen lassen sich das nicht länger gefallen. Und meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich verstehe das. Denn wenn man heute den Regierungsfraktionen zugehört hat, wie toll, wie glas, wie super alles läuft, dieser Lobgesang, der hier niedergegangen ist, dann sage ich Ihnen, Sie haben keine Ahnung, was draußen in Wirklichkeit vorgeht. Sie haben keine Ahnung, wie die Menschen um das wirtschaftliche Überleben kämpfen. Und das Ergebnis, das Sie heute präsentieren, zeigt es wieder, Sie haben das Problem leider nicht verstanden. Ja, ihr habt es wieder einmal, ihr habt es wieder einmal, die Gießkanne ausgepackt. Millionäre bekommen dasselbe wie Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich sage Ihnen, das ist absolut, das ist absolut nicht gerecht und ist auch nicht sinnvoll. Und Herr, ich habe euch ein bisschen schwunzeln müssen, Herr Bundesminister, Herr Bundesminister Brunner. Ich habe um 13 Uhr eine Presseaussendung heute von Ihnen vernommen, wo Sie sich Gedanken machen, Jahre nachzudenken, wie man den Wertpapierbesitzern die Käst senken kann. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt ehrlich gemeint haben, ich weiß ja nicht, ob Sie den Pressesprecher noch haben, ob Sie es schon rausgeschmissen haben. Aber zum Zeitpunkt, wo wir über Menschen reden, die die Existenz nicht mehr sichern können, sich Gedanken zu machen, wie Sie die Käst absichern, absenken wollen, für jene, die es nicht notwendig haben, Herr Bundesminister, da verstehe ich Sie wirklich überhaupt nicht. Da verstehe ich Sie überhaupt nicht. Und wieder einmal die alte Propaganda, die alte Propaganda, da wird Marketing gemacht, da werden Dinge heute verkauft, die irgendwann einmal tatsächlich stattfinden. Aber die Menschen glauben Ihnen das eh nicht, aber sie nehmen Ihnen das eh nicht mehr ab. Die kalte Progression ist heute schon angesprochen worden, die kommt irgendwann, steht da heute überhaupt nicht zur Debatte. Was wir brauchen, wäre die Valorisierung der Sozialleistungen. Aber da haben Sie auch gekniffen, weder bei der Familienbeihilfe, Studienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, die Pensionisten und Pensionisten. Das war noch jetzt in der letzten Sekunde, da einer da, wo es eingefallen ist, ob in Wirklichkeit, aber auch nur mit Einmalzahlung, die haben Sie im Regen stehen lassen. Und die werden auch darüber nachdenken, welche Maßnahmen sie ergreifen können. Beim Mietenstopp haben Sie versagt, Sie haben alle Möglichkeiten in der Hand gehabt. Aber da sind Sie wieder den Immobilienmaklern erlegen. Die haben natürlich gut gespendet, da haben Sie nur Schulden höchstwahrscheinlich. Darum war das nicht möglich und das wäre so notwendig gewesen. Mehrwertsteuer ist eingegangen auf die Rundangsmittel. Sie sagen uns immer, was nicht geht, geschätzte Damen und Herren. Das sind die Themen, die wirklich angegangen werden müssen, die jetzt zu geschehen haben und nicht irgendwann. Und, Herr Bundesminister Bonner, heute schon angebrochen, heute sind Sie zweimal dran bei mir. Sie haben darauf hingewiesen, die 3.000 Euro, jawohl, die steuerfrei sind und sozialversicherungsfrei. Wir müssen gerade wissen, wie oft man so etwas machen kann. Bei der Sozialversicherung geht das Geld natürlich ab. Aber das ist grundsätzlich okay. Und weil Sie in Richtung Kollektivvertrag uns auch gemeint haben, wir haben ja schon vor ein paar Wochen ein paar Ratschläge von Ihnen gehört, wo Sie gemeint haben, wir sollen heuer etwas zurückhaltender, vernünftig und maßvoll sein. Ich kann Ihnen nicht alles versprechen. Vernünftig natürlich, maßvoll auch. Das wollen wir immer, aber zurückhaltend werden wir ganz wirklich nicht sein. Wenn wir die Ergebnisse wissen, was nämlich jetzt schon feststehen, Rekordergebnisse, Dividendenausschüttungen, sehr viele Firmen verdienen wirklich viel Geld und füllen sich die Taschen an. Kolleginnen und Kollegen, da müssen unsere Kolleginnen auch dabei sein. Auch dabei sein, um dann am Erfolg teilhaben müssen. Und vielleicht noch ganz kürzlichen Einmalzahlungen. Gott, darf man Ihnen auch richtig verstehen. Jawohl, alles okay. Aber bei den Kollektivvertragsverhandlungen werden wir uns mit Einmalzahlungen nicht abspeisen lassen, Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen Nachhaltigkeit. Wir brauchen einen Prozentsatz. Wir brauchen einen Prozentsatz, wo die Menschen wirklich sehen, dass sie der Teuerung Paroli bieten können. Und einen Satz zu den Krisengewinnern. Einmal hat der Bundeskanzler sich getraut. Einmal hat er sich getraut. Kolleginnen und Kollegen, dann habt ihr schon den Stecken ausgepackt. Und einen Tag später hat der Bundeskanzler einen Maulkorb umgeschneppt bekommen. Der Wirtschaftsbund hat das ganz schnell gemacht. Aber er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt. Sondergewinne gehören abgeschöpft, meine Damen und Herren. Es ist wirklich nicht einzusetzen. Herr Abgeordneter Wimmer, ich muss Sie jetzt unterbrechen in Ihrer Rede, damit wir geschäftsordnungsgemäß zum Aufruf der kurzen Debatte zur Anfragebeantwortung kommen. Aber Sie können im Anschluss an die kurze Debatte fortfahren. Sie haben einen Schlusssatz? Einen Schlusssatz, weil es einfach unrettlich ist, Kolleginnen und Kollegen, die Gewinne nicht abschöpfen. Wir hören aber, das geht nicht. Das ist zu kompliziert, obwohl es geht. Griechenland hat es uns vorher gesagt, Italien hat es uns vorher gesagt, und Eingrand hat es uns vorher gezeigt. Herr Abgeordneter, ich erteile Ihnen, der Entschließungsantrag geht sich nicht mehr aus. Oder Sie können ja auch Ihre Rede nach der Debatte um die Anfragebeantwortung fortsetzen. Die Debatte wird jetzt unterbrochen. Es ist nämlich 15 Uhr und jetzt kommt die angekündigte kurze Debatte. Nämlich die kurze Debatte über eine parlamentarische Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Schnedlitz und weiterer Abgeordneter, die sich an den Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch richtet, der auch inzwischen wieder auf der Regierungsbank Platz genommen hat. Die Mandatare wollen unter anderem wissen, welche Verträge seitens des Ministeriums, also des Gesundheits- und Sozialministeriums, mit Beratungsunternehmen oder externen Beratern heuer von Jänner bis Ende März geschlossen wurden. Und wenn ja, wie hoch die entsprechenden Kosten sind. Als Erster zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Schnedlitz von der FPÖ. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause. Wir debattieren eine Anfragebeantwortung des Sozialministers, wodurch die Antworten zusätzliche Fragen aufgetreten sind, die nahezu nach Transparenz schreien. Aber zur Erklärung muss ich ein bisschen zurückgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, Türkis-Grün greift in diesen Krisenzeiten tief in die Taschen und nimmt einiges an Steuergeld in die Hand, unter anderem im Jahr 2020 73 Millionen, im Jahr 2021 65 Millionen und jetzt im Jahr 2022, Jänner bis März, im ersten Quartal 10,7 Millionen. Jetzt werden Sie sich denken, gut so zur Bekämpfung der Teuerung oder zum Beispiel zur Stärkung des Gesundheitssystems. Das Einzige, was diese Regierung aber macht, wenn sie anständig in den Steuertopf, in diesen Zusammenhang hineingreift, ist, das Geld für Eigenwerbung in den türkis-grünen Ministerien aufzuwenden. Und in diesem Zusammenhang steht auch die debattierte Anfragebeantwortung des Sozialministers. Eine Anfragebeantwortung, wo wir unter anderem die Frage gestellt haben, welche Verträge mit Werbefirmen im ersten Quartal 2022 abgeschlossen wurden und zu welchen Kosten habe diese Verträge geführt haben, von Seiten des Sozialministeriums, nur dieses eines Ministeriums. Und als Antwort haben wir einen Fünfzeiler bekommen. Fünf Agenturen wurden für verschiedene Projekte beauftragt. Und wenn man sich das im Detail ansieht, dann waren das 1.134 Euro für die erste Agentur, 3.000 Euro für die zweite Agentur, 384 Euro für die dritte Agentur und 148 Euro für die vierte Agentur. So weit, so gut würden wir sagen, da ist sparsam umgegangen worden. Und dann kommt man zur Zeile 5 und man entdeckt eine Beauftragung der Kreativagentur Jung von Matt für eine Kampagne rund um eine Delegierungsprävention in Höhe von 286.953 Euro. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Kampagne für ein Projekt, das notwendig geworden ist. Und dann verstehen Sie uns nicht falsch, wir finden dieses Projekt wichtig, das notwendig geworden ist, weil viele Menschen von Delogierungen betroffen sind aufgrund der fehlgeleiteten Politik dieser Bundesregierung. Und dieses Projekt soll nun kampagisiert werden. Und dann haben wir uns angeschaut, was ist mit diesen 286.000 Euro passiert, also teilweise das Hundertfache oder mehr als das Hundertfache der anderen Projekte, von der Summe her, die hier geflossen ist. Und wir haben gefunden eine Homepage, eine relativ einfach gestaltete, die das Projekt erklärt, ein YouTube-Video und ein paar Presseaussendungen. Und Sie müssen wissen, dass der Herr Sozialminister schon Pressemitarbeiter auch bei ihm im Ministerium hat, aber in diesem Fall hat man die Presseaussendungen auch anscheinend ausgelagert. Und dafür, für diese drei Dinge, die wir gesucht haben, sind 286.000 Euro geflossen. Wenn Sie jetzt zu Hause auf den Fernsehbildschirmen, die das ja bezahlt haben, diese Kampagne gegen Delogierungsprävention nicht kennen, dann gehören Sie anscheinend nicht zu den 200 Personen, die sich das Werbevideo angesehen haben in dieser Republik. Sie kennen das auf YouTube unten, wie viele Aufrufe ein Video hat. Dieses hochqualitative Video hatte 200 Aufrufe und dafür sind 300.000 Euro als Steuergeld in die Hand genommen worden. Und wenn man dann sich das näher ansieht und weitersucht und weitersucht, dann findet man einfach nicht mehr, sehr geehrte Damen und Herren. Und da drängt sich die Frage auf, Herr Sozialminister, wo war dann die Leistung im Zusammenhang mit diesen 300.000 Euro? Und ein paar Fragen später stellen wir auch die Frage, gibt es anderweitige Personen oder Unternehmen, die besonders von den in Frage 31 geschlossenen Verträgen mit Werbefirmen profitieren könnten? Also von den Beauftragungen des Sozialministers des Grünen. Und die Antwort lautet Nein. Und sehr geehrte Damen und Herren, da würden wir schon gerne ein bisschen mehr Antworten haben, wenn wir nämlich dafür hergehen und schauen, wer diese 300.000 Euro bekommen hat, dann fällt auf, dass das die Agentur Jung von Matt war. So, wer ist diese Agentur? Diese Agentur, sehr geehrte Damen und Herren, ist die grüne Werbeagentur. Und das sagen jetzt nicht wir Freiheitlichen, sondern ich darf Ihnen zitieren, eine Presseaussendung der Grünen Bundespartei, nämlich grüne Bundespartei, Doppelpunkt. Martin Radschabi wechselt in die bisherige grüne Wahlkampfagentur. Martin Radschabi, seit Februar 2011 Kommunikationschef der grünen Bundespartei, wechselt ab 1. August 2015 als Geschäftsführer zur Werbeagentur Jung von Matt und wird dort unter anderem die Grünen bedrohen. Jung von Matt hat in den vergangenen Jahren erfolgreich Kampagnen für die Grünen kreiert. Dann folgt eine Aufzählung von Kampagnen und so weiter. Und wenn man sich jetzt anschaut, also nicht nur, dass die 300.000 Euro in die grüne Werbeagentur geflossen sind, wer dieser Herr Radschabi ist, da kommt man auch relativ schnell drauf, wenn man nach den Leistungen des Herrn Radschabi sucht. Das ist der Herr, der der Wahlkampfmanager des grünen Bundespräsidenten Van der Bellen in der Kampagne 2016 war. Und sehr geehrte Damen und Herren, der auch in dieser Bundespräsidentschaftswahl der Kampagnenleiter des Bundespräsidenten ist. Und selbst in einer Aussendung des Vereins Gemeinsam für Van der Bellen ist zu lesen, eine Aussendung von voriger Woche, sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns bereits in der Gegenwart. Die unabhängige Wahlbewegung von Alexander Van der Bellen lädt bei Pressea-Sendung ein, Teil der Bewegung zu werden und sich mit einer Spende zu beteiligen. Der Wahlkampfleiter Martin Radschabi, der mit den Grünen jahrelang eng verbunden war, erhörtet das Ziel des Spendenaufrufs und so weiter und so fort. Sehr geehrte Damen und Herren, vereinfacht gesagt, wir haben eine türkis-grüne Regierung, die tief in den Steuertopf greift, während Sie zu Hause mit der Teuerung kämpfen. Und der grüne Sozialminister zum Beispiel vergibt 300.000 Euro Ihres Steuergelds an die grüne Werbeagentur, die eng und direkt verbunden ist mit dem Wahlkampf des grünen Bundespräsidenten. Also, wenn man es auf den Punkt bringt, es handelt sich hier um Verbindungslinien, die auftreten, die sich in Form von Geldflüssen darstellen, von grünen Ministern und für grünen Ministerien direkt in den Wahlkampf des grünen Bundespräsidenten, auch in den derzeitigen. Und wer glaubt, dass das ein einzelner Fall ist, mitnichten, sehr geehrte Damen und Herren, Sie alle wissen auch bereits aus März, dass, und das trifft sich gut, dass die grüne Umweltministerin da ist, dass auch die grüne Umweltministerin 390.000 Euro bis zu 390.000 Euro freigegeben hat für die Agentur von Lothar Locke, wer ist der Herr? Der Ex-Wahlkampfmanager von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dass auch von der grünen Umweltministerin, wie gesagt, gut, dass Sie hier sind, die Agentur Jung von Matt zusätzlich zu den 300.000 Euro des grünen Sozialministers 123.000 Euro im Rahmen des Projekts Klimarat bekommen hat, aber auch bei weiteren Projekten, zum Beispiel beim Projektreparaturbonus, zigtausend Euro in diese grüne, aus Eigendefinition heraus, Werbeagentur verschoben worden. Sehr geehrte Damen und Herren, hier gibt es Geldflüsse, die direkt von grünen Ministerien hin zur engsten Wahlkampfmannschaft des Bundespräsidenten von Alexander Van der Bellen fließen und sehr geehrter Herr Sozialminister und vielleicht könnte sich auch die Umweltministerin zu Wort melden, weil auch sie hat 100.000 Euro verschoben. Hier erwarten wir Antworten, Aufklärung und Transparenz, sehr geehrte Damen und Herren der Grünen. Denn das hat mit Anstand nichts zu tun. Das Einzige, was sie machen, ist anständig in das Geld der Steuerzahler hineinzugreifen und das Geld dann zu verschieben. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir erwarten uns eine Erklärung dafür, wobei ich, wenn ich ehrlich bin, die einzige Erklärung, die dieser Republik helfen würde, eine geschlossene Rücktrittserklärung dieser Bundesregierung wäre, denn nur eine Rücktrittserklärung kann einen weiteren Schaden von Türkisgrün abwenden. Und dann ist es auch vorbei, dass diese zwei Parteien, sehr geehrte Damen und Herren, in ihren Steuertopf hineingreifen. Michael Schnititz von der FPÖ der Antragsteller. Er hinterfragt die Beauftragung der Agentur Jung von MAD mit einer Informationskampagne zur Delosierungsprävention. 286.000 Euro hat diese laut Anfrage Beantwortung gekostet. Am Wort ist nun Johannes Rauch. ... über die Bundesbeschaffungsagentur. Es erfolgte ein Abruf aus der BBG Rahmenvereinbarung Kreativleistungen Bund. Zu den Kosten und zum Hintergrund, das zur Anwendung kommende Entgelt ist in der Rahmenvereinbarung der BBG Kreativleistungen Bund Nummer 5202.03685 festgelegt. Die Leistungen der Agentur umfassen die Erstellung von TV-Spots, die Erstellung einer Informations-Homepage, Inseraten, Sychees, Folder, Werbemittel und die Kampagne insgesamt, knüpft an das Projekt Wohnschirm, das jetzt verlängert wird. Damit wird Delosierungsprävention betrieben. Und zwar auch in erfolgreichem Ausmaß. Es wurden bis dato über 1.400 Personen sozusagen vor der Delosierung bewahrt und konnten ihre Wohnung behalten. Wir haben 2022 hat das Ministerium ein umfangreiches Programm für Mieterinnen eben zur Delosierungsprävention und Wohnungssicherung gestartet. Da sind Mieterinnen mit österreichischem Hauptwohnsitz, für die nach Ausbruch der Corona-Pandemie die Wohnung nicht mehr leistbar war, beinhaltet. Sie sollen durch dieses Hilfsangebot unterstützt werden. Das Gesamtbudget dafür beträgt 50 Millionen Euro. Mit diesem Geld werden dann auch Kosten, Mietkosten, Mietrückstände übernommen. Und ja, dieses Angebot ist auch entsprechend kommunikativ beworben worden. Der aktuelle Stand, die Kosten der Anfragebeantwortung, bezieht sich auf den Stand erstes Quartal 2022. Nach derzeitigem Planungsstand ist für das Quartal 4 ein weiterer Informationsschwerpunkt vorgesehen. Eine Detailplanung gibt es aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Es wird aber weiter natürlich kontinuierlich informiert über das Projekt und die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, auch aus den Bundesländern und von den sozialen Einrichtungen, die davon betroffen sind, dass das eine enorm wichtige Initiative ist, die natürlich breit auch publiziert werden muss, weil damit dort Hilfe geleistet wird, wo es einfach notwendig ist. Es ist uns auch gelungen, über das heurige Jahr hinaus, das Projekt Wohnschirm zu verlängern und ordentlich zu dotieren. Und es ist so, dass dort, dass immer einfach noch zunehmend eine hohe Anzahl von Menschen betroffen ist von Mietrückständen. Und genau dafür ist der Großteil dieser Mietlauf vorgesehen. Das ist, so viel kann ich jetzt dazu sagen. Dankeschön. Der Sozialminister Johannes Rauch zu dieser Anfragebeantwortungen. Die Rückmeldungen, die das Ministerium in puncto Beauftragung der Informationskampagne bekommt, aus den Ländern, die Rückmeldungen seien sehr gut. Am Wort ist nun Werner Sachsinger von der ÖVP. Es bietet wieder mal Gelegenheit, allgemein und speziell dazu Stellung zu nehmen. Und in der Anfrage steht gleich ein Satz, ein sehr weiser Satz der FPÖ. Ministerien greifen immer wieder auf externe Studien und Berater zurück. Gerade beim Zukauf externer Leistungen ist jedoch Transparenz ein Gebot der Stunde und von besonderer Wichtigkeit. Das gehört eigentlich ins Stammbuch geschrieben. Worum geht es bei der Anfrage? Einerseits um Expertise und andererseits um Vergabe. Zur Expertise ist zu sagen, dass eigentlich die Beauftragung externer Beraterinnen und Berater im Einzelfall aus verschiedenen Gründen erforderlich sein kann. Mangels eigen, vor allem einer Eigenexpertise. Oder es ist auch ganz gut, einmal außerhalb über den Tellerrand zu schauen und von Außenstehenden oder Betroffenen gewisse Themen beleuchten zu lassen, was durch regelmäßige externe Beraterinnen und Berater erfolgen kann. Zwei Studien habe ich hier, weil ich dich jetzt zitiere. Die in das eine ist vom März, Jänner bis März 2022, Zusammenhang mit dem Impfpflichtgesetz, wo eine Unterstützung zu ressortinternen Projektfragen aufgeworfen wurden, mit Mitarbeitern, die im IT und in der Logistik betroffen sind. Oder Mai 2022 verfassungsrechtliche Fragestellungen zu Unterhaltsvorschuss, also Themen, wo man externe Berater und externe Kompetenz benötigt. Zur Vergabe zum Punkt zwei ist zu sagen, dass natürlich selbstverständlich sämtliche Vorgaben im Bundesministerium unter Einhaltung aller rechtlichen und auch insbesondere der entsprechenden Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes erfolgen müssen. Und, lieber Kollege Schnedlitz, auch in Stammbuch geschrieben, es hängt nicht davon ab, wer eine Kampagne macht, sondern ob sie gut ist. Das sollte das einzige Kriterium sein. Zu Studien ist rein rechtlich zu sagen, sie müssen wirtschaftlich sein und sie müssen auch den Bestimmungen des Ministeriums entsprechen. Und insgesamt muss man sagen, dass wir alle miteinander zukünftig einen großen Transparenzschritt nach vorne gehen müssen. Das tun wir auch. Wir haben gerade ein neues Parteiengesetz in Verhandlungen, da es uns ein großes Anliegen ist, auch Transparenz zu schaffen. In der Anfrage geht es aber auch um viele Impfungen, habe ich da gesehen. Und da möchte ich auch noch ein paar Worte dazu sagen, weil heute ein Tag ist, wo auch die Abschaffung der Impfpflicht im Raum steht oder angekündigt wird, wir werden die Impfpflicht abschaffen, aus verschiedenen Gründen. Die Impfpflicht hat zu großen negativen Emotionen geführt, das haben wir alles miterlebt. Und sie hat auch nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Aber das heißt nicht, dass wir das Impfen nicht mehr empfehlen. Im Gegenteil, sie schützt sich selbst und auch die anderen. Und lassen Sie mich noch kurz ein paar Sätze sagen, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben die drei Gründe damals definiert, warum wir die Impfpflicht wollen. Das waren Eingriffe in Grundrechte, aber drei Gründe, die das Gesetz gerechtfertigt haben. Ein Grund war ein Ziel, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und Aufrechterhaltung der Gesundheitssysteme. Das zweite Ziel war das Mittel, die Impfung wirkt, auch gegen Virusvarianten. Und das dritte Ziel war die Verhältnismäßigkeit. Und das hat alles Anfang des Jahres gegolten. Aber die Voraussetzungen haben sich geändert. Damals war Delta dominierend, mit hohen Zahlen an Infektionen in Spitälern und auch Intensivstationen. Jetzt ist die Omikron-Variante dominierend mildere Variante. Das heißt, wenn ich die drei Dinge wieder betrachte, das Ziel ist derzeit nicht in Gefahr. Wir haben keine Überlastung der Gesundheitssysteme. Die Impfung wirkt schon gegen Virusvarianten. Und es gibt auch mittlerweile Medikamente gegen schwere Verläufe, die es nicht gegeben hat. Und was wir alle erhofft haben, aber wirklich leider nicht eingetreten ist, die Impfpflicht hat leider zu wenige zusätzlich zur Impfung motiviert. Das heißt, wir werden die Impfpflicht abschaffen, aber die Impfung weiterhin stark forcieren und auch empfehlen. Dankeschön. Werner Sachsinger von der ÖVP zum Thema Kampagnen. Die Impfpflicht, die ja abgeschafft wird, das wurde ja heute in einer Pressekonferenz mit Johannes Rauch bekannt. Die Impfpflicht habe nicht die notwendige Wirkung gezeigt, die man sich erwartet habe. Und die Voraussetzungen haben sich geändert. Und daher ist es richtig, sie abzuschaffen, sagt Werner Sachsinger von der ÖVP. Am Wort ist nun Philipp Kucher von der SPÖ. Geschätzter Herr Bundesminister, ich habe jetzt ganz genau zugehört, auch während Ihrer Wortmeldung, wie die designierte Volksanwältin Gabi Schwarz ganz genau mitgeschrieben hat. Und nach diesen Ausführungen, da spielt sie in Zukunft Granada. Das lässt sich nicht durchgehen als Volksanwältin, dass wir in Österreich eine dramatische Teuerung erleben, dass die Menschen verzweifelt sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Und die Beraterverträge, Werbeausgaben und dergleichen einen immensen Anwachs im Bereich der politischen Ausgaben, der Repräsentationsausgaben und der Werbung hier so nebenbei irgendwie kleinreden. Da wird die Volksanwältin Schwarz ganz genau Ihnen die Leviten lesen. Da bin ich überzeugt, dass das heute nicht das letzte Mal das Thema war. Ich möchte mich nur heute noch einmal hier auch einen Zeitungsartikel Ihnen vorlegen. Energiebonus, 150 Euro Gasrechnung, 2300 Euro Nachzahlung. 2300 Euro Nachzahlung für Pensionistin. Und da auf einmal sagt die Regierung, da können wir nichts tun, da kriegst du 150 Euro, liebe Pensionistin. Aber im eigenen Politapparat, im türkis-grünen Politapparat spielt Geld keine Rolle. Da ist Geld da. Und man hat ja bei der Werbung fast den Verdacht, je schlechter die Arbeit der Bundesregierung, je schlechter die Arbeit der Bundesregierung, desto mehr Geld wird inseriert, wird in Werbung investiert und in Eigenwerbung. Das ist unglaublich. Während Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können, wird im türkis-grünen Politapparat mit dem Geld nur so herumworfen, dass nur so eine Freiheit ist. Und ein paar Fakten noch, ich habe sehr, sehr oft den Sebastian Kurz kritisiert. Ich habe oft den Sebastian Kurz kritisiert, weil ich gesagt habe, ein Wahnsinn, jeder, der in der jungen Volkspartei einmal eine Zetterle ausgetragen hat für den Sebastian Kurz, hat am nächsten Tag einen Job im Bundeskanzleramt bekommen. So, jetzt ist der Kurz weg. Und stellt euch vor, es ist ja noch schlimmer geworden. Wir haben fast 500 Menschen, 500 Menschen, die in den politischen Kabinetten von türkis und grün arbeiten. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Politapparat von türkis und grün. Ja, das ist wunderbar für die Pensionistin, die die Gasnachzahlung hat. Da kann ja die Dame vielleicht irgendwann anfangen, bei Herrn Bundesminister Rauch vielleicht irgendwie sozusagen im Sekretariat arbeiten oder als Generalsekretärin. Das haben ja die Türkisen auch eingeführt. So wird mit dem Geld umgegangen. Das ist ja Wahnsinn, wie ihr miteinander arbeitet. Das ist echt schäbig gegenüber allen Menschen, die verzweifelt sind und nicht weiter wissen. Bitte schauen Sie es nicht so. Bitte, Frau Kollegin, Frau Kollegin. Das ist ganz eine ernste Situation für viele, viele Menschen. Und dann irgendwann zu vertrösten, die wissen nämlich heute nicht. Jetzt kann man sagen, jetzt ist bald der Sommer da, aber es gibt Leute, die haben wirklich Angst und wissen nicht, wie sie zu Weihnachten sich die Heizung zahlen sollen. Die wissen es einfach nicht. Und das kann man sagen, aus grüner Sicht eigentlich ist das egal, weil irgendwie Gasheizung ist eh nicht so sexy aus grüner Sicht. Das will man eh nicht haben. Nur für ganz, ganz viele Menschen ist das natürlich ein Drama. Die haben nicht das Geld zum Umrüsten. Es gibt keine Initiativen der Regierung. Ihr lasst da einfach Menschen im Stich. Und dann wird Geld ausgeben für Inserate, für die Eigenwerbung. Ganz vorne mit dabei, im grünen Bereich, ist die Ministerin Gebessler. Die führt das Ranking bei der Eigenwerbung an. Alle anderen im grünen Apparat sind ohnehin sparsamer. Und ich möchte gar nicht anfangen in den Personalbereich, dass inzwischen die Verteidigungsministerin Danner mehr Mitarbeiter hat wie der Bundeskanzler Nehammer. Da möchte ich nicht wissen, was die Frau Danner eigentlich den ganzen Tag dort im Büro macht. Ob sie die allerbeste Verteidigungsministerin aller Zeiten ist, ich würde es persönlich bezweifeln. Ich bitte also noch einmal, ich habe es immer gesagt, man muss sparsam sein, man muss mit dem Geld der Steuerzahler ordentlich umgehen, Frau Kollegin Maurer. Ich bitte also wirklich, weniger mit vollen Händen das Steuergeld ausgeben für euren Politapparat, für Eigenwerbung. Macht es gute Arbeit, das ist die beste Werbung. Das wäre vielleicht einmal ein anderer Zugang. Und dann ist mehr Geld da, dass man die Pensionistin in dieser schwierigen Situation tatsächlich unterstützen kann. Philipp Kucher von der SPÖ war das. Er kritisiert die dramatische Teuerung und den Umgang mit dem Steuergeld, wie er sagt. 500 Menschen würden in den Kabinetten der Regierung arbeiten, während Menschen draußen nicht wissen, wie sie die Heizkosten bezahlen sollen, so Kucher. Am Wort ist Christian Hafenecker von der FPÖ. ... im Steuertopf drinnen gehängt sind, aber es stellt sich heraus, dass das auch die Grünen machen. Die sitzen auf der anderen Seite vom Steuertopf und sind auch schon komplett voll mit dem Geld des Steuerzahlers und bedienen sich da auch ungeniert. Und Herr Bundesminister, jetzt müssen Sie schon gefallen lassen, die Kritik, wie Sie schmissig in Ihrem Ressort mit öffentlichen Geldern umgehen. Ich habe das ein bisschen angeschaut im Zuge dieser Anfragebeantwortung und da kommen wir gleich mal auf 157.000 Euro, die die Beratungsagentur Pure Management GmbH zur Unterstützung Ressort in den Projektstrukturen zum Impfpflichtgesetz mit Fragen der Logistik, die Sie dafür ausgegeben haben. Das Gesetz, das Sie heute gesagt haben, haben es abschaffen wollen, haben es damals noch mit 157.000 Euro extern ausarbeiten lassen. Also da muss man schon wirklich aufs Hirn greifen, wenn man schaut, wofür Sie Geld ausgeben. Und Herr Minister, zu dieser Frage auch gleich noch eine Frage angeschlossen. Was machen Sie dann mit den 70 Millionen Impfdosen, die noch irgendwo vor sich hingammeln, die wir jetzt auch wegschmeißen können, die es großartig mit unseren Geldern eingekauft haben, ohne dass es wer bestellt hat? Würde mich interessieren. Aber Covid dürfte überhaupt eine Geldquelle für die Grünen gewesen sein. Man hat dann noch 32.000 Euro in die Karl-Landsteiner Privatuniversität geschmissen, um da eine Studie für Long-Covid zu bestellen. Und ja, wenn man sich das anschaut, wie Sie generell umgehen, dann kommen wir jetzt einmal, Herr Gesundheitsminister, zu den ganz großen Ausgaben und Investitionen, die Sie gemacht haben. Also, Sie haben da eine Informationskampagne zur Delogierungsprävention. Das heißt also, im Prinzip geht es darum, dass man Hilfsgelder bekommt, wenn man delogiert wird. Und da stellt sich die erste Frage. Braucht er eine Werbeagentur dafür, dass die Werbung macht dafür, dass er delogiert wird, damit er dann zu Ihnen kommt? Herr Bundesminister, wie krank ist denn das? Es wäre doch besser, Sie hätten diese 287.000 Euro gleich in diesen Topf einbezahlt und hätten gleich den Leuten damit geholfen und nicht der Wahlkampfagentur Ihres Herrn Bundespräsidenten. Das hätte der Anstand gemacht. Und wissen Sie, was diese Agentur vom Herrn Bundespräsidenten und von den Grünen noch bekommen hat? Einen Vierjahresvertrag, eine Rahmenvereinbarung für Kreativleistungen im Wert von sage und schreibe, und jetzt müssen Sie eigentlich vom Sessel fallen und der Frau Maurer müsste Champagner aus der Hand fallen, 30 Millionen Euro kassiert diese Agentur innerhalb der nächsten vier Jahre. 30 Millionen Euro. Schleißen Sie auf diese Art und Weise in Richtung des Herrn Bundespräsidenten und tun damit auch seinen Wahlkampf querfinanzieren. Und dafür müssen Sie sich schämen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wissen Sie noch etwas? Der Herr Ratschabi kommt aus dieser Agentur und alte Liebe rostet nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass der die Rutschen gelegt hat zur grünen Bundesregierung. Sie sind nicht einmal noch gescheit ins Parlament gewählt gewesen, haben Sie schon Ihre Kontakte angeworfen und haben genauso wie die ÖVP dort und da kassiert schamlos in die Steuertöpfe hineingegriffen. Und der Herr Ratschabi hat ja auch noch eine andere interessante Geschichte, weil er aber nicht nur bei dieser Agentur war, sondern war eben auch, wie der Herr Generalsekretär bereits gesagt hat, einer der Wahlkampfmanager vom Herrn Van der Bellen. Und Sie genieren sich überhaupt nicht, dass Sie das vermankern und vermischen, dass da quergeizt und quer subventioniert wird. Also die Kollegen aus dem Untersuchungsausschuss von den Grünen werden sich hoffentlich auch diese Sache genau anschauen. Aber noch etwas, noch einen Schalen-Nachgeschmack gibt es bei dieser Agentur. Bei dieser Agentur, die Sie da mit 30 Millionen Euro subventionieren und nebenbei nur ein paar Hunderttausend Euro ansonsten dort bestellen. Diese Agentur war nämlich dabei, auch im Bundespräsidentschaftswahlkampf und hat eine ganz perfide Rolle gespielt. Und zwar, Sie erinnern sich sicher noch alle an das Fake-Video, an das Dirty Campaigning von der Frau Gertrude, wo sich dann herausgestellt hat, dass die Geschichte gar nicht gestimmt hat, dass es eine rein geskriptete Story war, um den Norbert Hofer in eine Ecke zu stellen, wo er absolut nicht hingehört. Und dann waren Sie dann auch so schamlos und haben einen Werbepreis dafür abgeholt. Auch das hat diese Agentur gemacht, sehr geehrte Damen und Herren. Und auch das vermutlich mit den Geldern der Steuerzahler und ganz sicherlich nicht mit den Geldern der Grünen. Dafür müssen Sie sich schämen. Also ich denke, wir sollten im Untersuchungsausschuss auch viel mehr den Fokus auf die Grünen legen und nicht uns nur an der ÖVP abarbeiten. Ich glaube, es sind beide Regierungspartner bis zum Hals im Steuertopf versunken und schaufeln da Geld raus, was noch geht die letzten paar Tage, die Ihnen noch bleiben. Aber ich sage Ihnen, diesen Treiben werden wir auf jeden Fall ein Ende bereiten. Und zum Schluss noch ein Wort, auch wenn der Herr Bundeskanzler nicht da ist. Aber es melden sich immer mehr Personen bei uns. Ich möchte von dieser Stelle her an ihn auch appellieren. Seine Ehegattin zieht mittlerweile durch die ganze Republik und klagt kreuz und quer Menschen, die einmal auf Facebook auf einen falschen Knopf gekrückt haben. Mittlerweile sollen es bis zu 1.400 Fälle sein, wo sie von jedem Einzelnen 3.500 Euro einkassiert. Es sind insgesamt fast 5 Millionen Euro, die sich die Nehammers auf diese Art und Weise unter den Nagel reißen, von Mindestpensionisten, von Menschen, die arbeitslos sind und so weiter und so fort. Das ist schamlos. Und ich würde die Frau des Herrn Bundeskanzlers bitten, das zu unterlassen und hier einmal drüber hinweg zu sehen. Wir sollen sie lieber um die eigenen Skandale in der ÖVP kümmern. Christian Havenecker von der FPÖ war das. Auch er kritisiert die von ihm zitierte Nähe der Agentur Jung von Matt zu den Grünen. und ortet eine Subventionierung der Agentur von 30 Millionen Euro durch das Sozial- und Gesundheitsministerium. ...eines Arbeitsgesprächs und einer Delegation, das Hohe Haus auch besucht. Seien Sie und Ihre Delegation, Herr Al-Simonian, sehr herzlich begrüßt. Am Wort ist nun Ralf Schallmeiner von den Grünen. Darum habe ich das jetzt gemacht. Und der nächste Redner ist der Herr Abgeordneter Ralf Schallmeiner. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen. Na ja, so schnell kann es gehen und wir sind schon wieder mitten im Bundespräsidentschaftswahlkampf, weil was anderes kann das nicht sein als der Auftakt eben zu eben diesen, wo man jetzt einfach versucht oder wo die FPÖ versucht, eine durchaus transparente Anfragebeantwortung zu skandalisieren und eben sich dann hier herausstellt und Dinge aufzeichnet, die einfach nicht einmal nachvollziehbar sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Minister hat es ja, finde ich, eh ganz trocken runtergesagt, was Sache ist. Es hat eine Ausschreibung gegeben. Es hat eine Ausschreibung über die Bundesbeschaffungsagentur gegeben. Diese Ausschreibung hat eine Agentur gewonnen. Die Ergebnisse dafür sind aus meiner Sicht beeindruckend, weil ich mal anhöre, über 1.400 Delosierungen konnten abgewendet werden. Die Vergabe an sich war eben nachvollziehbar transparent, so wie es sich eigentlich für ein Ministerium gehört und nicht so wie es sich für die FPÖ gehört, weil ich glaube, es kommt ja eher daher, dass sich die FPÖ gedacht hat, was würden wir an denen eher an einer Stelle machen und machen wir halt und interpretieren wir halt. Und genau das haben Sie jetzt hier herausgegangen. Ich finde es ja in höchstem Maße ja demaskierend, was Sie da draußen gerade aufgeführt haben, weil das war nichts anderes, als sich hier herauszustellen und so zu tun. Was würden wir tun, wenn Hartinger gleich noch im Sozialministerium wäre? Weil das ist ganz genau Ihre Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen, immer dann, wenn Sie an der Macht waren. Es war immer ganz einfach, es war immer ganz einfach. Hingehen, hingehen, dann außersackeln, was geht und dann am Ende des Tages eben in einem großen Skandal. zu landen, der große Skandal in Ihrem Fall, der 17. Mai 2019, ganz Österreich kann sich daran erinnern und dementsprechend, aber sich heute und nämlich sich heute hier herauszustellen, die Chuzpe zu besitzen und sich dann als Sauberpartei aufzuspülen, also sorry to say, liebe Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, dazu mal einen eigenen Saustell zusammenrahmen und dann reden wir gerne weiter. Herr Abgeordneter, man kann das auch anders formulieren, den Saustall kann man, es hat keinen Sinn, ich habe das Mikrofon bei mir. Ich möchte Sie wirklich bitten, anders zu formulieren. Besten Dank. Auch für das Protokoll, ich nehme den Ausdruck des Saustalls zurück. Aber ich würde Sie darum bitten, aufzuhören, im Glashaus zu sitzen und mit Steinen zu schmeißen und lieber zuerst eben einmal die eigenen Probleme zu beseitigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Etwas, was ich noch vielleicht kurz anmerken möchte und dann bin ich es auch schon wieder, weil aus meiner Sicht hat sich die ganze Debatte eh von selbst erledigt mit den Auftritten von Herrn Hafenecker und vom Kollegen Schnedlitz, was ich schon noch erwähnen möchte. Ich finde es auch bezeichnend, sich hier herauszustellen, wie es der Kollege Hafenecker gemacht hat und eine Studie zum Thema Long-Covid da irgendwie so despektierlich klein zu reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Riesenproblem mit Long-Covid. Wir können uns natürlich hinstellen, uns so zu tun, naja, ist ja nicht so schlimm und vielleicht sind ja die Leute in Wirklichkeit, ja, ich weiß nicht, bilden sie sich ein oder was sie halt da auch immer draus machen. Aber in Wirklichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von Long-Covid betroffen ist, der braucht unsere vollste Unterstützung. Und dazu braucht es eben dementsprechend eben Unterstützung im Sinne von Diagnostik, im Sinne von Reha, im Sinne von einer guten medizinischen Behandlung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sich da herauszustellen und das Ganze klein zu reden und so zu tun, als ob das ja eh kein Thema wäre, sorry to say. Aber das ist Let's Classic. In diesem Sinn, danke. Ralf Schallmeiner von den Grünen war das mit viel Kritik an der FPÖ und mit einem beinahe Ordnungsruf. Zur Anfrage selbst meint er, 1400 Delogierungen konnten abgewendet werden. Deshalb sei die Kampagne richtig gewesen. Am Wort ist nun Gerald Loacker. Er ist als letzter Sprecher in dieser kurzen Debatte gemeldet. Er ist Wirtschafts- und Sozialsprecher der NEOS. Das Sozialministerium da bei Jung von Matt eine Kampagne in Auftrag gibt. Aber was man schon sehen kann als Wählerin und als Wähler ist, wie mit dem Geld umgegangen wird. Diese Agentur hat ein Volumen von 30 Millionen. Da kann also die Regierung um 30 Millionen Werbespässe verblasen, nur bei Jung von Matt. Machen es bei anderen Agenturen auch noch. Aber 30 Millionen nur dort. Und damit Sie ein bisschen eine Größenordnung kriegen, worum es da geht. Delogierungsprävention ist ja etwas, das liegt eigentlich in der Kompetenz der Länder. Weil da sind wir bei der Sozialhilfe, nicht? Jemand droht, delogiert zu werden und kommt in der Bezirkshauptmannschaft an. Und dort wird entschieden, ob man dem vielleicht die Miete, die offene Miete tilgt, damit er nicht delogiert werden muss. Das ist gar keine Bundesthematik. Da hätte einmal das Sozialministerium schon von vornherein die Pfoten weglassen sollen. Aber gut, wenn es ums Politmarketing geht, greift man halt auch gerne hin. Und dann hat man sich im Ministerium anschauen lassen, wie ist es denn rechtlich mit dem Delogieren. Und die Kanzlei Schramm-Öler hat sich das angeschaut. Und für die rechtliche Abklärung hat man ungefähr 14.000 Euro ausgegeben. 14.000 Euro für die rechtliche Abklärung. Und die Volkshilfe hat dann den Auftrag bekommen, diese Delogierungsprävention abzuwickeln. Man kann jetzt nicht beurteilen, was die alles gemacht haben. Aber 172.000 Euro hat die Volkshilfe bekommen fürs Abwickeln. Und Jung von Mart hat 286.000 Euro bekommen, um das zu bewerben, was die anderen um 170.000 abwickeln. Also man sieht irgendwie, das Gegackere um das Ei war viel mehr als das Ei selber. Also begackert wurden ja eigentlich 10, 15 Eier und es war so ein kleines Wachteleichchen. Und so wird mit Steuergeld umgegangen. Und das ist ja nicht nur beim Minister Rauch so. Das machen die ja alle. Die verblasen Geld die ganze Zeit. Schauen Sie mit offenen Augen die Zeitungen an. Was da für Unfug inseriert wird. Wie da mit Steuergeld Inserate geschaltet werden, das ist Ihr Geld. Jungen Leute, wenn Sie eine Cola kaufen gehen, da ist Mehrwertsteuer drauf. Und mit der Mehrwertsteuer schalten die Inserate. Die verblasen euer Geld. Und da dürft Sie ein bisschen kritischer sein. Lass euch das nicht bitten. Und wenn man dann im Internet sucht, was Jung von Mart gemacht hat bei dieser Delosierungspräventionskampagne, dann findet man praktisch nichts. Ein YouTube-Video findet man. Ja, schön, also schön für Jung von Mart. Also wenn ich 286.000 Euro bekommen würde dafür, dass ich ein YouTube-Video mache, ich glaube, ich würde es nehmen. Und das haben sich die bei Jung von Mart auch gedacht. Und haben gesagt, danke, Herr Minister, schön war es. Aber mit Steuergeld darf man so nicht umgehen. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Ich nehme die Verhandlungen über die Punkte 1 und 2. Wir kommen wieder zurück zum Entlastungspaket der Bundesregierung. Weite Teile davon sollen ja heute beschlossen werden. Am Wort ist Nikolaus Berlakowitsch von der ÖVP, der ehemalige Landwirtschaftsminister. Herr Abgeordneter, ich habe gesehen, Rainer Wimmer ist vorhin nachher am Wort. Tut mir leid. Oder? Warten Sie noch ein bisschen, da ist da etwas falsch eingetragen. Der Abgeordnete Rainer Wimmer ist am Wort. Er wurde vorhin ja kurz vor 15 Uhr unterbrochen und darf noch seine Rede fortsetzen. Jetzt ist der Herr Berlakowitsch, den habe ich Ihnen da eingetragen. Der ist zum Wort gekommen. Niki, du bist trotzdem dran. Bitteschön. Also am Wort ist doch Nikolaus Berlakowitsch von der ÖVP. Der hat mir zugewunken, Kollege Wimmer. Wie darf ich das verstehen? Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Herren Bundesminister, hohes Haus. Die Debatte zum Entlastungspaket wird heute sehr leidenschaftlich geführt. Und das ist auch angebracht, weil für viele Menschen ist aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre die Welt ein bisschen aus den Fugen geraten. Die Corona-Pandemie hat alle gefordert und auch der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen erschüttert. Die Verunsicherung ist groß und daher ist es verständlich und natürlich auch war schon lange nicht eine Bundesregierung, ein Parlament, die Nationalstaaten mit derartigen Situationen konfrontiert, wie wir es die letzten Jahre waren. Und Tatsache ist, dass es zu diesen Preissteigerungen gekommen ist, insbesondere getrieben durch die Steigerung des Energiepreises. Ausgelöst nach der Pandemie im Jahr 2020, als die Weltwirtschaft sich wieder zu erholen begann, gab es insbesondere eine starke Nachfrage nach Rohstoffen und auch nach Energie, insbesondere im asiatischen Raum. Und plötzlich ist es zu einer Steigerung der Energiepreise gekommen, insbesondere bei Gas und Öl. Und das hat die Inflation vorangetrieben. Und dann kam der Ukraine-Krieg und die Energiepreise sind geradezu explodiert. Das alles ist der Grund, warum die Inflation so hoch ist und warum die Energiepreise so stark sind. Ein Beispiel, vom Vorjahr auf Heuer ist Heizöl um 100 Prozent gestiegen, Erdgas um 70 Prozent, die Treibstoffe um rund 50 Prozent. Und das fordert natürlich die Nationalstaaten und auch uns hier. Und daher finde ich die Debatte gut. Und die unterschiedlichen Ideen werden halt mit Leidenschaft vorgetragen. Und das hat der Herr Vizekanzler und auch der Herr Finanzminister die Maßnahmen ja gut erklärt. Natürlich hat es einen Charme, über Mehrwertsteuersenkungen nachzudenken. Und natürlich hat es einen Charme, über Preisdeckelungen nachzudenken. Der US-Präsident hat jetzt erklärt, er würde sich so etwas vorstellen bei den Treibstoffen in den Vereinigten Staaten, einen Preisdeckel. Niemand weiß, wie das wirklich ausgeht. Wir sind halt als Regierungsparteien, als Bundesregierung der Meinung, dass eine Mehrwertsteuersenkung nicht diesen Effekt bringt. Und wir haben das in der Vergangenheit ja immer wieder erlebt. Wenn es zu Mehrwertsteuersenkungen kam, haben plötzlich die Märkte reagiert und der Effekt war weg. Die Menschen haben keine Entlastung gehabt. Und andere Gruppierungen haben daran verdient. Und das soll eben hier nicht passieren. Und daher wurde ein Riesenpaket geschnürt. Und bei aller Wertschätzung für die Opposition, die ja Kritik üben muss oder es auch tut, einen Betrag von 28 Milliarden Euro in die Bevölkerung zu bringen, ist schon eine gewaltige Summe. Bei allem Respekt. Und wenn Sie die gestrige Debatte in den deutschen Medien verfolgt haben, da hat die deutsche Bundesregierung ein Paket von 30 Milliarden Euro geschnürt. Deutschland, die zehnmal mehr Bevölkerung haben als Österreich. Also das heißt, die kleine österreichische Republik strengt sich hier gewaltig an und die Bundesregierung hat hier etliches auf den Weg gebracht. Und weil kritisiert wurde vom Vorredner Wimmer, dass die SPÖ schon seit dem Vorjahr darauf hinweist, im Vorjahr haben wir die ökosoziale Steuerreform beschlossen mit noch einmal 18 Milliarden Euro, mit Senkung der Einkommenssteuerstufen, zweite Stufe, dritte Stufe, die den Mittelstand und weite Teile der Bevölkerung entlastet. Und im Zuge dessen durch die CO2-Bepreisung, die jetzt auf Oktober verschoben wird, wurde ja der Klimabonus eingeführt. In Wien 100 Euro, in ländlichen Regionen 200 Euro, um einen Ausgleich für höhere Energiekosten zu schaffen. Und um das hier zu bewältigen, wird eben die Maßnahme gemacht, dass man den Klimabonus vereinheitlicht, 250 Euro und noch einmal für jede Österreicherin, für jeden Österreicher noch einmal 250 Euro drauflegt. Also direkt Geld, dass die Menschen selbst entscheiden, eigenverantwortlich entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten. Und wir halten diese Maßnahmen für sinnvoller und sie haben auch einen ökologischen Effekt. Und darüber hinaus gibt es viele andere Dinge bei Energiekostensenkungen, der Gutschein wurde erwähnt, ökologische Maßnahmen helfen ihr. Mindestpensionisten bekommen auch einen finanziellen Zuschuss, die es eher am dringendsten brauchen bis hin zur Abschaffung der kalten Progression. Etwas, was lange Jahre hier diskutiert wurde und was jetzt Realität ist und was gerade auch Leistungsträger entlastet, die, die sagen, okay, ich leiste mehr, ich komme in eine höhere Einkommensteuerstufe, Lohnsteuerstufe und plötzlich bleibt mir weniger übrig. Und das wird hier verhindert. Und die Menschen bekommen eine Entlastung, die spürbar ist, die sie unterstützen soll. Und abschließend, wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln, kann niemand vorhersagen. Und das, was aber die Bundesregierung und wir uns hier bemühen ist, punktuell zu helfen, dann, wenn es notwendig ist, die Menschen zu unterstützen. Herzlichen Dank. Nikolaus Belakowitsch von der ÖVP. Die Entlastung ist spürbar. Das Paket von der Regierungsstimme, so der Abgeordnete. Am Wort ist nun Martin Kocher, Arbeits- und Wirtschaftsminister von der ÖVP. Ich glaube, ich starte mit einer Analyse, was wir eigentlich vor uns haben im Moment mit der Situation. Wir haben eine massive importierte Inflation in Österreich. Die Energiepreise vor allem sind massiv gestiegen. Jetzt haben wir sehr ausführlich gesprochen über die Gründe dafür. Aber das ist die Tatsache. An dieser importierten Inflation ist in Österreich niemand schuld. Die Unternehmen nicht, die ehemalige Wirtschaftspolitik nicht. Das sind Entscheidungen, die längender Frauenheit liegen, über den Energiemix. So, das ist die Ausgangssituation. Es ist eine massive Belastung, auch das ist wichtig festzuhalten, für die Haushalte, für viele Menschen ganz besonders, für einige glücklicherweise noch nicht ganz so schlimm und für viele Unternehmen, die energieintensiv sind. Was braucht es in einer solchen Situation? Es braucht kurzfristig Maßnahmen, um einen gewissen Ausgleich, eine Abfederung zu schaffen. Und es braucht auch entscheidend, es braucht strukturelle Maßnahmen, strukturelle Maßnahmen, die unsere Sozial- und Steuersysteme inflationssicher machen. Ja, und das Paket, das es heute gibt, das heute besprochen wird, macht beides, Sofortmaßnahmen und strukturelle Maßnahmen. Es braucht auch, das wurde auch kurz erwähnt, vielleicht geht es auch oft unter, eine Reaktion der Geldpolitik. Die Geldpolitik ist der Teil der Wirtschaftspolitik, der eingreifen kann, wenn die Preise stark steigen. Natürlich nicht allein, aber es braucht natürlich auch Reaktionen der Geldpolitik. Was ist das Ziel des Pakets, das heute diskutiert wird? Erstens, möglichst einen Ausgleich zu schaffen für diejenigen, die ganz besonders betroffen sind. Mindestsicherungsbezieherinnen und Bezieher, Arbeitslosengeldbezieher, Notstandshilfebezieherinnen und Bezieher, natürlich auch Mindestpensionistinnen und Pensionisten und so weiter. Da braucht man einen Ausgleich. Und man kann nachrechnen, für die gibt es mit den ganzen Maßnahmen einen Ausgleich. Und für die, die etwas mehr haben, ist eine Abfederung notwendig. Da kann es nicht für alle einen vollständigen Ausgleich geben. Das wäre dann tatsächlich die Gießkanne, die hier teilweise auch genannt wurde. Es geht um die Abfederung für die Gruppen, die auch betroffen sind, aber etwas mehr haben als die mit dem geringsten Einkommen. Wir haben ein riesiges Paket. Wir haben die Ökosteuerreform vom letzten Jahr. Wir haben ein erstes und ein zweites Entlassungspaket mit wichtigen Maßnahmen, zum Beispiel für Pendlerinnen und Pendler, zum Beispiel bei der Reduktion der Steuern auf Energieträger. Und jetzt ein drittes Paket, das noch einmal insgesamt 28 Milliarden bis 2026 ausmacht. Ich gehe jetzt auf die drei Gruppen ein, die jetzt in meinem Ressort vertreten werden, auf die arbeitenden Menschen in Österreich, die Menschen, die arbeitssuchend sind und natürlich auch auf die Unternehmen. Was gibt es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Über die Steuerentlastung wurde schon gesprochen. Abschaffung der kalten Progression, zusätzliche Entlastungen im Bereich der Besteuerung über Absetzbeträge, negativ steuerfähig im Familienbereich, all das wurde angesprochen. Ganz wichtig ist auch für mich, dass wir die 3.000 Euro Prämie Lohn- und Abgaben frei auszahlen können. 1.000 Euro davon sind an Kollektivverträge gebunden, der Rest sind frei verfügbar für die Unternehmen. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Möglichkeit ist, das Netto vom Brutto zu erhöhen und damit etwas Druck aus der sehr schwierigen Situation zu nehmen. Zweiter Punkt, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Senkung der Lohnnebenkosten. Auch das kommt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern indirekt zugute. Und dritter Punkt ist natürlich die Abschaffung der kalten Progression. Da gibt es die kluge Lösung, ausgewogen zwei Drittel automatisch zu machen und ein Drittel über einen Spielraum, den die Politik hat, aber mit der Verpflichtung, so wird es drinnen stehen im Gesetz, mit der Verpflichtung, das auch rückzuerstatten. Für die besonders Betroffenen gibt es Einmalzahlungen. Auch das ist, glaube ich, wichtig, weil immer genannt wird, 300 Euro für besonders Betroffene, zum Beispiel Arbeitslosengeldbezieherinnen und Bezieher, Notstandshilfebezieherinnen und Bezieher und die Mindestsicherungsbezieherinnen und Bezieher. Das ist zusätzlich zu anderen Maßnahmen, also nicht nur 300 Euro allein. Es gibt ja eine Reihe von anderen Maßnahmen, von denen diese Gruppen auch profitieren, aber weil sie besonders betroffen sind, noch einmal 300 Euro zusätzlich. Und dann gibt es die Wirtschaft, die Unternehmen. Wir haben Unternehmen in Österreich, die energieintensiver sind. Die Industrien sind bekannt, Zement, Glas, natürlich auch Stahlerzeugung, ähnliche Bereiche, die jetzt um ein vielfach höheres Energiepreise zahlen müssen als früher, aber auch um ein vielfach höheres Energiepreise zahlen müssen, als zum Beispiel Bewerberinnen und Bewerber, Mitbewerberinnen und Bewerber in den USA, in Indien oder in anderen Teilen der Welt. Deshalb geht es um Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb gibt es da zwei Maßnahmen. Erstens für die ganz Großen die Strompreiskompensation. Das ist eine Kompensation für gestiegene Kosten von Zertifikaten. Das hat Deutschland schon eingeführt. Das hat die tschechische Republik eingeführt. Das hat Frankreich eingeführt, Italien eingeführt. Wir ziehen hier nach. Und für die kleineren Unternehmen, die energieintensiv sind, gibt es die Direktzuwendungen, Direktzuschuss. Das sind noch einmal bis zu 500 Millionen Euro, die wir hier in die Verteilung bringen. Und jetzt möchte ich gar nicht sagen, dass die Vorschläge der Opposition völlig falsch sind. Ich glaube aber, dass wir mit diesem Paket, und ich versuche es noch einmal zu erklären, mit diesem Paket dort ansetzen, wo der größte Hebel da ist. Was wären die Alternativen gewesen? Die Alternative ist, ist schon öfters genannt worden, ein Preisdeckel. Preisdeckel, wenn man das nicht begleitet, führen dazu, das ist ganz klar, wir wissen das auch. Es gibt leider noch einmal ganz wenige hier im Hohen Haus, die das vielleicht erlebt haben in den 70er, 80er Jahren. Wenn der Preisdeckel auf zum Beispiel Benzin eingeführt wird, dann haben wir einfach lange Schlangen an den Tankstellen, weil es weniger Angebot gibt an Treibstoff. Das, glaube ich, will niemand hier im Haus. Das hat auch niemand gemacht in der Europäischen Union. Was gemacht wurde, zum Beispiel in, ja, das hat aber auch nicht funktioniert, Was gemacht wurde, war zum Beispiel in Spanien und in Portugal die Differenz zwischen dem Großhandelspreis und dem Einzelhandelspreis für Gas staatlich zu subventionieren. Damit gibt es nicht keine Probleme bei der Versorgung, weil die Angebotsmenge gleich bleibt und der Staat zahlt die Differenz. Jetzt wissen wir aber natürlich, dass bei solchen Maßnahmen die Großverbraucher bei weitem mehr profitieren als die, die wenig verbrauchen. Das gilt beim Mineralöl, weil Leute, die reicher sind oder mehr Einkommen haben, natürlich mehr Auto fahren als Leute, die weniger Einkommen haben. Das gilt für Gas natürlich auch. Das gilt für alle diese Bereiche. Das heißt, eine Preis-Obergrenze führt zu einer Subventionierung, die bei weitem weniger sozialtreffsicher ist als das Paket, das wir hier vorlegen. Und das kann man ganz leicht nachvollziehen. Jetzt sage ich nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, dass die soziale Treffsicherheit ein ganz wichtiger Faktor war, der dazu geführt hat, dass wir diese Preisdeckel im Moment nicht großflächig eingesetzt haben. Und man kann sich das ja immer anschauen. Natürlich wird weiterhin, und dafür werde ich mich auch einsetzen, darauf geschaut, dass es hier keine unerlaubten oder unberechtigten Preisentwicklungen gibt. Dafür gibt es die unabhängige Wettbewerbsbehörde, die darauf schaut, die auch in gewissen Bereichen prüft, die gerade sehr relevant sind. Und es geht darum, dass wir auch in anderen Bereichen schauen, dass zum Beispiel Steuersenkungen weitergegeben werden. Ein anderer Vorschlag war einfach eine Steuersenkung, zum Beispiel auf Mineralölprodukte, Mineralölsteuer oder Mehrwertsteuer. Wir haben in Deutschland gesehen, innerhalb von 20 Tagen wurde eine Reduktion des Preises von Benzin um über 30 Cent wieder ausgeglichen. Das heißt, das hat nicht funktioniert. Und wenn wir uns das für die Lebensmittel anschauen, für die Grundnahrungsmittel, ich verstehe die Intention, dass man versucht, die Preise hier tief zu halten, so tief es geht. Aber eine Abschaffung der 10-prozentigen Besteuerung von Grundnahrungsmitteln wäre, wenn man sich das ausrechnet, für praktisch alle ein geringerer Betrag als das, was jetzt in diesem Paket allein als Einmalzahlung an die vulnerablen Gruppen geht. Also ich glaube, dass angesichts der Größe dieses Pakets natürlich immer Bestandteile enthalten sind, wo man diskutieren darüber kann, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Das ist aber die Grundintention dahinter, jetzt kurzfristig zu helfen, nicht direkt bei den Preisen einzugreifen, weil das weniger sozial treffsicher ist und strukturell unsere Systeme auf die Inflation einzustellen. Wir werden in den nächsten Jahren höhere Inflationsraten haben als in den letzten 10 Jahren. Das ist die richtige Mischung und ich hoffe, dass das Paket so gut es geht und so umfangreich und so breit wie möglich unterstützt wird. Vielen Dank. Martin Kocher war das. Die Entscheidungen in der Vergangenheit sind verantwortlich für die derzeitige Lage, sagt er. Und daher braucht es jetzt kurzfristige und strukturelle Maßnahmen, um den besonders Betroffenen zu helfen. Wichtig sind die Senkung der Lohnnebenkosten und die Abschaffung der kalten Progression, aber diese Punkte werden ja jetzt noch nicht beschlossen. Am Wort ist nun Johannes Rauch, der Sozialminister. Ich möchte das deutlich machen, entlang von konkreten Beispielen, weil ich schon meine, man muss auch die Dimension klar machen, weil oft der Eindruck erweckt wird, entlang der Kritik der Opposition, das sind ja nur Peanuts, die da verteilt werden. Das möchte ich gerne entkräften anhand ganz konkreter Zahlen. Eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, die 1.180 Euro brutto verdient, also circa 1.000 Euro netto, bekommt 1.000 Euro Klimabonus Einmalzahlung, also 500 für die Mutter, zweimal 250 Euro für die Kinder, plus 500 Euro Negativsteuerabsetzbetrag, plus zweimal 180 Euro Familienbeihilfe Einmalzahlung im August, plus zweimal 200 Euro Kindermehrbetrag, das ist eine Erhöhung von 350 auf 550 Euro, plus 150 Euro Energiekostengutschein aus den bisherigen Teuerungspaketen, plus 250 Euro Entfall Ökostromförderbeitrag und Senkung Energieabgaben aus bisherigen Paketen. Das sind 2.660 Euro Entlastung. Das entspricht zweieinhalb Monatsgehältern. Zweites Beispiel. Alleinverdienerin, also Sie, keine Ahnung, Kassierin im Supermarktgehalt, 1.800 Euro brutto im Monat, 14 Mal, bekommt 500 Euro Klimabonus Einmalzahlung, plus 500 Euro Negativsteuerabsetzbetrag, plus 1.000 Euro steuerfreie Prämie, plus 150 Euro Energiekostengutschein, plus Entfall Ökostromförderbeitrag, 200 Euro. Das ist eine Entlastung von 2.350 Euro. Das sind 1,5 Monatsgehälter. Und jetzt kann man schon sagen, das ist ja die beliebte Kritik dann, das ist zu wenig und es kommt zu spät und es ist nicht ganz genau treffsicher. Und die Sache mit der Treffsicherheit, das ist ja manche Kritik nicht ganz unberechtigt, aber da sind zwei Zielkonflikte oder ein Zielkonflikt, der irgendwie in Einklang bekommen werden muss. Wer schnell hilft und dafür Bürokratie weglässt, sorgt dafür, dass das Geld rasch bei den Menschen ankommt. Die Treffsicherheit würde bedeuten, die Haushaltseinkommen erheben zu müssen, die Nachweisführung bringen zu müssen, einen bürokratischen Aufwand betreiben zu müssen, Kontrollen durchführen zu müssen. Kann man alles machen. Aber das hätte bedeutet, die Hilfe kommt viel später. Und da ist mir als Sozialminister es lieber, einige Streuungsverluste in Kauf zu nehmen, aber dafür die Hilfe raschest möglich zu den Menschen zu bekommen. Das ist der Punkt, an den es geht. Ein weiteres Argument war, und auf dieses Beispiel muss ich einfach noch eingehen, Gewinnabschöpfungen zu machen bei Energieunternehmen. Jetzt ist Energiepolitik nicht etwas, das von besonderer Einfachheit geprägt ist. Ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich sieben Jahre dafür zuständig war und jetzt oft argumentiert wird, man muss die Preise erhöhen, weil es lässt sich nicht anders darstellen. Jetzt tue ich gar nicht herumhacken auf der Wien-Energie, sonst wird es dann eh peinlich werden. Aber ich nehme das Beispiel, wie man es auch machen kann, anstatt die Preise zu verdoppeln, nämlich die Gewinne wirklich abschöpfen. Das ist im Land Vorarlberg passiert. Das Land Vorarlberg hat die Gewinne von Ilwerke VKW, die Sonderdividendenabschöpfung gemacht und die 20 Millionen, die daraus resultiert sind, ausschließlich verwendet für die Armutsbekämpfung, ausschließlich. 20 Millionen Euro ist für ein kleines Bundesland wie Vorarlberg eine Menge Geld. Damit wird die Wohnbauhilfe erhöht, damit wird der Familienzuschuss erhöht, damit wird es einen doppelten Familienzuschuss geben im Oktober. Damit wird der Heizkostenzuschuss erhöht auf 330 Euro. Das ist österreichweit der höchste Heizkostenzuschuss. Und damit werden die Sozialhilfebeiträge bei den Kinderrichtsätzen erhöht. Das ist zielgerichtet und ausschließlich Armutsbekämpfung mit Geld, das abgeschöpft worden ist vom Landesenergieversorger. Und das ist dann schon auch Aufgabe der Länder darauf zu schauen, wie sie mit den Landesenergieversorgern umgehen, sofern sie überhaupt noch im eigenen Besitz der Länder sind. Manche sind ja verkauft worden an französische Atomkonzerne. Letzter Punkt, um auch da noch eine Einladung der Dimension vorzunehmen. Jetzt hat die österreichische Bundesregierung für die Pandemiebekämpfung, für Verdienstentgänge, für Kurzarbeit, für viele Maßnahmen, Geld in die Hand genommen, um dort auch Arbeitsplätze abzusichern. Es ist unbestritten, dass dieses Modell auch da trotz Streuungsverlust und Mitnahmeeffekten, ja, hat es gegeben. Aber dass wir jetzt in einer Situation sind, die niedrigste Arbeitslosenrate weit umzuhaben und damit Beschäftigungseffekte generiert zu haben, die uns jetzt nützen, ist auch unbestritten. Das waren in Sumi 40 Milliarden Euro. Erster Teil der Steuerreform 18 Milliarden Euro. Erstes Steuerungspaket im letzten Dezember 4 Milliarden Euro. Auszahlung zum Teil erfolgt im heurigen Frühjahr. Jetzige Reform 28 Milliarden Euro bis 2026. Das sind bitte in Summe 100 Milliarden Euro. Und ich habe mich umgeschaut in Europa. Ich habe auf einem großen Kongress in Rom mit den Kolleginnen und Kollegen aller Regierungsschattierungen, aller Farben gesprochen. Wie stellt sich das dar im internationalen Vergleich? Und ich kann Ihnen sagen, die 100 Milliarden Euro, die die Republik Österreich in den letzten zwei Jahren und bis 2026 in die Hand nimmt, sind das größte und schnellste Steuerungspaket, das in Europa auf den Weg gebracht wird. Sie können es überprüfen. Damit stehen wir in der vordersten Reihe mit der Geschwindigkeit der Maßnahme und mit der Größenordnung der Maßnahme. Und ich weiß, dass jetzt Manne von Ihnen sagen werden, ja, das reicht aber nicht aus. Wir müssen im Herbst noch mehr tun, weil die Steuerung hört nicht auf und da braucht es dann noch deutlich mehr. Wir haben also immer gesagt, ja, es wird die strukturellen Maßnahmen geben, die auf den Weg gebracht werden. Ja, es wird die Valorisierung der Sozialleistungen geben, das notwendig sein wird mit dem 1. Jänner. Und ich würde mich nicht hierherstellen, als, wie soll ich sagen, beruflich herkommender Sozialarbeiter und als Sozialminister und sagen, das ist ein sozial ausgewogenes, ein treffsicheres Paket, wenn ich nicht zutiefst davon überzeugt werde. Das ist sozial treffsicher. Das ist rasche Hilfe, umfassende Hilfe und setzt dort an, wo es besonders notwendig ist. Und es ist und bleibt ein großes Paket. Dankeschön. Johannes Rauch, lieber einige Streuungsverluste in Kauf nehmen, aber dafür rasch helfen, so der Sozialminister. Und zu den Gewinnen der Energiekonzerne, meint er, im Beispiel Vorarlberg, Gewinne im Land Vorarlberg, wurden vom Landesenergieversorger abgeschöpft und damit wird unter anderem die Wohnbauhilfe erhöht und der Heizkostenzuschuss. Am Wort ist nun sein Namenskollege Walter Rauch von der FPÖ. Ganz einfach, wir handeln uns ja von einer Krise zur anderen und Herr Kollege Kocher, Sie haben ja die Geldpolitik in Europa so gelobt, aber im Endeffekt, man sieht es ja an der Inflation und betreffend der Geldpolitik der EZB, 4,1 Billionen Euro wurden mehr gedrückt und die haben natürlich genau das ausgelöst, genau das ausgelöst, dass wir hier diese Inflation haben. Im Umkehrschluss in der Schweiz haben wir 2,9 Prozent Inflation. Also hier sieht man schon einmal die falsche Geldpolitik, die hier auf der europäischen Ebene vollzogen wurde, auf der einen Seite, aber natürlich auch, es war auch die falsche Corona-Politik. Heute haben Sie die Impfpflicht dementsprechend einmal zurückgenommen, abgeschafft, die im Endeffekt nie zum Tragen gekommen ist. Das war also eine Drohgebärde von der Regierung und gleichzeitig auch die falsche Sanktionspolitik gegenüber Russland, die hier im Endeffekt praktiziert wird und ein Preistreiber ist, ein Preistreiber hier in Österreich, aber in ganz Europa und auch ein Zustand, Österreich als neutraler Staat hier, wo wir eine Aufgabe hätten, nicht nur militärisch, sondern auch politisch neutral zu agieren und hier in Österreich uns dementsprechend als Vermittler anzubieten. Die Gaspreise, die Ölpreise, die Lebensmittelpreise hier in Österreich sind nicht nur massiv gestiegen, sondern es gibt mittlerweile auch Engpässe. Ich war gestern unterwegs in der Steiermark noch am Abend. Mittlerweile die Gastronomiebetriebe sagen schon, bei ihren Liefer-, bei ihren Vertragspartnern, die die Gastro beliefern, die kriegen nur mehr bei einer 100-Prozent-Bestellung nur mehr 71 Prozent geliefert. Der Rest kommt einfach nicht mehr. Und das ist jetzt erst der Anfang. Das geht dann mit August, September stufenweise nach unten. Das heißt, wir haben auch in diesem Bereich massive Engpässe schon. Und hier fehlt es an allen Ecken und vor allem an der Planbarkeit, an der Planungssicherheit und an dem Leadership. Und das ist das Hauptproblem dieser Bundesregierung. Und dann kommt die ÖVP noch. Dann kommt die ÖVP noch ins Rennen. Ich habe da zufällig so einen Zeitungsartikel gefunden vom ÖVP-Club. Wir bremsen die Teuerung, wir bremsen die Teuerung. Und dann steht da drauf, 2.139 Euro werden den Bürgern zurückgegeben, den Menschen hier im Land. Die Mehrkosten alleine im Spritbereich mit diesem Beispiel, was Sie hier gegeben haben, liegen bei 4.000 Euro. Das heißt, Sie decken nicht einmal 50 Prozent nur im Spritbereich ab. Und dann verkaufen Sie sich als Abgeordnete in den Bundesländern als die großen Retter. Sie sind nicht die Retter, Sie sind die im Endeffekt, die die Bürger belasten und die Bürger das Geld aus der Tasche ziehen. Sie verkaufen mir Fließt-Milch und Honig. Da fließt überhaupt nichts. Man muss einmal einkaufen gehen, man muss tanken gehen und man muss seine Gasrechnungen zahlen. Der Kollege Kucher hat da ein gutes Beispiel gebracht. 150 Euro Klimabonus, 150 Euro, ja, das mag sein, da gebe ich Ihnen sogar recht, Herr Leichtfried, 150 Euro im Verhältnis dazu, eine Preissteigerung von über 2.000. Also wer soll sich das am Ende des Tages noch leisten können? Sie schmunzeln, Sie schauen in den Reihen, Sie kennen sich vielleicht da oder dort gar nicht aus, was da passiert. Aber das Schlimme, das Schlimme, was dran ist, wirklich das Schlimme, die Vorschläge. Ich gehe jetzt noch auf die Vorschläge ein. Die Frau Bundesminister Gewessler ist leider nicht mehr da. Jetzt sollen wir in den Wohnungen zu Hause 2 Grad reduzieren, die die Heizkosten, 2 Grad reduzieren. Genau, wer kontrolliert denn das? Wer kontrolliert die minus 2 Grad? Also von 23 normal auf 20, 21 oder 19. Wer, der nächste Vorschlag war Tempo 100 auf den Autobahnen. Na bitte, ich bitte Sie wirklich, auf welche Maßnahmen setzt man hier und wie möchte man hier planwirtschaftlich eingreifen? Das ist wirklich schon mittlerweile ein Öko-Kommunismus, der hier von Seiten der Grünen und auch mittlerweile von euch mitgetragen wird, von der ÖVP. Dieser Öko-Kommunismus, der trägt sich ja quer durch. Wie kann man das jetzt noch realistisch vertreten? Und dann noch einen Punkt, weil der Herr Vizekanzler, es war immer von Steirer zu Steirer, früher, ich sagte es von Rauch zu Rauch, aber jetzt gehe ich von Steirer zu Steirer, ein wesentlicher Punkt, Melach jetzt mit Kohle zu betreiben. Melach mit Kohle zu betreiben. Sie waren ja selbst in der Steiermark aktiv. Das Murkraftwerk, das Flusskraftwerk in Graz, hat man verbieten wollen. Und jetzt geht die gleiche Fraktion her und möchte Melach mit Kohle betreiben. Also ganz ehrlich, hier beißt sich der Hund in den Schwanz im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen Sie zurück auf eine Normalität und auf den Hausverstand, der notwendig wäre. Walter Rauch von der FPÖ war das. Er ist Obmann-Stellvertreter im Umweltausschuss und kritisiert die Maßnahmen der Regierung, die auch von der ÖVP jetzt mitgetragen werden. Am Wort ist nun Barbara Nessler von der FPÖ. Sie ist Familiensprecherin ihrer Partei. Liebe Zuseher und Zuseherinnen, ich muss mich zuerst an die Opposition wenden, denn die hier teils geäußerte Kritik und die Kritik der letzten Tage, das lässt mich schon ein bisschen ratlos zurück. Und da rede ich nicht von der relativ unkreativen Mehrwertsteuersenkung, sondern auch weitere Punkte, die immer wieder gefallen sind, vor allem von Seiten der SPÖ. Eine Sache ist die Schließung der Unterhaltslücken, die wird immer wieder genannt, ein wichtiges Thema. Das ist, glaube ich, unbestritten. Da sind wir dabei. Auch der Unterhaltsvorschuss sind wir schon angegangen. Aber seit 2008 wird die Unterhaltslücke gefordert. Seit 2008 steht der Lückenschluss im Regierungsübereinkommen. Und seit 2008 war die SPÖ mehrfach in der Regierungsverantwortung. Und hat die SPÖ diese Lücke geschlossen? Nein. Und das Nächste, was gekommen ist, weil das immer wieder im Kontext Frauenentlastung genannt wird, ist der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Ein wichtiges Thema, eher selbstverständlich. Aber der Rechtsanspruch ist Sache der Bundesländer. Und haben die rot geführten Bundesländer den Rechtsanspruch eingeführt? Haben sie das gemacht? Nein. Und seit Jahren wird die automatisierte Valorisierung immer und immer wieder zurecht gefordert. Und hat die SPÖ in all den Jahren, wo es in Regierungsverantwortung war, die Valorisierung eingeführt? Nein, hat sie nicht. Aber wir schon. Und ein Entlastungspaket zu kritisieren, das strukturell wirklich langfristige Verbesserungen für Familien bringt, ist schon fast zynisch. Und uns ging es nicht nur darum, dass wir die größten Löcher gestopft haben. Das, was wir ausverhandelt haben, Das sind bitte Sachen, die wirklich langfristig bleiben und dauerhaft Familien helfen. Wir haben wirklich viele Organisationen gerade im Kinder-Jugend-Familien-Bereich geschrieben, dass sie schon gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass die Valorisierung der Familienleistung tatsächlich kommt und wie sehr sie sich freuen. Weil diese automatisierte Valorisierung der Familienleistung, diese Erhöhung, von dem profitieren die Familien wirklich dauerhaft. Und genauso wichtig sind aber die kurzfristigen Maßnahmen, über die wir heute gesprochen haben, der Kindermehrbetrag, die Sonderfamilienbeihilfe, weil dieses Geld direkt und sofort ankommen muss. Denn eine Verschärfung, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Kinderarmut, von Frauenarmut, können und dürfen wir uns nicht leisten. Und im Übrigen haben wir vor allem auch jene Personen berücksichtigt, die Sie bei der SPÖ in Wien übersehen, vergessen, was auch immer haben, die Alleinerziehende, die Studis, die Familien, die Kinder, weil bei der Haushaltsgröße, beim Energiebonus das nicht berücksichtigt wurde. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, das ist kein Prinzip per excellence, das Sie immer und immer wieder kritisieren. Und ich weiß, dass es mittlerweile schon fast Tradition hat, dass die Opposition jetzt nicht die Regierung loben kann. Es braucht auch gar kein Lob. Aber gerade was der Kinder-, Jugend-, Familiebereich anbelangt, das sind Maßnahmen, das haben Sie immer wieder gefordert. Und jetzt sind Sie da. Und jetzt reicht es doch nicht. Und ich glaube, das ist mittlerweile schon, entschuldigen Sie, aber unglaubwürdige Kritik, die hierher kommt. Und schauen wir uns noch ganz kurz das Paket ganz ohne Parteiparolen, ganz nüchtern an. Alleinerziehung, ein Kind, 25 Stunden Teilzeitbeschäftigung im Handel, Bruttoeinkommen ungefähr 1.170. Was bekommt Sie alles durch die Pakete, die wir geschnürt haben? Energiekostenausgleich 150 Euro, Reduktion Energieabgaben 200 Euro, Steuerreform 350 Euro, Klimabonus insgesamt 750 Euro, Familienzuschlag 180 Euro und Teuerungsabsetzbetrag 500 Euro. Das sind insgesamt eine Entlastung von 2.130 Euro. Und in dieser Rechnung ist der erhöhte Kindermehrbetrag oder Pendlerpauschale noch nicht einmal enthalten. Weitere Beispiele, wie man nennen kann. Eine Studentin mit Studienbeihilfe bekommt ungefähr 1.450 Euro. Familie, zwei Kinder, ein minderjähriges Kind mit Jahreneinkommen bekommt ungefähr 3.000 Euro an Entlastung. Ich glaube, wir sehen schon, dass hier etwas Großes und Dringendes gelungen ist. Und mit diesem Megapaket helfen hier wirklich allen Familien in Österreich, und zwar kurzfristig und langfristig. Und darum sage ich, das ist ein guter Tag für alle Familien in Österreich. Dankeschön. Am Wort ist die Blom-Ingenler Karin Doppelbauer. Barbara Nessler von den Grünen war das. Am Wort ist nun die Budgetsprecherin der Neos Karin Doppelbauer. Vielen Dank, Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung. Ja, wir diskutieren Runde 3 vom Antiteuerungspaket. Und ja, und es ist auch heute schon mehrmals gesagt worden, vor allem von meiner Fraktion, es sind ein paar Maßnahmen dabei, die wir natürlich auch unterstützen werden, weil sie durchaus im Augenblick sinnvoll sind. Also Teuerungsabsetzbetrag, Einmalzahlungen für sozial Schwache oder auch die Teuerungsprämie, das sind Dinge, die wir durchaus mittragen können und dementsprechend auch eine getrennte Abstimmung in diese Richtung verlangen werden. Was aber gar nicht geht für uns, meine Damen und Herren, das ist die Aufstockung des Klimabonus auf 500 Euro. Das ist wirklich Geld, das aus meiner Sicht beim Fenster hinausgeworfen wird. Das ist wirklich das Gegenteil von treffsicher. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, hätte sich die Regierung wirklich ersparen sollen. Es ist höchst an der Zeit, dass Menschen entlastet werden. Was wir uns aber gewünscht hätten, wie gesagt, Runde 3 von den Antiteuerungspaketen, ist einfach, dass man jetzt mal gesamtheitlich wirklich drauf schaut und auch sagt, was ist das Konzept dahinter, wo ist der rote Faden hinter diesen ganzen Maßnahmen. Es wirkt ein bisschen, holpertatschig ist jetzt vielleicht böse, aber es wirkt so ein bisschen, nächsten Monat ist das, nächsten Monat ist das, nächsten Monat ist das. Statt dass man wirklich einfach mal strukturell sich anschaut, wo man eigentlich auch hin will. Und man hätte ja im Augenblick alle Möglichkeiten, weil am Ende des Tages mit der Inflation, Mehrwertsteuer, alles sprudelt und fließt, könnte man wirklich viel tiefer in die Strukturmaßnahmen reingehen, aus meiner Sicht. Ich muss manchmal darauf zurückkommen, was ist passiert bei den kurzfristigen Maßnahmen, die gesetzt worden sind. Klimabonus 500 Euro, 2,8 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, ist die Aufstockung. 2,8 Milliarden Euro, die hier ausgegeben werden. Und wie gesagt, eben mit der Gießkanne. Wenn man sich das Gesamte anschaut, also wenn man sich das Gesamtpaket anschaut, von dem Klimabonus, dann ist das insgesamt 4,1 Milliarden. Also wir machen hier eine Maßnahme, die 4,1 Milliarden Euro kostet, nicht treffsicher. Sagen wir uns noch mal kurz, ich habe auch wirklich nur fünf Minuten gebraucht, dazu zu schauen, okay, was sind denn die anderen Maßnahmen, die schon beschlossen worden sind in diesem Haus, die auch nicht treffsicher sind. Und natürlich kommt ja die Erhöhung des Pendlerpauschales wieder drauf, 400 Millionen Euro, Energiekostenausgleich 600 Millionen Euro. Wir sprechen also hier von über 5 Milliarden Euro, die einfach nicht treffsicher sind, die hier mal die letzten paar Monate einfach, ehrlich gesagt, wirklich ohne Not ausgegeben werden. Und das finden wir nicht gut, und zwar aus ganz vielen Gründen. Und ich kann es ja immer nur wiederholen, ich bin ja auch Budgetsprecherin von dieser Fraktion. Und jetzt haben wir ja eh schon eine Staatsschuldenquote von, was, 82 Prozent? Ich glaube, Herr Finanzminister ungefähr. Und ich glaube, Sie sagen auch, oder haben bis jetzt zumindest immer gesagt und auch versprochen, man wird da wieder zurückkehren, es wird aufs Budget geachtet werden. Aber 82 Prozent, und das ist ehrlich gesagt kein Ende in Sicht, weil, wie gesagt, strukturelle Sachen kommen ja nicht. Es kommen immer wieder diese, jeden Monat ein bisschen was dazu und ein bisschen wo, irgendwo wieder mithelfen. Jetzt müsste man am Ende des Tages, glaube ich, ein bisschen anders an diese Sache herangehen und uns ein paar andere Dinge noch überlegen, wo man hin sollte. Und jetzt sage ich einfach mal, was würden wir NEOS machen? Weil es ist ja immer heute schon durchaus sehr kritisch auch beleuchtet worden, dass die Opposition immer dasteht und alles sozusagen schlecht findet. Also, was würden wir NEOS machen? Punkt eins. Wir hätten die kalte Progression ganz abgeschafft, gänzlich abgeschafft und wir hätten es mit 1. Jänner 2022 gemacht. Und jetzt möchte ich noch mal was sagen, weil diese, wir haben es eh ganz abgeschafft, ja eh, aber Sie haben ja selber sehr trefflich gesagt, Herr Finanzminister, zwei Drittel gehen wir zurück, ein Drittel gehen wir nicht zurück, weil das wird dann oben verteilt. Das wird oben verteilt. Und jetzt möchte ich noch mal auf die, nein, noch mal, weil Sie haben nicht halb schwanger. Entweder man gibt es ganz drück oder gar nicht, ja. Und was hier wirklich der Punkt ist, ist, das ist etwas, das ist Geld, das Ihnen nicht gehört. Und warum wollen Sie jetzt ein Drittel des Geldes, das Sie eigentlich zurückgeben sollten, selber wieder verteilen? Ich glaube, wir haben einen Umverteilungsstaat par excellence in Österreich und hier noch mal etwas draufzusetzen, finde ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar. Der zweite Punkt, und heute ist es ganz kurz angesprochen worden, den wir auch anders angegangen wären, das ist der Umbau des Steuersystems. Und zwar hätten wir hier eine deutliche Senkung der Steuern und Abgaben auf Arbeit uns gewünscht, nicht 0,3 Prozent. Mit dem wird es nicht wahnsinnig lange gehen, Herr Finanzminister. Und ich wünsche mir wirklich manchmal die Zeiten zurück, wo sich der Finanzminister auch noch hingestellt hat und gesagt hat, Abgabenquote muss unter 40 Prozent. Davon hört man überhaupt nichts mehr. Wir sind bei 44 Prozent. Sie steigt, 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 steigt. Und das ist schlicht und einfach auch etwas, was wir als NEOS anders machen würden. Was wir dieses Mal, und ich sage das wirklich auch mit dieses Mal, auch gemacht hätten, und das ist auch ein Punkt, die sozial schwachen Haushalte, die müssen sofort entlastet werden. Also Einmalzahlungen, die wir ja normalerweise sehr kritisch sehen, sind in diesem Bereich für uns absolut in Ordnung und auch notwendig. Und was uns vollkommen fehlt, ist einfach das, wie kommen wir denn heraus aus der Krise. Und da bin ich jetzt wieder bei meinem Punkt, das dritte Maßnahmenpaket, also ein Teil zumindest vom dritten Maßnahmenpaket heute da. Wir müssen aber auch mal irgendwas tun, damit wir wieder rauskommen aus dieser Krise. Und das wäre Wachstum. Und jetzt schaue ich Sie auch an, wo müssen wir nämlich auch investieren. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, es gibt einen Bereich, der wird sträflich vernachlässigt, und das ist einfach die Bildung. Die Ressource, die wir in Europa haben, die wir in Österreich haben, ist der Mensch. Wir wissen genau, wenn wir hier die nächsten 10, 20 Jahre als Österreich, als Wirtschaftsstandort erfolgreich sein wollen, dann braucht es eines, Weiterbildung, Ausbildung, lebenslanges Lernen. Und hier sehen wir halt einfach viel zu wenig von dieser Bundesregierung. Und da würden wir uns wirklich, wirkliche Akzente wünschen von Ihrer Seite. Vielen Dank. Das war Karin Doppelbauer von den NEOS. Auch sie wiederholt die getrennte Abstimmung, die von den NEOS gefordert wird, und begrüßt Maßnahmen wie etwa die Teuerungsprämie und kritisiert andere wie die Aufstockung des Klimabonus. Am Wort ist Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ. ... dass der Rechtsanspruch auf Kinderbildung Ländersache ist. Ich berichtige tatsächlich, eine bundesweite Verpflichtung zur Umsetzung für die Bundesländer ist möglich, und zwar über eine Vereinbarung gemäß dem Artikel 15a BVG. Analog zum verpflichtenden Kindergartenjahr, das 2009 unter einem SPÖ-Bundeskanzler im Übrigen eingeführt worden ist. Weil jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Eva-Maria Holzleitner war das mit einer tatsächlichen Berichtigung. Und ebenfalls der Abgeordnete Obernosterer meldet sich mit einer tatsächlichen Berichtigung. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur tatsächlichen Berichtigung von der Frau Kollegin Doppelbauer. Herr Abgeordneter Obernosterer, nein, das ist nicht möglich. Sie können nicht in Ihrer Berichtigung replizieren auf die Berichtigung der Vorgängerin. Ach, haben Sie nicht? Da habe ich mich verhört. Das tut mir leid. Bitte, Herr Abgeordneter, setzen Sie fort. Die Frau Kollegin Doppelbauer hat bei Ihrer Rede gesagt, die kalte Provision wird nur zu zwei Drittel abgeschafft und zu einem Drittel nicht. Richtig ist es, die kalte Provision wird zu 100 Prozent abgeschafft, nur ein Drittel, und das steht auch im Text drinnen, und ein Drittel wird dafür verwendet, dass man im sozial schwachen Bereich ausgleichen kann. Es gehen 100 Prozent der kalten Progression, wird abgeschafft und, wie gesagt, den Menschen zur Verfügung stellt. Am Wort ist nun Rudolf Taschner, der Wissenschaftssprecher der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, Frau Kollegin Doppelbauer, was Sie zu Schluss gesagt haben, das möchte ich gleich weiterführen. Aber lassen Sie mich vorher noch eine Fußnote unterbringen, was nämlich die Ursachen dieser Teuerung darstellt. Der Herr Bundesminister hat ja drei Ursachen genannt, an die mich recht erinnere. Das war die überhitzte Wirtschaft, die vorher geherrscht hat. Das Zweite war die Abbruch der Lieferketten, insbesondere durch Corona bedingt. Und das Dritte wäre der Ukraine-Krieg. Aber tatsächlich, glaube ich, gibt es dahinter noch eine tiefere Ursache. Der Kollege Rauch hat da den Minister Koch, glaube ich, falsch verstanden, weil er gesagt hat, Sie hätten gesagt, die EZB hat das großartig gemacht. Die EZB hat das wirklich nicht großartig gemacht. Tatsächlich ist es so, es ist unfassbar viel Geld gedruckt worden ohne Ende. Und dieses Geld ist komischerweise irgendwie festgehalten worden. Es ist kaum in den Konsumhandel getreten. Es ist eine Erhöhung der Preise bei den Immobilien eingetreten und Ähnliches. Aber es hat sich eine modern monetary theory gebildet, wo die Leute geglaubt haben, man kann ja Geld drucken ohne Ende. Und nun aber zeigt es sich, dass viel zu viel Geld am Markt ist und viel zu wenig Angebot von anderen Gütern. Und daher kommt es jetzt zu dieser Teuerung. Das ist der tatsächliche Grund. Es ist in Wirklichkeit die unglaublich schreckliche Politik der EZB gewesen. Und das ist etwas, was wir schwer beeinflussen können. Und darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dieses Antiteuerungspaket, das wir hier haben, ein sehr wichtiger Schritt, um all die Auswirkungen, insbesondere für diejenigen, die am meisten davon betroffen sind, möglichst gut abzufiedern. Und ich glaube, wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Ausführungen von Herrn Bundesminister Kocher und auch von Herrn Bundesminister Rauch zugehört haben, werden Sie verstehen, dass wir uns wirklich redlichst bemüht haben, hierin möglichst treffsicher und möglichst effektiv zu arbeiten. Und dass alle anderen Vorschläge, die es natürlich auch gibt und die natürlich auch diskutabel sind, wie Preisdeckelung, wie Steuersenkung und Ähnliches, mit Nachteilen verbunden sind, die von Herrn Minister Rauch wirklich konzise, klar beantwortet worden sind. Aber selbstverständlich, darüber lässt sich streiten. Dass aber die Bemühung da ist und dass wirklich viel Geld in die Hand genommen worden ist, um dieser Teuerung und der Auswirkung der Teuerung bei der Bevölkerung entgegenzuwirken, das zu leugnen, ist unredlich. Ich möchte weiterhin festhalten, dass wir natürlich nicht in der Lage sein werden, die tatsächlichen Ursachen, die natürlich im großen europäischen, im globalen Raum liegen, mit diesen riesigen Geldmengen, und es sind die Vereinigten Staaten auch davon betroffen, die ja vom Ukraine-Krieg weniger betroffen sind und auch von der Pandemie nicht zu stark betroffen worden sind, die haben ja auch eine große Inflation. Also, wie wir das bereinigen, das ist schwer durchzudenken. Wir werden kaum einen Paul Fokker haben, der einst in den 70er-Jahren plötzlich die Zinsen hinaufgebracht hat und dabei eine Rezession eingeführt hat und dann ein Präsident, der Präsident, Gott im Himmel, nach dem Jimmy Ford, der Name ist mir entfallen, der amerikanische Präsident hat seine zweite Präsidentschaft verloren dabei. Fokker hat das gemacht. Der Präsident, Gott im Himmel, ist Mr. Name entfallen, zwischen Ford und Reagan, ein Erdnuss-Farmer, Jimmy Carter, Jimmy Carter. Präsident Jimmy Carter hat dadurch seine zweite Präsidentschaft verloren, weil er eine Riesenrezession damit hineinkommt. Also, wir werden das so nicht erleben können, wollen, aber wir können in Österreich vielleicht etwas anderes machen. Es wurde gesprochen davon, dass wir jetzt schnelle Maßnahmen setzen, hat der Minister Kocher gesagt. Es wurde davon gesprochen, dass wir strukturelle Maßnahmen setzen. Wir setzen auch strukturelle Maßnahmen, die weiterreichen. Aber, und das möchte ich vielleicht noch als Idee hineinbringen, und die Frau Kollegin Doppelbauer, jetzt komme ich darauf zu sprechen, hat er diese Idee auch gebracht. Wir sollten vielleicht dieses Wort, hat mir mein geschätzter Kollege, der Herr Professor Wachter mitgeteilt, eine paradoxe Intervention durchführen. Nicht nur Geld jetzt nehmen, um die Ausweckung der Erteuerung abzumildern, sondern auch Geld in die Hand zu nehmen, um zu investieren. Noch einmal zu investieren, wieder zu investieren. Aber diesmal zukunftsweisend, verantwortungsvoll, nachhaltig zu investieren. Ich denke nur an zwei Punkte. In Energietechnologie zu investieren, da ist wahnsinnig viel wichtig. Das müssen wir unbedingt machen. Mein Herzen ist immer, in Wasserstofftechnologie zu investieren. Das wäre wirklich unfassbar wichtig. Und der zweite Punkt, zu investieren, Frau Kollegin Doppelbauer hat das gesagt, in die Bildung. Wir machen jetzt eine Universität in Linz. Wenn wir das geschickt machen, haben wir das Geld. Und das ist gar nicht einmal so viel Geld, wie jetzt ausgegeben wird für dieses Antiteuerungspaket. Dass wir da investieren, etwas in eine Bildung, die dazu führt, dass wir wirklich, zum Beispiel auch in der Digitalisierung, etwas entwickeln, was uns weit hinaus hilft. Das ist wirklich etwas, diese Paradox-Investition, die ich als Drittes neben den jetzigen schnellen Hilfen und den strukturellen Hilfen noch dazu erwähnen möchte. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir uns stellen. Und dann brauchen wir uns als Regierung keineswegs von der Bevölkerung sagen zu lassen, wir können uns nichts mehr von ihr erwarten. Ich erwarte mir von der Regierung sogar alles. Das war Rudolf Taschner von der ÖVP und ich darf eine Korrektur zuvor hin anbringen. Die Regie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich Barbara Nessler als Familiensprecherin der FPÖ bezeichnet habe. Sie ist natürlich Abgeordnete der Grünen. Und am Wort ist Julia Herr von der SPÖ. Herr Präsident, sehr geehrtes Haushaus, ich will heute ein bisschen was Grundsätzliches sagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das in der Debatte bisher schon so benannt wurde. Und eigentlich bin ich auch der Meinung, dass es viel zu selten ausgesprochen wird. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die am Ende des Monats nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wie sie ihre Rechnungen zahlen können. Und wir haben auf der anderen Seite Menschen, die in Geld schwimmen. Das ist einfach Fakt. Und diese Kluft zwischen Arm und Reich, die geht auch noch weiter auf. Und da geht es auch jetzt nicht nur um Geld als Kapital. Da geht es natürlich auch darum, dass wenn Geld in den Händen von einigen wenigen zentriert ist, dass auch die Macht und auch der Einfluss in den Händen von einigen wenigen zentriert ist. Und dass das natürlich auch ein Problem ist in der Politik, wenn wir uns anschauen, wie die Spenden hier so fließen und was dann für Gesetze darauf folgen. Und das reichste 1 Prozent der Bevölkerung, das reichste 1 Prozent besitzt fast 50 Prozent des Vermögens in Österreich. Das ist einmal dahingestellt. Und die ärmeren Haushalte, hören Sie zu, die ärmeren Haushalte in Österreich, wie viel besitzen die, die 50 Prozent der Bevölkerung? Die haben knapp über 2 Prozent, 2,5 Prozent des Vermögens. Es ist einfach eine Verteilung, die ist absurd. Die ist schon lang außerhalb jeglicher Logik. Wenn man sich das bildlich vorstellen will, vielleicht, dann können Sie sich das noch besser vorstellen. Da essen ein paar Vermögende, einen Kuchen und die restlichen 50 Prozent der Bevölkerung müssen sich um die Brösel streiten. Und in dieser Krise, die wir durchleben, verschärft sich das noch weiter. Verschärft sich das noch weiter. Allein im letzten Jahr haben die 100 reichsten Menschen, ja, vielleicht, weiß ich nicht, das sind die Personen, die die Neos vielleicht hier vertreten, haben einen Zugewinn von 25 Milliarden Euro gehabt in einem Jahr. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die am Ende des Monats nur mehr Toastbrot essen können, weil für frisches Brot reicht es nicht, geschweige denn für Gemüse oder für Obst. Und ich meine, Menschen, die in der Früh nicht mehr wissen, die aufstehen, die Eltern mit Bauchweh, was sie jetzt ihren Kindern einpacken sollen in die Schule. Das ist die Situation. Und jetzt kommen ÖVP und Grüne und legen ein Entlastungspaket vor. So. Und aber an dieser strukturellen Ungerechtigkeit ändert Ihr Paket nichts. Null. Nüsse. Nüsse. Und jetzt sind Sie überrascht und dann Sie da irgendwie künstlich aufregen, dass die SPÖ nicht Freudensprünge macht. Naja, das hätten Sie sich ausrechnen können. Nämlich wortwörtlich ausrechnen. Wir haben das nämlich getan. Und wenn man sich das wirklich dann durchrechnet und sieht, dass der Herr Bundeskanzler zum Beispiel bis 2026 etwa 6.000 Euro durch Ihr Antiteuerungspaket bekommt und aber eine Mindestpensionistin, die knapp über einen Tausender verdient, kriegt ein Drittel der Entlastung, dann ist das falsch, dann ist das verkehrt, dann müsste das umgekehrt sein und dann stimmen wir diesem Paket auch nicht zu. Und im Übrigen wird auch nicht nur, dass Sie strukturell nicht so eine Ungerechtigkeit verändern, es wird auch kein einziges Produkt deshalb billiger, kein einziger Preis wird deswegen leistbarer. Und die Produkte bleiben ja gleich teuer. Nicht nur heuer, wo es jetzt ein paar Bonuszahlungen gibt, sondern auch nächstes Jahr. Was ist denn dann? Wessen dann wieder alle gnädig sitzen und darauf hoffen, dass die Bundesregierung wieder ein Bonuspaket schnürt? Vielleicht sind dann Landtagswahlen, vielleicht ist es dann ein bisschen heicher, oder ich weiß es nicht. Wieso gibt es keine strukturelle Änderung? Wo sind die Preisobergrenzen? Und wissen Sie, ja, 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 da habe ich jetzt wieder hineingetroffen ins Binnennest, jetzt zoomen alle ganz aufgeregt, aber wissen Sie, es reicht einfach mit der Politik für die, die eh schon genug haben, es reicht, 85 Prozent der Steuern in Österreich werden eingenommen durch Steuern auf Arbeit und auf Konsum, Arbeit und Konsum. Das, was die breite Bevölkerung in Österreich trifft, das wird hoch besteuert. Und mit diesen Einnahmen zahlen Sie sich auch Ihre Entlastungspakete ja selbst. Seien Sie doch so ehrlich, wer finanziert denn den Steuerhaushalt? 85 Prozent die arbeitenden Menschen, die zahlen sich das selbst. Und die restlichen 15 Prozent, jetzt auch bei den Grünen Aufregung, ich weiß eh, ihr seid nicht mehr für Millionärsteuern. Ich habe es ja sehr, gestern habe ich es gelesen in der Zeitung, Wödinger und Maurer gemeinsam vereint, nein, Millionärsteuern kommen nicht. Ihr findet das jetzt vielleicht super, ich nicht. Es braucht eine Änderung. 85 Prozent sollen die arbeitenden Menschen und nur 15 Prozent kommen durch Steuern auf Vermögen oder auf Gewinne. Das ist eine Schieflage und die müssen wir beseitigen. Weil dann, weil dann muss sich die Mindestpensionistin in ihrer Entlastung vielleicht nicht mehr selbst zahlen. Dann gibt es eine echte Umverteilung in diesem Land und die ist längst überfällig. Vielen Dank. Das war die Abgeordnete Julia Herr von der SPÖ. Es wird keine Zustimmung zum Paket der Regierung geben. Sie kritisiert einmal mehr die Vermögensverteilung in Österreich. Durch die Krise würde diese Vermögensverteilung noch mehr zugunsten der Reichen ausfallen. Und sie redet einmal mehr der Millionärssteuer das Wort. Das Paket würde jedenfalls nichts an der ungerechten Verteilung ändern. Lukas Hammer von den Grünen ist am Wort. Wenn die SPÖ-Bundeskanzler und SPÖ-Finanzminister bis 2017 eine Vermögens- und Erbschaftsteuer hergebracht hätten. Sie haben es leider nicht gemacht. Und ich möchte mich mit Ihnen hier überhaupt nicht über Maßnahmen streiten, wo wir uns ja eigentlich einer Meinung sind. Wir wissen, woran es gelegen hat. Aber bitte tut es nicht so, als ob ihr keinem Paket zustimmen könnt, wo eine Vermögens- und Erbschaftsteuer dabei ist. Weil ihr habt es einfach nie selber geschafft. Also hört es bitte auf. Aber ich möchte wieder ernster werden. Wir haben eine schwierige Situation und wir bekommen auch alle sehr viele besorgte E-Mails und Anrufe von Menschen, die Angst haben in unserem Land. Weil es jederzeit sein kann, dass eine Bombe auf eine Pipeline fliegt, dass Wladimir Putin den Gashahn zudreht. Und wir können nichts anderes machen, als zu sagen, ja, wir tun alles, um uns so gut wie möglich vorzubereiten. Denn wir, und wir haben hier auch sehr viel gemacht, wir haben hier auch sehr viel gemacht, wir haben zum Beispiel unsere Gasspeicher befüllt und sind sehr gut dabei unterwegs. Wir haben die zweitgrößten Gasspeicher derzeit von unserer Befüllung in Europa. 40 Prozent unseres Jahresverbrauchs sind gespeichert. Zu vergleichen, weil es eben erwähnt wird, Deutschland hat 13 Prozent. Und natürlich, ein großer Teil der Verunsicherung kommt natürlich von den Preisen. Wir haben sehr hohe Strompreise, extrem hohe Gaspreise und Heizpreise. Und wir haben jetzt sehr viel über die Maßnahmen gesprochen, die wir hier setzen. Es sind sehr weitreichende Maßnahmen. Wir nehmen sehr, sehr viel Geld in die Hand. Und ja, und ich habe es heute auch immer wieder gehört, und ich kann dem nur beipflichten, zum großen Teil sind das Symptombekämpfungsmaßnahmen. Und deshalb sollten wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr darüber unterhalten, was die Ursache ist von der Krankheit, von dem Symptom, das wir da bekämpfen. Und was ist es, was wir hier bekämpfen? Was ist es, was wir hier vorfinden? Der Minister Kocher hat es ja schon erwähnt. Wir haben eine fossile Inflation, eine importierte fossile Inflation, weil das Gas teurer wird, Kollege Kickl. Und weil Sie ausgeführt haben, und das ist etwas, was mich wirklich ärgert bei der FPÖ, Sie tun immer so, wenn wir ein bisschen netter zum russischen Diktator wären, dann würden die Gaspreise nicht so steigen. Dann würde die Gazprom wieder anfangen, den Gasspeicher in Heidach zu befüllen. Das ist einfach nicht richtig. Und wissen Sie, warum Sie das machen? Sie reden der europäischen Sanktionspolitik gegen den Kriegstreiber Putin das Wort, weil Sie immer noch Putin-treu sind. Sie sind immer noch Putins rechte Freunde in Europa. Sie glauben, man kann Russland, die russischen Panzer aus der Ukraine irgendwie rausstreicheln. Es wird es nicht spielen. Russland ist auch nicht das erste Land, und Putin ist nicht der erste Diktator, der Energie als Waffe verwendet. Denken wir zurück an 1973, ist schon öfters gefallen. Da hat die OPEC als Antwort auf den Junkie-Burkrieg die Öllieferungen um 5 Prozent gedrosselt. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das erleben, dass Energie als Waffe verwendet wird. Tun Sie aber nicht so, als ob das irgendwas damit zu tun hätte, dass Europa der Ukraine solidarisch zur Seite steht. Wir wissen, was die Ursache ist. Es ist die fossile Inflation, und wir wissen auch, was wir dagegen tun müssen. Das ist raus aus Öl, raus aus Gas und rein in die Erneuerbaren. Weil nur dann, und Sie haben es gesagt, die Menschen wollen endlich wissen, wie die Energiepreise sich entwickeln, und die wollen endlich Sicherheit. Solange wir abhängig sind von den Launen eines Diktators, solange wir derart abhängig sind von Diktaturen wie Saudi-Arabien oder Russland, wird es auch keine Sicherheit bei den Energiepreisen geben, werden die Energiepreise weiter so teuer sein. Und deswegen ist es natürlich auch aus sozialer Sicht extrem wichtig, dass wir aus Öl und Gas so schnell wie möglich aussteigen und dass wir rein in die Erneuerbaren gehen. Das werden wir auch weitermachen. Wir haben auch, meine Redezeit ist schon zu Ende, ein weitreichendes Entlastungspaket mit einem Klimabonus beschlossen, der im Gegensatz, weil das auch immer wieder im Ausschuss gefallen ist von Seiten der SPÖ, wird den Klimabonus dieses Jahr für alle Menschen in Österreich gleich ausbezahlen werden, egal wo sie leben, auch in Wien, 500 Euro für Erwachsenen, für jeden Erwachsenen 250 Euro für ein Kind. Und ja, Herr Kickl, das müssen Sie aushalten, auch für Menschen, die keinen österreichischen Pass beziehen, auch für Menschen, die in Österreich leben, Steuern zahlen und auch unter den hohen Preisen zu leiden haben. Dankeschön. Lukas Hammer von den Grünen. Neben der Verteidigung des Antiteuerungspakets der Regierung betont der Grüne einmal mehr die Notwendigkeit der Energiewende und die Notwendigkeit, sich vom russischen Gas unabhängig zu machen. Am Wort ist Christian Havenecker von der FPÖ. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt weiß, dass es ein Parlament auch noch gibt. Er wäre zumindest einmal hier herinnen gesessen. Aber was tut er stattdessen? Er champanisiert ein bisschen mit anderen Staatschefs in Brüssel herum. Möglicherweise ist auch die Gattin dabei. Die rechnet sich ein bisschen durch. Was sich gerade bei den Schadensersatzklagen von Mindestpensionisten alles eintreiben kann. 4,9 Millionen Euro. Nicht schlecht. Und da ist auch schon vorgebaut für die Zeit nach der Kanzlerschaft. Das ist das, was momentan gerade passiert. Und während in Brüssel Champagner getrunken wird und während wir Länder aufnehmen will, die wir finanziell nicht stemmen können, überlegen sich bei uns die Menschen mit geringen Einkommen, wie sie morgen den Einkauf machen werden. Das sind die Leute, die mittlerweile auf Reis und Muddeln umgestellt haben, die sie alle in Stich lassen. Das sind die Leute, die der Herr Kanzler mitverrät, indem er heute nicht hier ist. Das muss einmal klar gesagt werden. Und wissen Sie was, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Bundesregierung, das wäre auch wichtig, einmal im Bewusstsein zu haben. Man muss sich einmal überlegen, wie es zur Teuerung gekommen ist. Was ist denn die Ursache dafür? Das sind Ihre Corona-Sanktionen, ich nenne es bewusst so. Das sind Ihre Klima-Sanktionen. Und jetzt sind es natürlich auch noch die Russland-Sanktionen, die uns allen miteinander teuer zu stehen kommen. Und Russland und Ukraine ist nicht schuld an der Teuerung, die jetzt stattfindet, sondern da haben Sie die Wurzel bereits dafür gelegt, in der Corona-Krise. Auch das muss klar gesagt werden. Und was passiert jetzt in Brüssel? In Brüssel fährt man jetzt zur amerikanischen Befehlsausgabe. Das hat noch niemand überzogen in Europa scheinbar, dass wir ein Spielball der Supermächte geworden sind und dass Europa alles andere als selbstständig in diesem Konflikt agiert, sondern wir sind Befehlsempfänger der Vereinigten Staaten und befinden uns inmitten eines Propagandaschlachtfeldes, wie es es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Auch das gehört mir dem Bundeskanzler mitgeteilt und ihm gesagt, wo er eigentlich mitspielt. Die Bundesregierung gießt also zuerst Öl ins Feuer und dann kommt der Herr Wöginger, der Herr mit Feuerpotsch und möchte den Amazonasbrand löschen. So funktioniert es nicht. Und das sind aber die Maßnahmen, die Sie heute hier festgestellt haben. Und Ihre Unfähigkeit, Herr Kollege Höfinger, nicht Ihre persönliche, sondern die Ihrer Partei, die schreit zum Himmel. Die Maßnahmen sind zynisch, die Sie hier setzen. Sie nehmen den Leuten zuerst das Geld aus dem Sägel und nehmen sie ihn dann wieder weg. Und dann kommt da die Frau Sachs-Lehner, die heute einen interessanten Tweet ablässt und sagt, ja, wir haben es geschafft, wir haben es durchgesetzt gegen die Linken. Wir haben keine Steuererhöhungen. Na, was soll ich Ihnen sagen? Mineralölsteuer, Möst, Nova, alles das, das sind Dinge, die genau unter ihrer Ägide dazugekommen sind. Und jetzt kommt dann auch noch die CO2-Steuer, wo Sie noch generös erklären, Sie haben es jetzt aufgeschoben, aber die Belastung kommt auch noch auf uns zu. Also die Messer sind schon gewitzt. Auf der anderen Seite kassiert der Staat und der Herr Finanzminister die Ausschüttungen der Energiekonzerne, die sich jetzt dumm und dämlich verdienen. Auf der anderen Seite verdient er auch noch an der Mehrwertsteuer. Ja, interessiert Sie nicht dafür, Herr Minister, damit muss ich leben. Aber es wird ja nicht mehr so lange dauern, wie wir uns noch mit Ihnen beschäftigen müssen. Ja, und gleichzeitig werden von Ihnen, Herr Kollege Höfinger, die Bürger zum Narren gehalten. Vorher steht der Clubobmann-Wöginger da heraus, und ich bin mir hervorgekommen, weil wir haben auch bei D-Max vorbeizapte am Vormittag, wo da dieses Teleshopping ist. Er hat da gestanden, hat er irgendwelche Maßnahmen verkündigt und so weiter und so fort. Und ich habe schon gewartet auf die Nummer, die eigentlich... Entschuldigen Sie, Herr Abgeordneter. Frau Kollegin Nessler, es ist eine gute Tradition im Parlament, dass wenn ein Kollege oder eine Kollegin spricht, nicht mit einem Regierungsmitglied getratscht wird. So interessant das auch sein mag. Bitteschön. Herr Präsident, meine Zeit ist jetzt weitergelaufen. Vorher, wie Sie die Kollegin... Vielleicht kann man das nochmal zurückstellen. Nein, also der Kollege Wöginger steht da, wie beim Teleshopping, sagt, wartet, bis die Nummer eingeblendet wird und fast, dass er nicht gesagt hat, naja, wenn Sie gleich anrufen, kriegen Sie zwei Sicherheitspakete von uns. So gehen Sie durch die Lande und so ziehen Sie auch die Leute über den Tisch. Und der andere Seite ist um nichts besser. Da ist der grüne Sektor, da sitzt vor allem die neue Kohleministerin da, die Frau Gewessler, ja. Und die öffnet allen Ernstes Kohlekraftwerke in Österreich, weil sie keinen Plan gehabt haben, was man eigentlich macht in diesem Land, wenn man die Energiesicherheit herstellt. Auch das ist ja wirklich bemerkenswert. Die CO2-Belastungen durch das Kohlekraftwerk sind x-fach so hoch wie durch ein Gaskraftwerk. Und mir ist jetzt endlich klar geworden, was Greenjobs aus Ihrer Sicht sind. Die Greenjobs sind offensichtlich im Kohlebergwerk oder vielleicht auch noch auf irgendwelchen Öltankern, die das Gas, das Fracking-Gas aus Amerika herführen. Das sind Ihre Greenjobs. Und da muss man ja sagen, wundert es mich auch nicht, wenn Sie langsam aber sicher Ihre eigene Basis aus den Ämtern jagt. Ja, und so geht es halt auch weiter. Es gibt diese Rohölgas-Tanker, die Sie verlangen. Und da gibt es auch die Ökobilanz von der Frau Kohle-Ministerin, die auch nicht schlecht ist, wenn es in den Nahen Osten chattet, mit dem Privatcheck eine Einkaufstour macht bei irgendwelchen Autokraten. Und auf der anderen Seite verlangen Sie hier Frieren für den Frieden, Hungern wegen der Inflation, die Autofahrer gegen Tempolimits, das von den Meden-Fiaker überholt werden. Also das ist doch alles zynisch, was Sie hier machen. Sie haben überhaupt nicht irgendwer einen Lösungsansatz für die Probleme der Menschen in diesem Land. Im Gegenteil, Sie verhöhnen sich auch noch damit. Die Neutralität ist von der Bundesregierung verscherbelt worden. Die Energieversorgung von Österreich haben Sie einfach gekappt. Auch das ist eine tolle Leistung von Ihnen. Und alles nur deswegen, weil Sie ein paar Schulterklopfer aus Brüssel haben wollten. Sie haben Sanktionen beschlossen, die sinnlos sind. Schauen Sie sich das an. Der Rubel rollt, oder? Da kann man was anderes sagen dazu. Der Rubel rollt. Die Gazprom macht mega Gewinne. Und jetzt subventionieren wir auch noch, das ist ja überhaupt das Beste, das haben Sie auch nicht mitbedacht, jetzt subventionieren wir auch noch Indien mit. Jetzt verkaufen die Russen halt nicht das Gas an uns, sondern an die Inder. Und wir verkaufen von den Indern dann um den doppelten Preis zurück. Also Ihre Sanktionen sind dermaßen sinnlos, dass es Ärger nicht geht. Und da sollten Sie wirklich einmal genauer anschauen, was Sie da eigentlich aufgeführt haben. Selbstverständlich ist es wichtig, diesen Krieg zu beenden, und das geht aber nur mit Verhandlungen und ganz sicherlich nicht mit Propaganda, die hier in Europa gemacht wird. Die Sanktionen, meine sehr geehrten Damen und Herren, gehören aus unserer Sicht sofort beendet. Das wäre ein Ansatz, die Teuerung in diesem Land zu bremsen und vielleicht auch wieder einmal in so etwas wie einen Normalbetrieb hineinzukommen. Und genau deswegen bringe ich den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hafenecker und weitere Abgeordnete ein. Beendigung der Sanktionen gegen die Russische Föderation und Veto gegen weitere EU-Sanktionsregime. Der Nationalrat wurde beschließen, die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, sich auf EU-Ebene für die Beendung der Sanktionen gegen die Russische Föderation auszusprechen, weitere EU-Sanktionsmaßnahmen abzulehnen, sowie diese nötigenfalls mit ihrem Veto-Recht zu verhindern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wäre Soforthilfe. Das kann das Parlament sofort beschließen. Die Regierung kann in der Zwischenzeit die Koffer packen, den Weg für Neuwahlen freimachen, denn, wie gesagt, Ihnen fällt schon längst jede Legitimation. 30 Prozent der Wähler in diesem Land stehen noch hinter ihrem Kurs und das ist bezeichnend. Christian Hafenecker von der FPÖ mit einem Entschließungsantrag, mit dem die Sanktionspolitik gegen Russland beendet gehört. Diese sei nicht zielführend, so Hafenecker. Außerdem kritisiert er die Energiepolitik der Regierung, allen voran von Ministerin Gewessler. Die meisten Menschen in unserem Land machen sich große Sorgen. Ich mache mir auch große Sorgen, auch um das Klima, vor allem um das Klima in diesem Saal und in diesem Haus. Ich glaube, diese Polemik, Herr Kollege, wie Sie das jetzt gerade vorher genannt haben... Entschuldigen Sie, Frau Abgeordnete, das gilt natürlich für alle Mandatare, was ich vorher gesagt habe. Herr Kollege, bitte schön. Bitte. Für das Klima in diesem Haus. Und der Herr Kollege hat es vorher gerade zwar selbst benannt, aber ich glaube, diese Polemik, die da in jeder Zeile zu spüren ist, das ist das, was uns allen gemeinsam nicht gut tut. Wir haben jetzt die EZB-FED-Leitzins, also eine Zinswende, die jetzt ansteht, Experten warnen vor Rezession. Ich glaube, wir sind in einer Situation, die wir uns selber nie ausmalen konnten, als wir alle überlegt haben, in die Politik zu gehen. Und ich bin gespannt, was jeder Einzelne von uns in zehn Jahren über diese Zeit hier sagen wird, über das, was hier gemeinsam bewirkt wurde oder wie sich auch das verändert hat, was dieses Haus betrifft. Wir haben jetzt ein Paket, 28 Millionen Euro. Das ist ein Mix aus Maßnahmen. Und vielleicht ist man nicht von jeder Maßnahme begeistert. Mir geht es auch so, ich kann mit manchen Dingen wie Helikoptergeld auch selbst oft einmal wenig anfangen. Aber ich habe es mir genau angeschaut. Und ich glaube, das ist jetzt ein Mix, mit dem wir wirklich gut leben können und jetzt die notwendigen Dinge tun, die jetzt einfach auch anstehen. Strukturelle Maßnahmen. Julia Herr hat vorher gesagt, es sind keine strukturellen Maßnahmen zu sehen. Ich weiß nicht, was für sie die Abschaffung der kalten Progression ist. Das ist die größte Strukturmaßnahme, die seit Jahrzehnten eingefordert wird. Und da bin ich bei den Neos. Das ist für mich eigentlich ein Herzenswunsch immer gewesen. Und ich bin jetzt gespannt auch, weil ich finde es eigentlich schade, dass Sie das jetzt in dieser Form emotional, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, das, was der Niki heute gesagt hat, dass das so mitgetragen wird oder dass da jetzt auch besonders viel Positives kommt. Die Lohnnebenkosten. Für mich ist es auch das Spannende, wenn ich gerade die Kollegin Herr vorher gehört habe, die Vermögenssteuer wurde 1994 abgeschafft und zwar von Ihrem Kollegen Lazziner. Genauso dann die Erbschaftssteuern später und der Rote Ägide, weil man einfach gesehen hat, dass sich das nicht rechnet. Und Sie haben einen Fachexperten bei sich in den Reihen, der Herr Kollege Matzenetter, der auch sehr gerne lehrt. Ich glaube, Sie sollten sich einmal mit dem zusammensetzen, weil viele Dinge, die gerade in diesen Bereich hineinfallen, er Ihnen sicher sehr, sehr gut erklären kann. So viel. Der Klimabonus, ich möchte heute speziell was zum Klimabonus sagen, die Ergänzung zum Antiteuerungsbonus. Diese Direktzahlungen machen beispielsweise für eine Familie mit zwei Kindern 1.500 Euro aus. Das ist Gießkanne, vielleicht ist es Gießkanne, aber wir haben hier eine soziale Staffelung drin. Ab 90.000 Euro wird das ja sowieso wieder besteuert. Insofern haben Sie genau das, was Sie möchten, die Verteilung von oben nach unten. Insofern, der Sommer für mich ist jetzt auch die Frage. Was passiert im Sommer? Es muss natürlich, die Frau Ministerin hat es angekündigt, ein Infoschreiben an alle Haushalte kommen. Das besonders positive an diesem Bonus finde ich, dass es unbürokratisch ist. Es geht schnell. Vielleicht ist es nicht ganz so treffsicher, wie man es sich wünscht. Aber es ist eine Struktur da, dass ich sofort überweisen kann, dass es jeder auf seinem Konto hat, dass ein Infoschreiben nach diesem Sommer hinausgeht. Und jeder weiß, er kann im Herbst auch mit diesem Geld rechnen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil die Leute sich jetzt genau das einteilen müssen. Und die Rechnung kommt dann normalerweise im Februar, über den Winter. Also man muss auch wissen, wie man planen kann. Es sind viele Maßnahmen dagegen die Teuerung. Ich glaube, das Wesentliche ist einmal die Philosophie, der wir in Zukunft folgen. Und da möchte ich meinen Kollegen von den NEOS sehr, sehr recht geben. Auch ich wünsche mir, dass wir darüber nachdenken, wo geht es in Zukunft hin. Und was ich heute total vermisst habe, wir sprechen nicht mehr über die eigene Leistung, wir sprechen nicht über die Eigenverantwortung, wir sprechen nicht darüber, wir bekommen die Menschen dazu, dass sie Vollzeit anstreben. Wir haben auch seit Corona einen massiv noch mehr Abgang in die Teilzeit. Wir müssen es schaffen, dass die Leute auch wieder motiviert sind, dass sie Vollzeit arbeiten gehen, weil es wird an uns allen liegen. Und diese Diskussion werden wir auch führen müssen. Wir brauchen hier eine Kultur dafür. Für mich ist es insgesamt gesehen dennoch ein riesengroßes Zuversichtspaket. Es dient dem Kaufkraftverhalt, es ist ein niedriger Verwaltungsaufwand und gemeinsam mit dem Klimabonus in der Abwicklung und zusätzlich verhindert es, dass wir weiter in ein Sozialsystem aufblähen, weiter und weiter aufblähen, dass wir uns irgendwann nicht mehr leisten können, vor allem für die nächste Generation. Wir können den Wind nicht ändern, die Situation ist, wie sie ist, aber wir können die Segel anders setzen. Und in Krisen bekommen wir alle auch die Chance, über uns hinaus zu wachsen. Wir haben als Land schon ganz andere Dinge bewältigt in der Geschichte und in den Wogen der Geschichte. Und wir werden auch diese Zeit gemeinsam bewältigen. Und ich denke, wir werden dadurch ein noch widerstandsfähigeres, ein noch resilienteres und ein noch stärkeres Österreich werden. Danke, Herr Präsident. Christoph Marzenheiter von der SPÖ ist am Wort. Herr Ciceli hat von diesem Rednerpult gerade behauptet, die Erbschaftssteuer wäre 2008 unter roter Führung und Inszenierung meiner Mitwirkung abgeschafft worden. Ich berichtige tatsächlich. Es war der österreichische Verfassungsgerichtshof, der nicht unter der Führung steht und auch nicht unter meiner Mitwirkung, sondern gegen meine heftigste Ärgernis und leider am Widerstand der ÖVP nicht mehr eingeführt worden. Auch das können wir berichtigen, Herr Kollege, die will einladen. Dann lass uns mal erzählen, die Erpressung durch die ÖVP. Christoph Marzenheiter war das mit einer tatsächlichen Berichtigung. Jetzt ist Petra Wimmer von der SPÖ am Wort. Danke, Herr Präsident. Hohes Haus. Ich glaube, wir beruhigen uns wieder ein bisschen. Liebe Kollegin Carmen Jaitla-Gincelli, wir sind auch sehr interessiert, dass die Frauen Vollzeit arbeiten können. Dafür braucht es aber ausreichende Kinderbetreuung und wir werden weiterhin am Rechtsanspruch für Kinderbetreuung dranbleiben. Nun zum Thema. Ja, nach unzähligen Hilferufen aus der Bevölkerung hat die Regierung nun endlich reagiert und das sogenannte Antiteuerungspaket in Aussicht gestellt, das wir heute schon ausführlich diskutieren. Und ich habe gut zugehört. Und ich muss Ihnen sagen, liebe Menschen, liebe Familien in Österreich, es ist leider eine Mogelpackung. Ich erkläre das auch gleich, denn angekündigt wurde eine Einmalzahlung der Familienbeihilfe und eine jährliche Valorisierung, das heißt, es ist eine jährliche Anpassung, eine Erhöhung der Familienbeihilfe. Beschlossen wird davon heute hier im Hohen Haus nur die Einmalzahlung, nur die 180 Euro im August. Die Valorisierung der Familienbeihilfe steht nicht auf der Tagesordnung. Die wird erst im Zuge des Budgets im Herbst beschlossen, im Oktober. Sie ist also aufgeschoben. Die angekündigte Erhöhung des Kindermehrbetrags wird auch erst mit der Arbeitnehmerveranlagung 2023 ausbezahlt. Das bringt den Familien also jetzt in der akuten Notlage, in der sie sind, gar nichts, kein Geld auf das Konto. Die Erhöhung des Familienbonus, das bringt vor allem den Familien, die ein hohes Einkommen haben, die können den voll ausschöpfen. Und das sind aber die Familien, die die Teuerung noch am besten verkraften können. Die, die am wenigsten haben, kriegen am wenigsten, sind aber mit der Teuerung am meisten belastet. Also heute nur die 180 Euro Einmalzahlung. Alle anderen Maßnahmen folgen erst später, im nächsten Jahr oder im Herbst. Dabei sagt selbst der Fiskalrat, dass die einkommensschwächsten Haushalte aufgrund der aktuellen Inflation 660 Euro an Mehrkosten haben. 660 Euro, das sind für Familien, die vor dieser Erteuerung und vor diesen Krisen, die wir zu bewältigen haben, schon am Limit waren, schon nicht mehr gewusst haben, ob sie den Strom bezahlen können, ob sie ausreichend Lebensmittel kaufen können, fast nicht mehr zu stemmen und teilweise nicht mehr zu stemmen. Die Inflation beträgt beim Mini-Warenkorb, und das ist der Warenkorb, den wir beim täglichen Einfach-einfach brauchen, das sind Nahrungsmittel, das sind Treibstoffe, 15,4 Prozent. 15,4 Prozent an Mehrkosten bei jedem täglichen Einkauf. Die Reaktionen sehen wir schon, die langen Schlangen an den Tafeln und an den Sozialmärkten zeigen, wie akut die Situation ist. Und ich kann Ihnen nur raten, liebe Regierungsmitglieder und Regierungsfraktionen, schauen Sie sich das einfach einmal an. Gehen Sie hin und schauen Sie sich das an. Machen Sie sich ein Bild. Ich bin regelmäßig dort, und ich kann Ihnen sagen, ich treffe dort nicht nur die Ärmsten unserer Gesellschaft. Ich treffe dort die Alleinerzieherin, ich treffe dort die Pensionistin, und ich treffe dort vor allem Familien mit mehreren Kindern. Und das wird sich noch steigern. Also es ist einfach wichtig, diesen Menschen unverzüglich zu helfen und nachhaltig zu helfen. Werte Bundesregierung, Herr Bundeskanzler in Abwesenheit, Einmalzahlungen sind einfach nicht geeignet, die Inflation an der Wurzel zu bekämpfen, um einen permanenten und zumindest teilweise Ausgleich zu schaffen. Eine Senkung oder befristete Abschaffung der Mehrwertsteuer auf die Lebensmittel des täglichen Bedarfs, also Milch, Butter, Produkte, die wir immer brauchen, für die Dauer der Krise hätte einen nachhaltigen Effekt, den die Menschen bei jedem einzelnen Einkauf spüren würden. Bundeskanzler Nehammer hat es selbst gesagt, ich zitiere ihn hier kurz, es gibt keine Denkverbote, der Frage Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmitteln widmen wir uns jetzt. Da muss man zum Beispiel diskutieren, welche Lebensmittel sollen davon erfasst sein. Das sind die Worte des Bundeskanzlers. Leider werden diese von den Regierungsparteien nicht gehört und schon gar nicht umgesetzt. Daher bringe ich heute folgenden Antrag für meine Fraktion ein. Entschließungsantrag der Abgeordneten Jörg Leichtfried, Petra Wimmer, Genossinnen und Genossen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, die Idee des Bundeskanzlers umzusetzen und ein Paket für die befristete Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs dem Nationalrat umgehend zuzuleiten. Werte Regierungsparteien, Sie können die Chance nutzen, die Worte Ihres Bundeskanzlers ernst nehmen und unserem Antrag heute zustimmen. Das war die Abgeordnete Petra Wimmer von der SPÖ. Sie bezeichnet das Paket als Mogelpackung, denn nur zusätzlich 180 Euro Familienbeihilfe gibt es jetzt für die Familien pro Kind. Die Valorisierung der Familienbeihilfe ist zum Beispiel jetzt noch nicht vorgesehen. Außerdem bringt sie einen Entschließungsantrag an auf Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Am Wort ist nun die Wirtschaftssprecherin der Grünen, Elisabeth Götze. Entlastung in allen Bereichen, weil die Teuerung massiv ist. Ich möchte mich auf den betrieblichen Bereich konzentrieren, weil auch dort ist die Teuerung, die Energiekostensteigerung massiv zu spüren. Ich möchte vier Bereiche herausgreifen, wo wir eine Entlastung planen. Das Erste, die Strompreiskompensation. Das ist bereits in Begutachtung. Über die AWS wird abgewickelt, dass Unternehmen, die besonders viel Strom verbrauchen, mit Ausnahme der Mineralölbetriebe, also sehr bewusst Betriebe ausgenommen, die in der Mineralölverarbeitung tätig sind, wir wollen da keine klimaschädliche Subvention machen, dass die eine Strompreiskompensation beantragen können. Alles natürlich im Rahmen der EU-beihilfenrechtlichen Möglichkeiten. Ebenso wie ein Direktzuschuss für die Mehrkosten für die Betriebe, die besonders viel Energie grundsätzlich brauchen. Also das ist der zweite Punkt. Für Mehrkosten, für einen hohen Energieverbrauch, rund 450 Millionen Euro. Die genaue Ausgestaltung ist noch festzulegen, aber auch immer innerhalb der beihilfenrechtlichen Möglichkeiten, weil wir natürlich innerhalb der EU hier auch keine Wettbewerbsverzerrungen machen können. Der dritte Bereich, jetzt geht es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lohnnebenkostenentlastung. Das ist wirklich, würde ich fast sagen, ein Paradigmenwechsel, also weniger Lohnnebenkosten. Ich glaube auch, ein gutes Signal an die Unternehmen, dass sie, wenn sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, entlastet werden. Und der vierte Punkt ist die Teuerungsprämie, die heuer und nächstes Jahr Unternehmen die Möglichkeit gibt, nicht nur wenn sie Gewinne machen, sondern allen Unternehmen die Möglichkeit gibt, an die Mitarbeitenden bis zu 3.000 Euro im Monat, äh im Monat, im Jahr auszuzahlen, und zwar gänzlich ohne Lohnnebenkosten. Also wirklich quasi bar auf die Hand, ohne Steuern, ohne Sozialversicherung, ohne Kommunalsteuer, FLAV und so weiter. Ja, ich glaube, das ist die eine Seite der Medaille, diese Entlastung. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, dass Unternehmen sich fit für die Zukunft machen, sich so aufstellen, dass sie in Zukunft weniger Energie verbrauchen. Und auch dafür hat die Regierung wirklich viel vorgesehen. Und ich möchte hier nur ein paar Maßnahmen nennen. Die betriebliche Umweltförderung, ein Riesenthema im Rahmen des BMK, über die Kommunalkredit abgewickelt, Energieeffizienz in Unternehmen wird gefördert, Wärmegewinnung wird gefördert. Das heißt, wie kann die Klima umweltfreundlich passieren? Im Rahmen des ERG können Unternehmen Photovoltaikanlagen errichten lassen. Auch das wird gefördert. Und ein letzter, dritter Punkt, die Transmission der Industrie, die wir im Rahmen des RRF beantragt haben, wird demnächst zu beantragen sein. Also auch das, da sollten sich Betriebe wirklich vorbereiten. Wie können Betriebe diesen Transformationsfonds nützen? 100 Millionen Euro allein für die Industrie steht zur Verfügung, dass sie raus aus den klimaschädlichen Ressourcen kommen. Danke. Am Wort ist der Abgeordneter Hermann Brückel. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Geschätzter Herr Vizekanzler, sehr geehrter Herr Finanzminister, hohes Haus. Meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, wir beenden damit unsere Übertragung der Sondersitzung des Nationalrates zum Antiteuerungspaket der Bundesregierung. Die Abstimmung erfolgt am Ende der Sitzung. Die NEOS haben ja einen Antrag auf getrennte Abstimmung zu den einzelnen Punkten eingebracht. Beschlossen wird das Paket jedenfalls von den Regierungsparteien. Beim Klimabonus stimmte die FPÖ bereits im Ausschuss mit. Worum geht's? Arbeitslose und Mindestpensionistinnen und Pensionisten bekommen etwa 300 Euro zusätzlich. Für Familien gibt es 180 Euro pro Kind als zusätzliche Einmalzahlung im August. Der Familienbonus wird auf 2.000 Euro erhöht. Ebenso der Kindermehrbetrag auf 550 Euro. Das passiert bereits heuer. Der größte Brocken ist der Klimabonus. Dieser wird von ursprünglich 100 bis 200 Euro je nach Wohnlage auf 250 Euro in diesem Jahr erhöht und um weitere 250 Euro Inflationsabgeltung. Ab Oktober bekommen damit alle in Österreich lebenden Erwachsenen 500 Euro. Die Debatte war wie immer turbulent eingangs, weil Bundeskanzler Nehammer nicht da ist und weil Johannes Rauch zwischenzeitlich nicht da war. Viel Kritik, allen voran von der SPÖ und der FPÖ, gibt es an der ihrer Meinung nach mangelnden Treffsicherheit der Maßnahmen. Gefordert wird da unter anderem eine Preisdämpfung und weniger Einmalmaßnahmen. Das war's von unserer Seite. Mehr Information mit ORF 3 gibt es um 19.18 Uhr in Österreich heute. Und um 21.05 Uhr meldet sich Lou Lorenz-Dietlbacher mit einer Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Zu besprechen gibt's da wohl genug. Von amtsmüden Landeshauptleuten, Inflation bis zu den steigenden Corona-Zahlen mit dem Ende der Impfpflicht. Auf Wiedersehen. Und das ist die Angst, von der Sie getrieben werden. Und das ist auch die Politik, die Sie machen. Keine fachliche, keine sachliche Politik, sondern eine Politik, wo es nur noch darum geht, wo es nur noch darum geht, wie halte ich mich in diesem Haus. Hoffentlich kriege ich das nächste Mal noch mein Mandat. Und anstatt hier eben mit Steuersenkungen den Menschen zu helfen, arbeitet ihr mit Blende...